Oh, falsches Konto. So, ich fange jetzt jeden Augenblick an. Geht jeden Moment los. Okay, gut. Und wir können jetzt anfangen, Leute. Genau, drei, zwei, eins. Herzlich willkommen, Leute, zu dem heutigen Livestream, zu dem heutigen Tuning-Treffen. Ich begrüße euch alle, Leute. Heute haben wir das Motto Filmautos. Und im Anschluss machen wir dann Grip King. Und bevor ich aber anfange, will ich erstmal jemanden ganz Besonderen begrüßen. Meinen lieben Dennis Can, der hier gerade in der Party ist. Was geht, Dennis Can? Moin, moin. Digga, ist deine Stimme auf Teil? Ja. Okay, gut. Also, ich hoffe, bei dir ist alles klar, Digga. Ja, bei dir. Bei mir soweit ganz gut. Sehr schön. Und ich begrüße alle meine Zuschauer, die gerade am Start sind, Leute. Was geht ab? Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich so, als würde ich gerade nach Hause kommen, wenn ich hier anfange zu streamen. Ich packe meine Kiste und dann begrüße ich euch, geilen Schokohasen, erstmal. So, und wie gesagt, Leute, die Lobby ist eröffnet. Die Lobby ist eröffnet. Wir fangen an mit dem Thema Filmautos. So, ich gucke aber jetzt mal durch. Wer ist denn hier heute alle am Start? Also, Frede Raser, Grüße gehen raus. Jibo, was geht? Baumstamm, MXT, 47, was geht? Patrick, ist die Sitzung voll? 18 Leute sind schon drin. Kommt rein. Patrick, was geht? Buddymutz, moin, grüß dich. Melon zockt, was geht? Roman Pandero, hi, grüß dich. Dennis ist auch am Start. Kemal, Adidas, Montag darf ich wieder mitmachen. Sehr schön, das freut mich für dich. Axel, du bist offline. Nein, das bin ich nicht. Zombie ist auch am Start. Oleg, hallo, was geht? Derek ist auch direkt mal am Start. Grüß dich. MC Gamer, stell dich online. Ich bin online, Jungs. Was habt ihr denn? Also, ich glaube schon, leider zu spät und zu knapp angesagt mit dem Porsche Race. War schon verabredet. Ja, tut mir leid, Maverick. Also, ich konnte es leider vorher nicht ankündigen. So, auch Grüße gehen raus an Jibo, der hier den Dänischern grüßt. Grüße gehen raus. Aus welchem Film soll der Wagen sein? Macht mir jetzt nicht so den Eindruck aus. Also, bitte, tut mir einen Gefallen. Schweizer Matt, bring das Auto weg. Ich weiß nicht, welcher Film damit gemeint ist, aber Stretch Limousine passt nicht ganz hier rein. So, Mojo Skills. Was geht? Michael Fellner. Hi, grüß dich. Riccardo, schönen guten Abend. Grüß dich, Cola. Schön, dass du auch am Start bist. Ja, feddert, was geht. Feddert ist auch am Start. Also, Leute, ich begrüße euch alle zu dem heutigen Tuning-Treffen. Ruwin ist auch am Start. Also, wir haben das Motto erstmal Filmautos. Wir fangen erstmal ganz gechillt mit Filmautos an. Jeder bringt ein Auto aus einem bekannten Film. Und ich sehe schon die meisten Autos aus Fast and the Furious. Macht aber nichts. Nichtsdestotrotz, also, ihr habt vielleicht im Titel schon gelesen, danach kommt der Grip King. Ja, was ist der Grip King, Leute? Wir gucken wieder, wer ist der Beste auf der Rennstrecke. Und dazu haben wir dann eine extra Spieleliste erstellt, wo wir das dann testen. So, und der Gewinner von der Spieleliste, ja, oha, der Gewinner von der Spieleliste, der wird dann der Grip King. Aber für diesen, äh, für diesen Grip King, für diese Spieleliste gibt es eine Voraussetzung. Und zwar, ähm, müssen wir nachher alle mit dem, äh, Komet Retro Custom fahren. Aber wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid, Leute. Also, ich hoffe, euch geht's gut. Stan Salien, Mahlzeit, grüß dich. GTA-Clown, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch Armin ist auch am Start. Grüß dich. GamerWolf, ich hab ne Anfrage. Was ich dir kurz rausgeschmissen hab, da hat doch nichts getan. Äh, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Piz, wie alt bist du? Ich bin 30. Äh, Boss Mario, du fragen Freunde. Nein. Ausrufezeichen. Dann Domi. Juhu. Kann man endlich beitreten? Ja, Digga. Komm vorbei. Oh, nice. Scooby-Doo-Boo. Oh, Mr. Bean. Geil. Ey, sogar mit Dingens. Sogar die Klamotten. Nice, Digga. Richtig geil. Und dann haben wir hier den A-Team-Bus. Richtig geil. So, ich muss aber jemanden mal einladen, den ich hier in der Sitzung gesehen habe. Einen Moment. Den habe ich schon lange nicht mehr gehört. So, Max Arme spielt so, auch geht er auf PC. Ja, schon, aber eher so, wie soll ich sagen, Mods. Online spiele ich da eigentlich so gut wie gar nicht. So, Mojo. Grüße gehen raus. Laser Boy. Kann ich dir erfaschen? Kannst du gerne machen. So, also. Viele geile Autos direkt mal am Start. Und Federt ist auch am Start. Grüße ich mal lieber. Grüßt euch. Schönen Abend da hier zusammen. Einen dicker Gruß an alle Zuschauer. Mir geht's. Ich weiß nicht, ob man dich hört. Hört man dich im Stream? Ich glaube schon, aber ich schalte es gleich aus. Ich will nur kurz alle grüßen und dann schalte ich es aus, weil gleich müsste meine PS4 wieder amok laufen. Ja, okay, alles klar. Also Leute, wir begrüßen erstmal Federt, der auch direkt mal in der Party ist. Wer nicht weiß, Federt ist meine rechte Hand, beziehungsweise mein stellvertretender Präsident. Also Leute, haut mal alle raus. Begrüßung an meinen lieben Federt. So, direkt mal hier. Richtig geile Autos am Start, Leute. Ich würde sagen, wir verlieren hier nicht allzu viel Zeit und fahren direkt mal. Ja, man hört ihn, aber er rauscht. Ja, das ist eine PS4. Die ist wirklich wie ein Helikopter. User, User, moin, grüß dich. Kann leider nicht kommen. Kein Problem, Malone. Waschmittel Color. Moin, grüß dich. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Was habt ihr für einen Namen? Oh, ich seh hier gerade Dingens. Nightrider. Aber ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Bitte keine Spezialfahrzeuge, Leute. So. Okay, wir gehen erstmal Autos waschen. Ähm, derjenige, der das, äh, der das riesen Auto da hat, der kann leider nicht durch die Waschstraße fahren. Den bitte ich so ein bisschen gleich außerhalb zu parken, äh, weil der sonst damit die Tankstelle sprengen könnte. So, Frankie vom LS ist Lobby voll. Äh, 30 Leute sind da. Baumstern, geht mein Wasteländer, weil der ist vom Fast and the Furious. Ja, also der Wasteländer geht klar. Äh, ach so, Baumstern, du bist das. Der geht klar. Aber tu mir einen Gefallen, fahr ein bisschen weiter hinten mit, weil das sieht sonst zu brutal aus. Und wie gesagt, nicht durch die Waschstraße fahren, weil das Ding passt nicht da rein. Tadek, hi, grüß dich. Äh, Timo S. ist auch wieder da. Grüß dich. Äh, so, Colin schreibt. Bin auch am Start. Colin, grüße gehen raus an dich. So, stell dich auch auf online. Äh, ne, ich bin online, Digga. Wir müssen es nochmal checken. Schade, du kriegst trotzdem ein Like. Dankeschön, Frankie. Grüße gehen raus. So, also, ich bin mal gespannt, äh, welche Autos ihr alle nehmen werdet. Geht auch Leichenwagen. Äh, von welchem Film soll denn der Leichenwagen sein, Domi? So, erstmal Autowaschen, weil mein Auto ist dermaßen verstaubt. Also, Jungs, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ähm, gestern konnte ich leider nicht streamen. Äh, es kommt mir, es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, als hätten wir eine Ewigkeit, äh, kein Tuning-Treffen gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, der liebe Dennis Can, der hat ja, äh, meine Vertretung übernommen. Beziehungsweise, äh, ein Tuning-Treffen gestartet und ich finde, der hat das richtig gut gemacht. Also, wer noch nicht weiß, wer Dennis Can ist, Dennis Can gehört zu meinen Commissionern, die hier auch, äh, was zu sagen haben, beziehungsweise unsere Tuning-Treffen machen. Dennis Can, wenn du willst, kannst du mal gerne, äh, was reinschreiben, damit die Leute wissen, wer du bist und dich direkt mal abonnieren, äh, wenn du dann mal ein Treffen startest. Ich würde mich auch an jeden bedanken, die so fleißig mitgemacht haben. Ich habe öfters öfteren die gleichen Namen im Chat gesehen. Auf jeden Fall Dank für euren Support. Ja, Mann. Äh, äh, also Leute, der Dennis Can hat gerade das Herzchen gepostet, also wer will, kann ihm gerne ein Abo dalassen. Und, äh, falls ich mal nicht kann, macht er hier definitiv, äh, Tuning-Treffen. Attakan, hi, was geht, PS4 gehen wir, wie Vollsitzung. Also, aktuell sind 30 Leute in der Sitzung. Und ich würde sagen, wir machen das wie in gewohnter Manier. Wenn wir so 100 Likes haben, äh, werden wir dann wieder eine neue Sitzung machen, eine neue Lobby aufmachen. Die Frage wird dann sein, die Frage wird dann sein, ob wir dann, äh, das gleiche Thema beibehalten oder ob wir dann ein neues Thema machen. Tee-Steller-Riff hat er super gemacht. Ja, Dankeschön. Also, das freut mich, Leute. Auf jeden Fall schön, dass ihr auch Komplimente raushaut. Ähm, damit unterstützt ihr ihn auf jeden Fall sehr gut. Äh, Sakuri, grüß mal Supra von mir. Lenzian, schöne Grüße von Sakuri. Auf jeden Fall auch einer der aktivsten. Ruben schreibt, oh Mann, kann heute wahrscheinlich nicht mitmachen. Warum? Oha, Julian, geiles Outfit. Ähm, doch, jeder kann mitmachen, Leute. Erster Link in der Videobeschreibung und für alle Leute, wenn ihr mitmachen wollt, dann ballert einfach mal, äh, den Like-Button voll, ähm, so dass wir direkt mal 100 Likes zusammenbekommen. Wenn wir das geschafft haben, das ist unser erstes Ziel für heute, ähm, werden wir definitiv eine neue Lobby aufmachen. Somit hat jeder die Möglichkeit, hier beizutreten. Ich versuche das Ganze, ähm, irgendwie fair zu halten, so dass jeder irgendwo die Möglichkeit hat, hier mitzumachen. Also, ich sehe auf jeden Fall hier viele verschiedene Fahrzeuge aus verschiedenen Filmen, vor allen Dingen Filme, die mir auch was sagen. Das finde ich schon mal klasse. Aber bitte kein Ruinner. Bitte kein Ruinner. Also bitte keine Spezialfahrzeuge, keine bewaffneten Fahrzeuge. Dankeschön. Weil, da sehe ich halt die Gefahr, ähm, dass das mal gerne passieren kann, dass man eine Rakete abfeuert oder sowas in der Richtung. Äh, ist nicht böse gemeint, kann aber auch mal aus Versehen passieren. Wir haben hier genug Leute, die alleine, sag ich mal, mit der Waffe irgendwo hinleuchten wollten. Und, ja, dann aus Versehen eine Granate da durchgeschmissen haben. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich meine keine Zeitweise. Ganz kurz, an den Flo, der mit dem Wastelander da ist, es wäre cool, wenn er sich irgendwo hinstellt und parkt, weil so wie er auf der Straße steht, wird zu viel Verkehr blockiert. Ja. Es gibt hier hinten ein bisschen Chaos. Genau, das, genau, genau, super. Genau, er hat es, glaube ich, auch direkt verstanden, finde ich gut. Also Flo, bitte so parken, äh, dass du nicht im Weg stehst. Und an die Leute, die hier gerade anstehen, bitte haltet euch, soweit es geht, rechts, damit hier alles reinpasst. So, weil ihr seht hier die, oh je, die NPCs sind wieder am Durchdrehen. So viele geile Autos am Start. Matt Elson, was geht? Fair Skills. Hey, Gorilla, grüß dich. Oli, äh, Oli Ming, 1965, kann ich wieder in die Crew? Ich weiß nicht, ob du gebannt worden bist oder ob du gekickt worden bist. Also hier der Typ mit dem, ähm, Leichenwagen, ähm, bitte bring den Leichenwagen weg, der passt hier überhaupt nicht rein. Gamer Wolf, schade, ich will gerne mitmachen, aber das Problem, ich wollte einen Kontakt rausgeschmissen, wo ich nichts gemacht habe. Also Gamer Wolf, sei dir sicher, hier wird niemand ohne Grund rausgeschmissen. Also da muss schon irgendwas vorliegen und falls irgendwas sein sollte oder keine Ahnung, kannst du das gerne nochmal mit unseren Leuten hier besprechen. Aber dann bitte außerhalb vom Stream, Laser Boy, du wirst mir in der Crew nicht angezeigt, kannst du meine FA annehmen? Laser Boy, ich nehme gleich Freundschaftsanfragen an. So. Merlin Bass, kannst du mich grüßen? Gönig Grüße gehen raus an dich. Ihan Daya, hey Gorilla, was geht? Herzlich willkommen, Digga. Dirk Gorilla, hab dich lieb. Ich dich auch, Digga. Schön, dass du am Start bist. Wai, wai, wai. Guck mal hier, er macht direkt einen geilen Tanz. So. Also Leute, ihr könnt mir gerne Freundschaftsanfragen senden, werden gerne angenommen. Oh, geiles Outfit, Digga. Die Freundschaftsanfragen werden gerne angenommen, auch die Crewanfragen, Leute. Aber tut mir einen Gefallen, dann macht es so wie im ersten Link, bitte. So, Danny schreibt, erstmal Like gegeben und soll ich 150 Euro spenden? Digga, frag nicht, mach einfach. So, Olli schreibt, ich wurde gekickt. Ja gut, dann hast du nach einer Woche Zeit, dich wieder hier anzufragen. So, nimm meine Aura an. Konnte deswegen nicht anhängen, obwohl ich in der Crew bin. Lol. Also wie gesagt, Leute, ich nehme gleich Crewanfragen an. So, alle, die gekickt worden sind, die haben nach einer Woche Zeit, wieder mitzumachen. Kommt drauf an, natürlich, wann ihr gekickt worden seid. Sprich, wenn es gestern, vorgestern war, müsst ihr natürlich dann bis zur nächsten Woche warten. Chris mal schreibt, kannst du, kennst du Bud Spencer und Terrence Hill in vierfäustige Rio? Definitiv, Digga. Die hatten, glaube ich, so einen kleinen Buggy. Ich bin mir nicht sicher. Curtis Kush, grüß dich. Auch schön, dass du dabei bist. Dap Dap High, grüß dich. Danny schreibt, naja, okay. Pro Gamer, bist du Türke? Nein, Digga, ich bin Kurde. Aber wie gesagt, es spielt keine Rolle, was ihr seid. Türke, Kurde, Albaner, Deutscher, ist mir sowas von egal. Hauptsache, ihr teilt die gleiche Leidenschaft und das ist das Tuning. Patrick schreibt. Das A-Team. Ja, ja, A-Team, habe ich auch schon gesehen. Richtig geil, ne? Der Burrito da hinten. Ja. Auch hier, guck mal, Mr. Bean ist auch am Start. Richtig geil. So, ich hatte vor, das Batmobil zu kaufen für so ein Motto. Domi, also leider kein Batmobil. Also, versteht mich nicht falsch, aber ich möchte keine Spezialfahrzeuge haben. Keine bewaffneten Fahrzeuge zumindest. Also, hier zum Beispiel so ein Insurgent geht klar. Oder hier der Wastelander. Die sind nicht bewaffnet, finde ich okay. Aber sonst der Rest, bitte keine bewaffneten Fahrzeuge. Äh, hä? Warum geht das nicht? What the fuck? Sorry, sorry. Okay, ja, bin schon seit einer Woche. Olli, ja, dann müsstest du einfach mal eine Crewanfrage stellen. Wenn du gekickt worden bist, kannst du nämlich eine Crewanfrage wieder stellen. Wenn du gebannt worden bist, geht's leider nicht. Boah, Digga. Johnny, das sieht richtig nice aus. Du siehst wirklich aus wie Mr. Bean. Also, fast. Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde es echt klasse, wie sich die Leute hier Mühe geben, um wirklich das, ja, jeweilige Motto richtig zu treffen. So, Zaubermar. Hi, grüß dich. So, die hatten den Rolls Royce, den Stafford in GTA. Ja, den haben wir auch hier am Start, den Stafford. So, Casey Rabbit. Hi, grüß dich, Digga. Auch schön, dass du wieder am Start bist. Äh, Gamer, du musst einfach bei mir in Discord kommen und dann guckst du mal, wer da das sagen hat. Kurtis Kusch, machen alles GmbH, Taxifahrer, Kürtis Land. Grüße gehen ran an den Taxifahrer, Kürtis. Donny, Chaos Zitrone hat mich gerade... Ey, Leute, bitte zu mir gefallen. Nicht Ram, Leute. Nicht Ram. Es gibt so viele Leute, die hier gerne mitmachen wollen. Und wir haben gleich schon die Hälfte vom Like-Ziel erreicht. Ähm, also wie gesagt, wenn wir die 100 Likes packen, machen wir gleich mal direkt wieder eine neue Lobby auf, damit alle hier mitmachen können. Geiler Abend. Ja, Brasil Froh, schön, dass du da bist. Also, vielleicht erkläre ich das nochmal ganz kurz. Also, Leute, wir machen so als Thema erstmal Filmautos, ja. Und dann später findet ein Event statt. Der nennt sich Grip King. Grip King ist immer der beste Fahrer aus der ganzen Crew. Und dazu haben wir eine Spieleliste erstellt, ja. Und die werden wir dann nachher zusammenspielen. Und der Gewinner von dieser Spieleliste ist automatisch unser Grip King. So, Chris Mann schreibt, Smile, Bud Spencer, LOL. Gorilla, ich gehe essen, viel Spaß euch. Grüße gehen raus an dich. Was meinst du, Fedrat? Also, ich bin kein Grip King. Ja, ich habe auch nicht vor, Grip King zu werden. Aber ich versuche halt so gut es geht mitzumachen. Also, ich habe schon ein paar Leute hier in der Sitzung gesehen, wo ich ganz genau weiß, das wird gefährlich. Wenn die mitmachen, dann kann es wirklich sehr gefährlich werden. Und Montenegrino spendet 5 Euro. Lieben Gruß an die Crew bis demnächst. Montenegrino, Grüße geht raus an dich. Also, Leute, tut mir mal einen Gefallen. Schreibt mal alle Hashtag Montenegrino in den Chat. Er hat mir mal direkt 5 Euro dagelassen. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Grüße gehen raus an mich. An dich. Sorry. Oha, Digga, was ist hier los? So. Okay. Also, Luca, hi, grüß dich. Kennst du... Ja, kenne ich. Kenne ich. Aber habe ich nichts mit zu tun. Kaka, ich fährt mir die ganze Zeit hinten auf... Ey, Leute, bitte, tut mir einen Gefallen. Haltet Abstand zueinander. So, also, Leute, bitte alle Hashtag Montenegrino. Dankeschön für deine Unterstützung, Digga. Also, ohne Witz. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr bringt mich auf jeden Fall... Also, ihr hilft mir auf jeden Fall damit weiter. Weil der eine oder andere weiß, was ich mit dem Geld vorhabe, was ich hier durch YouTube erwirtschafte. Wer weiß das denn? Schreibt das mal in den Chat. Was will ich damit kaufen? Grüße gehen raus an mich, Givo. Merlin. Ja, Leute, also, auf jeden Fall, vielen lieben Dank, dass ihr alle mal hier Hashtag Montenegrino reinballert. Echt richtig geil. Dankeschön für deine Unterstützung. Ähm... So, Hashtag bester Mann, ja, Mann. Ja, ähm... Das ist dann keine Fortnite-Skins. Nein, ich spiele, ja... Wie ihr wisst, kein Fortnite. So. So, Selim, Grüße geht raus an dich. Rockstar Energy kauft das damit. Nein, Armin. Also, Leute, vielleicht kläre ich euch nochmal auf. Also, äh, ich hab vor, ähm, in nächster Zeit, ähm, in nächster Zeit, oder bald, sobald ich mir genug Geld angespart hab, äh, eine Elgato zu kaufen, die in 4K streamen kann. Somit könnt ihr dann, äh, die Tuning treffen, ähm, in richtig geiler Qualität genießen, ähm, ja, wir sind auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin. Und ich versuche das Ganze natürlich, alles, was ich hier auf YouTube, äh, an Gewinn mache oder verdiene, versuche ich natürlich hier rein zu investieren. Frankie schreibt ein 4K-Ding. Ja, das stimmt, Stan Simon, 4K-Stream, siehs aus. Äh, Zauber, mal, tu mir ein Gefallen. Ja, bitte schreib hier keine Ausdrücke rein. Und, äh, zu dem Thema sage ich auch nichts mehr, weil die, das Ding ist für mich durch, okay? So, und vor allen Dingen ist das für mich vom Tisch. Äh, so, Olli schreibt, ich kann dir eine Elgato schicken. Alles klar, ich schicke dir nachher meine Adresse. ProGamerLars, hi, was geht, Digga? So, okay, ich gucke mal, wie viel Uhr haben wir in GTA? 22 Uhr. So, okay. Ähm, wir versuchen jetzt auch so ein paar gute Orte hier anzufahren, die so Richtung Film gehen. Paul Schreml, hi, grüß dich, herzlich willkommen, Casey Weaver Red Dead Redemption. Das würde ich auch auf jeden Fall kaufen. Peschmerga ist am Start, was geht? Herzlich willkommen. So, ich hoffe, dir geht's gut, schön, dass du wieder am Start bist. Peschmerga wirklich auch, äh, einer der Ersten, die dabei waren, wo ich hier angefangen habe. So, ProGamerLars, was habe ich verpasst? Nichts, Digga. Wir machen hier gerade, äh, ein Tuning-Treffen mit dem Motto Filmautos. Und ich muss ehrlich sagen, richtig geile Kisten am Start. Sehr schön. LaserBoy, grüß dich. Schnitzel, äh, wie geht's, wie steht's? Mir geht's gut, ich hoffe, dir geht's auch gut. Gut, dann Alex Pro, hi, bin neu hier. Auf jeden Fall, Alex, Grüße gehen raus und herzlich willkommen bei uns im Stream. Und ja, wie gesagt, Leute, das Motto ist heute Filmautos. Bringt Autos aus bekannten Filmen mit. Und die stellen wir heute so ein bisschen zur Schau. Ich hoffe, ihr habt alle ein passendes Thema dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, okay. So, und wie gesagt, wir fahren jetzt, wir fahren jetzt direkt mal, äh, zu den jeweiligen Spots. Äh, was hast du gesagt, Dennis John? Mein Wagen wirst du, glaube ich, gar nicht erraten können. Dein Wagen? Da bin ich mal gespannt gleich. ProGamer, nice. Ja, Mann, Kili Zockt, hi, was geht? Auch an dich, herzlich willkommen. Äh, Pulver Toast, Mann. Hey, diese NPDs. Bin neu hier. Nimmst du FA's an, Abo und Likes sind da. Rebix hat dich empfohlen. Äh, also, Grüße gehen raus natürlich an Rebix und Pulver Toast, Mann. Also, Grüße gehen raus. Äh, natürlich, FA's nehme ich auf jeden Fall an und Grüße auf jeden Fall an iRabix. Äh, richtig korrekter YouTuber. Ähm, finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch. Alex schreibt, hab dich abonniert. Äh, Dankeschön, Alex. Grüße gehen natürlich raus, auch an dich. So, Kili Zockt, hashtag like, vielen lieben Dank. Joey schreibt, was geht bei Neu am Start? Bester Mann. Joey, auch an dich. Grüße gehen raus. Also, Leute, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr alle ein Abo da lässt. Äh, und natürlich ein kostenloses Like. Ähm, warte mal. Okay, ich muss ein bisschen langsamer fahren, damit ihr alle hinterherkommt. Jonas, Servus, grüß dich. Herzlich willkommen, Jonas. Black Panther, was geht? Grüß dich. Frankie schreibt, du fährst Mazda RX-7 aus Tokio Drift, glaube ich. Falls ich wollte. Äh, ja, ganz genau. Ich fahre den, äh, den RX-7 aus Tokio Drift. So. Okay, Leute. Also, wenn ihr mitmachen wollt, erster Link in der Videobeschreibung. Klickt den Link an, da wird euch erklärt, was ihr machen müsst, damit ihr hier beitreten könnt. So, geiler YouTuber. Dankeschön, Alex. Vielen lieben Dank. So, hast du heute um 13 Uhr gestreamt? Nein, das habe ich nicht. Äh, ich glaube, da lag ich noch, äh, in den Federn. Weil ich, äh, habe ja bis heute Morgen 6 Uhr gearbeitet. So, okay, Leute. Nächster Spot. Wirklich sehr behutsam hier reinfahren. Und alle, die hier, äh, einen riesen Wagen haben, wie den Wastelander oder so, ja. Tut mir einen Gefallen. Schön vorsichtig. Schön vorsichtig. So, ich würde sagen, wir versuchen alle hier so schräg so ein bisschen zu parken. Tut mir einen Gefallen. Verteilt euch hier so ein bisschen. So, und fahrt nicht, also fährt nicht bitte gegen die, äh, jeweilige Stange oder so. Pro Gamer. Hashtag Gorilla Army. Ja, Mann. Also, Leute. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle am Start seid. Nice. Das kann ich ja mal mitmachen bei so einem Treffen. Sieht ja, äh, schön aus. Und geile Motto zum TNA-Tuning-Treffen. Dankeschön, Pulver Toastmann. Grüße gehen auf jeden Fall raus, Leute. Und Leute, falls sich das hier gleich so ein bisschen füllt, äh, nutzt sonst die hinteren Reihen ein bisschen aus, beziehungsweise da hinten die Lücke. Da könnt ihr euch gerne auch einreihen. Tolgi, was geht? Hast du gar nicht. Broro. Wie voll ist denn die Lobby? Also, die ist mit 29 Leuten besetzt. Wer gerne mitmachen will, einer passt hier noch rein. Und wenn wir gleich die 100 Likes voll haben, machen wir gleich auf jeden Fall noch eine Lobby auf, Leute. Ja, Mann. Autofanatics Peschmerger. Die Nummer 1 in Tuning-Treffen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei seid, Leute. Grüße gehen raus. XO, ich bin's wieder. Grüße gehen auch raus an dich. Also, Leute. Äh, wir sind hier natürlich mal direkt am, äh, äh. Grüße. Äh, wie heißt das hier? Hollywood Strip. Keine Ahnung. L.A. Strip. Äh, tut mir einen Gefallen. Ihr könnt gerne hier hinter noch parken. Da ist genug Platz wie Mr. Bean da hinten. So, auch Mann hat mir ein extra Auto fürs Auto. Also, Leute, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, machen wir gleich noch eine zweite Lobby auf. Und in dieser Lobby können wir entweder dieses Thema fortfahren. Ja, das heißt, bei dem Thema bleiben. Oder wir machen gleich ein neues Thema. Die Entscheidung überlasse ich natürlich euch. So, Hashtag Like. Dankeschön an Peschmerger. Felix schreibt, ist das Ghost Rider Bike verboten? Äh, an sich nicht. Kannst du gerne bringen. Da mache ich eine Ausnahme. Eiko, hi, grüß dich. Michael DeSanta. Schickt mir mal bitte eine Einladung. Also, wie gesagt, Leute. Wenn ihr hier mitmachen wollt, erster Link in der Videobeschreibung. Boah, Fedder, Digga. Der sieht schön aus. Sehr gut. Richtig geil. Ich bin auch echt froh, dass die dieses Auto hier in das Spiel gebracht haben. Weil der sieht echt top aus. Also, Leute, tut mir einen Gefallen. Ja, okay, komm. Hier könnt ihr auch parken. So, Frap Sun. Nächstes Motto Offloader. Ja, da müssen wir mal gucken. Laser Boy, kannst du neue Lobby, meine FA nehmen? Also, ich gucke jetzt gleich noch. So, da klopft es. Was ist los, Peschmerger? So, Xbox Gamer. Kennst du jemanden, der auf Xbox Live ist? Äh, nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wer gerade so auf der Xbox gerade unterwegs ist. Ähm, ihr könnt euch natürlich auch hier im Chat, Leute, wenn ihr Xbox Spieler seid, auch ein bisschen austauschen. Äh, FAs gegenseitig rüberschicken und so. Da habe ich echt nichts gegen. So, auf jeden Fall würde es mich freuen. Äh, wenn ihr die Lichter einschaltet. So, Ferderd, wolltest du was sagen? Ah, okay. So, und ich gucke jetzt gerade wegen, äh, Freundschaftsanfragen. So, Nico, hi, grüß dich. Ich spiele Xbox One. Also, Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne, äh, eure Gamertags reinschreiben und dahinter vielleicht Xbox oder sowas, damit die Leute wissen, okay, wer ist hier Xbox Spieler und wer nicht. Weil vielleicht gibt es den einen oder anderen Tuner, weil vielleicht gibt es den einen oder anderen Tuner, der hier auch auf der Xbox unterwegs ist. So, okay, ich nehme gerade Freundschaftsanfragen. Ui, da sind aber so einige reingekommen. Äh, Dennis, dann sind, äh, neue Crewanfragen gekommen, weißt du das? Ich gucke sofort. Okay, dankeschön. Ja, vielleicht, Leute, vielleicht eine kleine Information. Ähm, wir sind kurz davor, tausend, äh, Crewmitglieder zu erreichen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dazu gehört. Pablo Escobar spielt ihr auf der PS4? Ja, Digga, wir spielen auf der PS4. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen die Autos durch und ich hoffe, ich kann erraten, welche Autos, äh, zu welchen, äh, Filmen gehören. Also, wie gesagt, mein Auto hier, der RX7 aus Tokyo Drift. So, ich spiele auf dem PC, schreib Zocker. Ja, kein Problem, Digga, freut mich auf jeden Fall, dass du hier eingeschalten hast. Äh, so, und dann haben wir hier nochmal Fast and the Furious. Ähm, dann haben wir hier Scooby-Doo-Bidoo. Ähm, wie hieß die Serie noch? Guck mal, wisst ihr das? Äh, Scooby-Doo. Ja, hieß die nur Scooby-Doo, ne? Okay, gut. Ja. So, nice, auf jeden Fall freut mich richtig. Das Auto habe ich so gut wie gar nicht hier gesehen. So, okay. Dann haben wir hier, äh, Jibo mit dem... Boah, Digga, das ist der A-Team-Bus. Grüße gehen raus. Krass, Leute, krass, was man hier im GTA alles so umsetzen kann. Achso, das Amstaff-Kills. Ach, Jibo ist hier. Jibo spielt den von Transformers. Diesen einen Typ, der hier, äh, Bumperbee gekauft hat. Richtig geil. Freut mich richtig. So. Ähm, hier der Sultaner S. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Film der stammt. Äh, sagt mir persönlich jetzt nichts. So, und da hinten sehen wir noch ein Auto aus Toy Story. Was ist das Thema? Also aktuell ist das Thema Filmautos. Und der Flo hat den Wastelander, auch aus Fast and the Furious. Ähm, da gab es auf jeden Fall die eine Szene mit dem Wagen. War richtig geil. Hat mir auch richtig gefallen. Freut mich auf jeden Fall, dass es diesen Wagen auch hier in dem Spiel natürlich gibt. Und Balkan Matt hat hier auch nochmal Fast and the Furious, den Insurgent, von, ähm, The Rock mitgebracht. Richtig geil. Hier haben wir einen Tempester. Äh, ich weiß jetzt nicht, von welchem Film der stammen soll. Auf jeden Fall nice. Der sieht richtig gut aus. Also, Tuning gefällt mir richtig gut. So, Paul Heller. Moin, bin wieder am Start. Grüße gehen raus. Troll Gaming. Hashtag. Aktiv. Grüß dich. So, pack TT. So. Also, guck mal. So Leute, die hier reinkommen und Werbung für sich machen, das ist auf jeden Fall uncool. Äh, hier haben wir noch zwei Autos aus Fast and the Furious. Ähm, von Paul Walker. Richtig geil. Auch richtig nice. So, viele von Fast and the Furious. Also, normalerweise hätten wir das Thema heute Fast and the Furious machen müssen. So, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Film dieser Wagen sein soll. Schweizer Matt hat sich auf jeden Fall so ein, äh, ja, Fahrer, äh, Chauffeuranzug angezogen. Äh, der Film, der sagt mir jetzt nichts. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du reinschreibst, aus welchem Film der, äh, ist. Ricciardi, was ist mit Frank? Mit Frank ist nichts. Da ist nichts mehr. Äh, die Sache ist erledigt. Und das werde ich auch nicht mehr in meinen Streams beantworten. So, ähm, boah, der sieht auch richtig nice aus. Also, der ist, glaube ich, auch aus Fast and the Furious, äh, allerdings in einer anderen Farbe. Niklas schreibt, äh, Mountain, bin wieder da, grüß dich, Rear Gamer, kannst du mich grüßen? Rear Gamer, grüße gehen raus. Und hier, äh, ja, General Lee ist der Duke. So, Axel Schwarz, hi, grüß dich, herzlich willkommen. Und hier haben wir James Bond Auto. Richtig geil, äh, soll, glaube ich, den Aston Martin darstellen. So, Frede Raser ist wieder da, grüß dich. Amar, darf ich rein? Ja, erster Link in der Videobeschreibung. So, und dann hier auch nochmal, richtig nice. Guckt euch diese Mastelkrasse an, richtig geil. Niklas, hi, was geht? Baumschirm, Achtung, Werbung, abonniert alle Gorilla-Gesichte. Dankeschön. Und hier haben wir nochmal wieder Fast and the Furious. Dann, äh, Chopper. Hm. Der Transporter Refueled, heißt der Film. Ah, okay. Okay, nice. Dann haben wir hier auch nochmal Brasil Flow. Richtig nice, Digga. Taco, Abo ist da. Dankeschön. Also, Leute, wer noch nicht abonniert hat, Abo ist kostenlos. Genau so wie ein Like. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Leute, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt. Grüße gehen raus an euch. So, aus welchem Film soll denn der Stafford sein hier? Kennst du Death Proof? Ja, ich glaube, den Film kenne ich. Da fährt doch so ein Wahnsinn ja den Highway hoch und runter. Also, richtig geile Autos am Start. Ah, Xim ist auch wieder am Start. Hab mir nur wegen dir online geholt. Bist echt korrekt. Dankeschön, Arnungsnipes. Grüße gehen raus an dich. Boah, ey, schöne Autos hier, wirklich. Boah. Vor allen Dingen das Tuning, ey. Da habt ihr echt wirklich sehr gut umgesetzt. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, Bullet, hast du gerade gesagt, dein Film ist aus Bullet. Meiner? Deiner weiß ich nicht. Ja, Cars. Echt, ist der aus Cars? Der grüne, der Sticker-Bug. Geil, ey, ohne Witz, ich müsste das kennen. Ja, Fraps, dein Wagen weiß ich jetzt nicht ganz genau, welchen Wagen der da stellen soll. Du kannst es ja mal reinschreiben. So, hier hinten. Wen haben wir denn hier hinten? Kakas. Okay, das ist ein Banshee. Aber ich weiß, du wirst jetzt nicht, aus welchem Film der stammen soll. Für einen Daumen nach oben wird man dich loben. Dankeschön. Boah, hier auch wieder James Bond-Wagen. Alex, hi, grüß dich. Der Pick-Up, der letzte, könnte Expendables sein. Oha. Ich werde hier direkt mal umgefahren. So, okay. Ja, das kommt hin. Sieht auf jeden Fall geil aus. Und aus welchem Film soll der hier sein? Da bin ich jetzt auch mal so ein bisschen neugierig. Und Coolshot, hier mit dem LG RH8, könnte ein GTR darstellen, aber aus welchem Film? Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Krishma, Stafford ist von vier Fäusten. Ah, ja, jetzt. Ja, Bart Spencer Film, Digga. Ja, das muss man kennen. Also, tut mir leid. Also, manchmal hänge ich da auch hinterher. Und ich würde sagen, Leute, fahren wir mal direkt zu dem nächsten Spot. Auf geht's zu dem nächsten Spot. Da wir ja im Thema Filmautos sind, behalten wir natürlich die Filmlocation im Auge. So, und ich würde sagen, wir fahren jetzt hier schön chillig, vernünftig los. Zombie, moin, grüß dich. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr seid alle startklar. MC Gamer, Banshee, Fast and the Furious. Ja, Mann. Dibo, ich habe meiner Freundin erzählt, dass ich mit einem Mädchen aus meiner Klasse geredet habe. Und sie regt sich auf und geht Fluxmodus. Flugmodus. Ach so, okay. Digga, das kannst du nicht machen. Frauen sind sehr empfindlich bei sowas. Am besten guckst du keine andere Frau an. Grüß mal schreibt. Superman und Smiley sehen sogar so, wie sie aus. Ja, ihr müsst euch heute entscheiden, Leute. Frankie, ab und zum Filmstudio. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Filmstudios. Da fahren wir gleich hin. Grüße gehen raus. Oh, shit. Augusta. Grüße gehen raus an Frankie von L.S. Digga, dein Vorschlag, der wird hier gleich direkt mal umgesetzt. So, und da werden wir dann gleich auch mal ein paar schöne Bilder schießen. Wieso, was macht der? Okay, ganz chillig. Brasivo. Ah, grüß dich. Herzlich willkommen. Also, Leute. Es liegt natürlich an euch. Habt ihr Bock, dann machen wir natürlich gleich eine weitere Lobby auf, wo alle anderen noch mitmachen können. So, wir müssen die 100 Likes erreichen, wenn wir das geschafft haben. Bei 100 Likes, Leute, gibt es eine neue Lobby. Und wenn ihr Bock habt, auch ein neues Thema. So. Wo bringe ich euch jetzt hin? Wo bringe ich euch jetzt hin? Äh, ich hab jetzt einen kleinen. Ich hab grad einen Umweg genommen. Shit. Äh, falsche staubige Strecken. Aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe die staubigen Strecken. So, Autowaschen war auf jeden Fall umsonst. Mormat. Geiles Auto. Moza X7. Äh, Wayside. Bababan. Grüß dich auf jeden Fall. So. Hf. H. Luzon. Leon. Moin, moin. Grüß dich. Herzlich willkommen. Baumstamm. Jetzt gleich Auto. Können wir gleich machen. Ähm, am besten machen wir gleich, äh, entscheiden wir mal gleich, ähm, wer das beste Auto, also am, äh, getreuesten das Auto getroffen hat. Pablo Esker, gibt feste Zeiten für deine Streams. Nein, gibt es nicht. Die variieren. Aber, Leute, wir haben genug Leute bei uns, äh, im Discord, beziehungsweise in der Crew, die auch Tuning-Treffen machen, wenn ich nicht da bin. So, okay, wir fahren jetzt hier runter, Leute. Langsam, 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 Frede. So, okay. Manuel, PC oder PS4? Das ist PS4. Kann endlich wieder schreiben. Okay. So, M-Legend. Halbe Neue. Herzlich willkommen, Digga. So, Leute, wir parken hier der Reihe nach. Natürlich hier bei den Winewood Hills. So, ja, Mann. Das soll ja hier Hollywood-Dingens darstellen. Oh, Frede, Digga, pass auf. GTA King. Alter. Kannst du mich grüßen? Heißt der Leon. Leon, Grüße gehen raus an dich. So, Brooklyn Banker. Kannst du mal Sportwagen machen? Wir werden mal gucken, was wir nachher für ein Thema nehmen werden. Also, das sieht hier auf jeden Fall nice aus. So, da könnte ich mitmachen. Also, wie gesagt, Leute. Auch wenn ihr, ich sag mal, nicht das passende Thema habt, beziehungsweise das passende Fahrzeug habt, könnt ihr gerne bei jemandem mitfahren. So, machst du irgendwann mal PC? Also, PC werde ich in nächster Zeit erstmal nicht machen. Ähm, ich fixiere mich gerade momentan wirklich auf die Playstation. Ähm, aber es könnte vielleicht in Zukunft wieder mal was kommen. Laser Boy, können wir mal das Thema Autos über 2 Millionen machen? Das hatten wir sogar letztens noch gemacht. Oh, hier haben wir, äh, okay, da müssen wir jetzt gleich hier, äh, Polizei rufen. Die müssen dann den Schaden aufnehmen. So, ich meine, Supersportwagen. Also, Leute, äh, ihr müsst gucken. Also, kommt am besten bei mir auf den Discord, ja. Äh, da haben wir viele verschiedene Themen. Da haben wir viele verschiedene Themen. Und da könnt ihr dann abstimmen oder eure Vorschläge abgeben. Und, äh, je nachdem, da werden dann halt die Themen, beziehungsweise die Treffen beschlossen. Paul schreibt, grüß mich mal bitte. Heißt du, Paul? Paul, grüße gehen raus an dich. Schön, dass du vorbeischaust. So, wer ist denn da oben? Chill. Amma schreibt, 97 Likes, noch 3. Also, Leute, noch 3 Likes. Äh, dann haben wir die 100 Likes. Wenn wir die erreicht haben, gibt's gleich eine neue Lobby. Und natürlich könnt ihr euch überlegen, ob wir, äh, dann das Thema ändern oder nicht. Ich darf ja ein paar Schritte aus dem Stream nehmen, oder? Ja, also, Patrick. Also, Leute, ihr könnt Sachen, äh, also, ihr könnt Ausschnitte aus meinem Stream oder meinen Videos nehmen. Da hab ich kein Problem mit. Allerdings will ich gerne, dass das ganz klar und deutlich verlinkt ist mit meinem Kanal. Beziehungsweise, dass ihr klar macht, hey, das haben wir, äh, von dort. So, und irgendjemand hat hier Bullen? Oder ist das auch ein Filmauto? Boah, ich muss voll niesen. Jason Gernstedt, hi, grüß dich. Domni, hattet ihr schon mal ein Motorrad-Motto? Ja, das hatten wir. So, Leute, komm, wir stellen uns alle mal hier in den Weg. Kommt alle hier in, komm, wir stellen uns der Polizei in den Weg. Wir, wir streiken. Wir streiken. Kommt, Leute, kommt. Einfach so knapp. So, Peter Pan, ey, ich kann wieder schreiben. Grüße gehen raus. PB schreibt, grüß mich bitte mal. Grüße gehen raus, Digga. Hyper Gamer Gang Auto. Oh, das hört sich auch gut an. 108 Likes, Leute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und, Leute, wie gesagt, es wird mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt, wenn ihr ein Abo da lässt. Wir sind dabei, die 8000 Abonnenten zu erreichen. Jason, hi, grüß dich. Thema Gangs. Oh, das wäre auf jeden Fall auch ein gutes Motto. Paul Schausen schreibt, kein YouTube ist besser als du. Äh, danke schön. Vielen lieben Dank, Digga. Äh, Balker Matt. Thema Gangs. Also, wie gesagt, das hört sich sehr gut an. Ähm, ich würde aber sagen, komm, Leute. Baba alla Babos. Äh, danke schön, Pechmerger. Kommt, Leute, wir fahren zu den Filmstudios. Also, wir fahren jetzt zu den Filmstudios und danach wird die Lobby gewechselt. Kann Sergej auch wieder mitmachen? Oder gilt das auch, gilt das nur für YouTube? Äh, Peter Pan. Ich weiß nicht, ob Sergej oder Seroga gebannt ist oder gekickt worden ist. Weil es gibt halt hier Unterschiede in der Crew. Wenn Leute gebannt werden, können sie leider nicht mehr mitmachen. Aber, wenn Leute gekickt werden, dann haben sie die Möglichkeit, wieder hier mitzumachen. Brooklyn Banker, was ist dein Name von Discord? Äh, schreib doch mal Ausrufezeichen Discord. Ja? Äh, da kommt ein Link rein und, äh, da kannst du draufklicken. Oder du guckst einfach mal in der Videobeschreibung. Äh, da ist der Discord auch nochmal verlinkt, Leute. Ich kann euch nur empfehlen, kommt da vorbei. Kommt da vorbei und werdet Mitglied. Kostet nix. Und da ist eine richtig mega geile Community. Äh, da posten wir täglich, äh, Bilder von Autos. Wir unterhalten uns, äh, über die verschiedensten Dinge. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da beitreten werdet. Leon, können wir mal Transporter machen? Ey, Leute, ihr habt auf jeden Fall alle sehr gute Vorschläge, muss ich sagen. So, machen wir jetzt Autobewerten. Autos bewerten wir jetzt gleich bei den Filmstudios. Weil wir haben jetzt mehr als 100 Likes erreicht, Leute. Und wie versprochen, äh, werden wir danach die Lobby wechseln. Weil ich möchte gerne, dass, äh, so viele Leute wie nun möglich hier mitmachen können. Und wenn wir die Lobby wechseln, haben die da die Möglichkeit beizutreten. So, wir fahren jetzt runter, äh, Richtung, Richtung Filmstudios. Also, wie gesagt, der Vorschlag kam von, äh, Frankie vom LS. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Amaschatt FA. Okay, ich gucke da jetzt gleich nach. Sebastian, hi, grüß dich auch an dich. Herzlich willkommen. Also, Leute, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Abo und Like ist kostenlos. Und wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, wenn ich das nächste Mal online bin, beziehungsweise streame, dann aktiviert am besten noch die Glocke. Weil dann kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid. Und wer auf Nummer sicher gehen will, kommt auf jeden Fall auch in Discord oder tradet der PS4-Community bei. Mach mal billigste Auto-Challenge. Oh, das hört sich auch gut an. MX16, kannst du mich grüßen? Heißt du, Max, Max, Grüße gehen raus an dich. Freut mich, dass du zuschaust. Äh, Farshid, Asis, hi, grüße dich auch an dich. Herzlich willkommen. Sebastian Jobsen. Also, Sebastian, Grüße gehen raus an dich. Schön, dass du zuschaust. Und Leute, wir fahren jetzt zu den Filmstudios, wo wir dann die Autos bewerten werden. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr unterwegs noch die Autos reparieren gehen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Aber ansonsten würde ich sagen, fahren wir jetzt alle Richtung Filmstudio. Und da machen wir dann eine filmreife Bewertung. Aber ich muss ehrlich sagen, Leute, Hut ab an jeden Einzelnen, der hier mitmacht. Äh, wirklich. Ich sehe hier teilweise Autos, die habe ich noch nie bei einem Treffen gesehen. Äh, sprich, bei einem, äh, Film, äh, Motto. Dominik schreibt, Hashtag Like, bitte alle liken und Abo dalassen. Dann, Dominik, danke schön. Johannes S., was ist der Film von deinem Auto? Äh, von meinem Auto ist Tokyo Drift. Fast and the Furious, Tokyo Drift. So, Finn, hallo, grüße ich auch an dich. Herzlich willkommen, schön, dass du am Start bist. Also, ich muss ehrlich sagen, viele Autos von Fast and the Furious am Start. So, ich will hier eigentlich rechts abbiegen. Äh, dann machen wir das so. Ich biege hier ab. So, Paul Sopsny, grüße gehen raus an dich. Der Paul haut erstmal einen Euro raus. Also, Leute, schreibt doch mal bitte in den Chat. Hashtag Paul. Dankeschön, Paul, für deine Unterstützung. Lieben Gruß an dich. Und wirklich, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Du hilfst mir auf jeden Fall sehr damit weiter. Dankeschön an dieser Stelle. Also, wer liked, ist ein Ehrenmann. Dankeschön, Gino. So, ich habe mich jetzt natürlich verfahren. Kaum sehe ich Dollar, verfahre ich mich. Nein, Spaß. Wir fahren jetzt hier in die Filmstudios rein. Ich hoffe, die Schranke, die eröffnet. Also, Leute, alle Hashtag Paul in den Chat. So, schön vorsichtig. Was macht der denn hier? So, bitte keine Bullen, Leute. So, ich packe am besten hier hinten. So, PB, hi, grüß dich. So, also Leute, die gebannt sind, die bleiben natürlich gebannt. Das tut mir sehr leid, aber das sind die Regeln, Leute. Und an den Regeln wird nichts geändert. So, Faton, hallo, grüß dich. Baumknuddler, ist Filmautos immer noch das Thema? Ja, ganz genau. So, und hier, bei den Filmstudios, werden wir gleich die Autos bewerten. Ich steige jetzt mal hier irgendwo drauf, wo ich das Ganze so ein bisschen im Auge behalten kann. Und Leute, bitte tut mir einen Gefallen, wer die Bullen hat, der soll sie bitte loswerden. Weil sonst muss ich die Leute loswerden, die Bullen haben. Ich glaube, das Erste ist einfacher. So, gucken wir mal, wer hier parken kann und wer nicht. So, okay, ciao. Okay, hat mich gefreut, dass du da warst. Faton, wie geht es dir? Mir geht es gut, ich hoffe, dir geht es auch gut. Auf jeden Fall, herzlich willkommen, Digga. Geile Autos, danke schon, Gino. Grüße gehen raus. Hammer. Also Leute, wie gesagt, wer noch nicht geliked hat, kann das gerne machen. Ist kostenlos, genauso wie ein Abo. So. Also, hier auch der Fahrer von dem Wastelander. Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt fährt er ganz gut. Für so einen Riesenteil hier Platz zu finden, ist natürlich schwierig. Aber er verhält sich sehr gut, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Jack Daniel, hi Kollegen, was machen Sachen? Also Jack, wir machen hier gerade ein Tuning-Treffen mit dem Motto Filmautos. Und wir haben hier sehr viele Autos, die das Thema sehr gut erfüllen, der sich Max nennt. Was geht? Auch an dich, herzlich willkommen. Nico Neumann, weiter so. Dankeschön, Nico. Marlon schreibt, ich mache nachher den Talentjob-Mini. Kannst du gerne machen. Sebastian, alles klar, Sebastian. So, okay, super Video. Dankeschön. Gut, warte, ich gucke mal kurz. So, okay. Okay, Leute. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Da haben wir noch Leute, die hier so außen herum trudeln. Justin wirft den Fassbunden. So, okay, Leute. Justin wird direkt mal gebannt. So, wie heißt der Bastard? Justin 060. So, kümmerst du dich da drum oder soll ich das machen? Ja, ich mache schon. Okay, super. Gut. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt folgendes. Sobald wir den Müll hier rausgebracht haben, bestellen wir hier mal erstmal neue Autos. So, ich stelle mich schon mal hier hin. Es lohnt sich gar nicht, mit so Pissern hier umzugehen. Also, wie gesagt, gehen wir mal direkt hier zu Moss Mitchell und bestellen unser Auto neu. Wie doof muss man eigentlich sein? So, 2,29 Euro von Standard Ski. Ich feiere dich. Kannst du mich grüßen? Standard Ski. Grüße gehen raus an dich. Auf jeden Fall danke, dass du vorbeischaust und direkt mal 2,29 Euro da lässt. Dankeschön, Leute. Also, wir können das mal so machen, Leute. Ihr habt den Namen jetzt von dem Typen gesehen, ja? Ansonsten müsst ihr den Stream nachher später einfach mal nochmal zurückspulen. Macht einen Screenshot von seinem Namen, von seiner PSN. Und dann habt ihr von mir die Freigabe, ihn zu jagen, Leute. Ihr könnt mit dem machen, was ihr wollt. Da ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Ab jetzt mache ich das immer so, ja? Wer unsere Streams versucht hochzuballern, hochzujagen oder so, der hat von mir die offizielle Kopfgeld-Erledigung, Auftragskiller-Nummer. Also, ihr habt es gehört. Also, wer will, der kann den Kill, der kriegt von mir 9000 GTA-Dollar Kopfgeld. Die Jagd ist eröffnet. Also, Leute, merkt euch auf jeden Fall den Namen. Und schickt mir dann den Screenshot, wo ihr den gekillt habt. Standard Ski haut wieder 3,49 raus. Standard Ski, Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deine Spende. Also, Leute, schreibt doch mal Hashtag Standard Ski in den Chat. Also, Leute, Hashtag Standard Ski. Danke schön für deine Unterstützung, Digga. Vielen lieben Dank. Ey, ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe, ey. Vielen lieben Dank, Digga. So, okay, Leute. Formiert euch nochmal neu. Wir machen das am besten so. Endlich mal jemand, der auf der PS4 zeugt. Ja, Metzler007. Grüße gehen raus an dich. Also, Leute, alle aus dem Passivmodus raus. Markus, wie blöd die Autos waren. Dankeschön, Markus. Grüße gehen raus an dich. Also, Leute, wir formieren uns hier nochmal neu. Ja. Ups. Shit. Okay. Wir stellen uns hier nochmal an, Leute. Und von hier aus geht es gleich wieder nach dort drüben hin. Zentex, hi. Grüß dich. So, Gianluca. Hi, bin wieder da. Grüß dich, Digga. So, Markus schreibt, Markus, Dame, danke. Also, auch nochmal vielen lieben Dank an Standardski, der hier wirklich nochmal, der hier gerade gespendet hat. Grüße gehen raus an dich, Digga. Vielen lieben Dank für deine Spende. So. Da wohne ich in Digga. Nice. Wie kann man VIP werden? Standardski. Bei mir kann man VIP werden. Das stimmt. Da müsste man irgendwie gucken. Da steht irgendwie Mitglied werden, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Wenn man auf meinen Kanal... Hä? Bei YouTube Gaming? Auf YouTube Gaming müsste das funktionieren, ja. Auf YouTube Gaming gehen und da könnte man, glaube ich, bei mir VIP werden. Also, was hat man als VIP für Möglichkeiten hier? Man wird natürlich im Chat hervorgehoben. Boah, der sieht nice aus. Im Chat wird man hervorgehoben. Man hat besondere Emojis, die unsere Crew betreffen. Und, ja, und auf der anderen Seite werde ich dadurch natürlich unterstützt. Aktuell gibt es noch keinen VIP bei mir. Also, ich bin mal gespannt, wer der Erste ist. So, okay, Leute. Ich würde sagen, so langsam füllt sich das hier wieder. Wir fahren jetzt mal gleich wieder Richtung Filmstudios. Und Patrick Gamer haut ein Euro raus. Vielen lieben Dank an Patrick. Also, Leute, schreibt doch mal bitte in den Chat, Hashtag Patrick, wie lange streamst du? Also, wir haben vorhin eigentlich erst angefangen. So, und wir fahren jetzt hier Richtung Filmstudios wieder. Weil da jemand so schlau war, hier alles hoch zu jagen. Fahren wir jetzt nochmal hier rein. Und dann würde ich sagen, aber nicht wieder da runter, sondern wir tun uns hier nochmal neu formieren. Also, Leute, tut mir einen Gefallen. Parkt hier rechts, parkt hier links, verteilt euch ganz ordentlich. So, ihr müsst nicht unbedingt hinter mir sein. Ihr könnt auch hier drüben sein. Also, Leute, verteilt euch. Nutzt den Platz aus, den es hier gibt. Dann gucken wir die Autos durch. Dann werden die Autos bewertet. Und anschließend wechseln wir die Lobby. Falschi schreiben. Wie heißt du auf Instagram? Steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Moment. Vielleicht sollte ich das mal... So, ich hoffe, es hat geklappt. Standardski haut wieder 2,29 Euro raus. Alter, was ist los, Leute? Standardski. Also, vielen lieben Dank für deine Spende. Leute, haut nochmal raus. Hashtag Standardski. Dankeschön für deine Spende, Digga. Vielen lieben Dank. Grüße gehen raus an dich. Olga Dell, guten Abend. Grüße gehen raus. Also, Leute, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Hashtag Standardski reinballert. Fresh Promise. Was geht? Kannst du bitte Malaya grüßen? Malaya, Grüße gehen raus an dich. Für den Namen. So, okay, Leute. Parkt eure Autos links, rechts Kombination. So, und ich hau jetzt nochmal mein Instagram raus. Der Link, der müsste gleich unter meinem Namen kommen. So, Justin, nice. Machst du immer Tuning-Treffen? Ja, ganz genau, Justin. Tim F., grüßt mich mal. Grüße gehen raus. Also, Leute, wie ihr seht, wir sind hier jetzt alle versammelt. Tut mir einen Gefallen. Geht die Autos durch. Geht die Autos durch. Und sobald ich im Stream sage, jetzt stellt ihr euch auf das beste Auto, wo ihr sagt, derjenige, die Person hat das Motto am besten hier getroffen. So, Leute, schaut die Autos durch. Und sobald ich das Zeichen gebe, wenn ich sage, jetzt stellt ihr euch alle auf das beste Auto, wo ihr sagt, hey, der hat das Auto, oder das Motto besser gesagt, am besten getroffen. So, okay. Da bin ich mal echt gespannt. So, aber wie gesagt, Leute, stellt euch bitte nicht auf das eigene Fahrzeug. Fahrstieg schreibt, wie alt bist du? Ich bin 30, Digga. So, 991 Mitglieder. Oha, Peschmerga haut 10,99 Euro raus. Baba, Babo alla Babos, bester YouTuber. Hashtag GA, küsste deine Augenbrauen. Dankeschön, Peschmerga haut 10,99 Euro raus. Leute, schreibt mir, schreibt mal bitte alle. Hashtag Peschmerga in den Chat. Vielen lieben Dank für deine Spende. Mein Gott, Wotor. Ja, warum halte ich das verdient? Dankeschön, vielen lieben Dank, Leute. Dankeschön. Also, Leute, bitte Hashtag Peschmerga. Und Leute, jetzt könnt ihr, jetzt könnt ihr euch auf die Fahrzeuge stellen. Ab jetzt zählt es. Ich warte jetzt hier ganz kurz. Und wer noch nicht auf einem Auto steht, das wird nicht gewertet. So, Jonathan, hallo, grüß dich. Ich bin 13, grüße gehen raus. Tutu-Fan, hi, bin wieder da. Grüß bitte Moslem Kazemi und hoffe, machst du weiter. Dankeschön, Tutu-Fan, grüße gehen raus. Darf ich mitspielen? Ja, erster Link in der Videobeschreibung. Große Street lebt lang. Du bist der Beste. Dankeschön, AK-47. Grüße gehen raus an dich. Du hast es verdient. Dankeschön, Patrick. Boah, ey, ich habe hier irgendwie gerade so tierische Geräusche gehört. Also, wir gucken jetzt mal, wer hier das beste Auto hat. Boah, ey, ich weiß ehrlich nicht. Boah, krass. Äh, okay. So, und wie gesagt, Leute, wer sich noch nicht entschieden hat, Abschiedsspende muss los. Bye, bis zum nächsten Mal. Standard-Ski haut nochmal 2,29 Euro raus. Leute, tut mir einen Gefallen. Haut alle mal Hashtag Standard-Ski raus. Vielen lieben Dank, Digga, für deine Spende. Vielen lieben Dank, ehrlich. Also, Leute, alle Hashtag Standard-Ski. Dankeschön, Digga, für deine Spende. Grüße gehen raus. Dankeschön. Ich gehe jetzt mal die Autos durch. Und wie versprochen, dann wechseln wir die Lobby. So, hier haben wir bei mir direkt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute auf meinem Auto stehen. So, hier drüben sehen wir keinen. Nein. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 Leute auf dem Scooby-Doo-Bus. Nimmst du Anfragen für Crew an? Ja, die werden angenommen. Okay. Boah. Boah, das nix. So, okay. Einer ist hier schwer lustig. Also, 1, 2, 3 Leute, 4 Leute auf dem Stafford. Laserboy, Grüße gehen raus und nicht. Und ich würde sagen, wir haben einen Gewinner. Wir haben einen Gewinner und der Gewinner bin ich. Vielen lieben Dank, Leute. Ihr findet, dass ich das Motto am besten getroffen habe. Grüße gehen raus an euch. Und MXRXTZ47 haut 99 Cent raus. Leute, schreibt doch mal bitte M47 in den Chat. Hashtag M47. Danke für deine Spende. Digga, fette Grüße an dich. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Leute. Dankeschön. Also, Leute, schreibt es mal bitte rein. Wäre mega nice. Ich finde, Leute, die mich auch so unterstützen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ihr könnt es auf jeden Fall den Leuten mal gönnen. Definitiv. Dankeschön. So, okay, Leute. Jetzt machen wir folgendes. Wir werden jetzt die Lobby wechseln. So, und ich warte natürlich, dass ihr dann, dass ihr alle im Stream bescheidigt habt. Zeit bekommt, dass ich die Lobby gewechselt habe. Somit habt ihr die Chance, ja, zu sehen und mitzumachen, ja. Also nutzt die Gelegenheit, wenn ihr jetzt seht, dass ich raus bin, ja. Ich werde jeden Moment eine neue Lobby öffnen. So, Hashtag alle Spender heute. Ja, Mann. So, vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal. So, okay. Gut, wir öffnen eine neue Sitzung. So. Malon schreibt Mafia-Autos. Also, das wollte ich natürlich, wollte ich euch vorher noch fragen. Sollen wir das Thema wechseln? Sollen wir das Thema wechseln? Schreibt mal, ja oder nein? So, und die neue Lobby ist eröffnet. So, Leute, nutzt die Gelegenheit und kommt rein. Team Coolhut. Wie heißt deine Crew? Die heißt Auto Fanatics. So, okay. Alle wollen ein neues Thema. Okay, eindeutig. Die Frage ist aber jetzt, was nehmen wir für ein Thema? Was nehmen wir für ein Thema, Leute? Was wird, oha. Also, es sieht sehr stimmig aus. Was nehmen wir für ein Thema, Leute? Haut die Vorschläge raus. Oder wir machen was anderes. Moment. Ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Ich schreibe jetzt eine Zahl in den Chat. Grüß dich, Erich. Schön, dass du dabei bist. Ich schreibe jetzt eine Zahl in den Chat. Und dann müsst ihr in den Chat diese Zahl reinschreiben. Und daneben ein Motto. Okay? Boah, ich habe voll Höhenangst. Warte. So, okay. Ich schreibe jetzt eine Zahl in den Chat. Ja? Und ihr schreibt dann die Zahl rein. Ja? Plus ein Motto daneben direkt. Ja? So, und die erste Person, die das reinschreibt, das Thema nehme ich. So, okay. Seid bereit. Aber bitte, Leute, ein Thema, das wir noch nicht hatten. So. Und? Okay, Leute. Schreibt die neun rein mit einem Thema. Und ich springe hier vom Dach. Nein, tut es nicht. Oder warte, schaffe ich es bis Los Santos? So. Mafia-Auto. Okay. Armin, du hast die neun reingeschrieben und Motto, aber kein Motto dazu geschrieben. Also, Leute, ihr wolltet es so haben, wir machen jetzt Mafia-Autos. Also, Leute, macht euch bereit, bringt Mafia-Autos mit. Und, Leute, wer noch nicht geliked hat, ich würde mich auf jeden Fall freuen, lasst ein Like da. Wer noch nicht abonniert hat, Abo ist natürlich auch kostenlos. Currywurst ist auch da. Oha, Digga. Nein. Du warst das, oha, du Drecksack. Okay, Leute. Bringt ein Auto, was wirklich nach Mafia aussieht. Das muss wirklich nach Mafia aussehen. Ich hoffe, ihr habt alle ein Mafia-Auto. Ich habe natürlich eins direkt mal parat. Und das bestelle ich jetzt auch. So, und wie gesagt, Leute, wenn wir, ich würde sagen, das nächste Like-Ziel sind 200 Likes. Wenn wir die erreicht haben, gibt es wieder ein neues Motto und eine neue Lobby. Und währenddessen gucke ich jetzt mal nach Autos. Und ich kann nur an die Leute die Warnung geben, die ständig hier Bullen haben, die Bullen loszuwerden. Ist noch Platz. Also, aktuell sind 29 Leute in der Sitzung. Ey, jetzt müsste traurige Musik kommen. Alter, wie schnell ging das denn, Leute? So, ich habe hier mein Mafia-Auto. Den Conio Zetti. Der ist auf jeden Fall stabil. So. Also, Leute, bei 200 Likes machen wir eine neue Lobby auf. So, ich muss den Wagen aber schnell mal tiefer legen. Also, bitte, bringt ein Mafia-Auto. Wirklich, also Mafia-Auto muss schwarz sein. Muss definitiv schwarz sein. Walker Matt, der sieht auch richtig nice aus, der Wagen. So, man kann nicht rein. Gamer Rinaldo. Okay, dann wartet hier nicht schnell genug. Ihr müsst auf jeden Fall gucken, Leute. Wenn wir kurz davor sind, die Lobby zu wechseln, dann müsst ihr auf jeden Fall startklar sein. So, ich werde den Wagen gerade tiefer legen. Und wenn ich den tiefer gelegt habe, gehe ich runter und werde die FAs annehmen. So, und wenn ihr wissen wollt, wie man die Autos so tiefer legt, wie ich das hier gerade mache, dann solltet ihr vielleicht meine Playlist abchecken. Da habe ich ein Video gemacht, wie ihr eure Autos tiefer legen könnt. Da gibt es nämlich verschiedene Art und Weisen, die Autos tiefer zu legen. Da reicht es nicht, hier einfach drauf zu ballern. Man muss unter anderem, man darf keine schusssicheren Reifen haben und so weiter und so fort. Das sind alles Kriterien, die ihr erfüllen müsst. Aber um genaue Informationen zu bekommen, guckt ihr am besten euch das Video an. Und ich rufe jetzt mal Onkel Lester an, weil es kommen hier wieder Polizisten. So, er kommt knallhart mit dem Fahrrad. So, okay. Hier ist einer mit dem Dings Badmobil. Also Leute, bitte kein Badmobil bringen. Ja, bitte kein Badmobil, keine Spezialfahrzeuge oder so. Erstens, das Thema Filmautos haben wir gerade abgearbeitet. Und wir haben jetzt das Thema Mafia-Autos. So, wenn ihr hier mitmachen wollt, dann bitte auch das vernünftige Thema. Boah, der sieht auch nice aus. So, Yasvit. Yasvit, ich habe deinen Namen nicht weitergelesen. Oha. Alles klar. Das kann auch schon mal passieren. Donny, ich weiß, da kannst du nichts für. So, Schweizer Mart, darf ich Limo? Nein, bitte, keine extremen Autos hier. Also keine extra langen Autos. Weil an die Plätze, wo wir hinfahren, reicht es sonst nicht vom Platz her. Lol. So, Grüße gehen raus an Zwiebelkuchen. Peschmerga, diese Rapper-Stimme wieder low. Lol. WD40. Hi, grüß dich. Herzlich willkommen. Mr. Tollo. Also, das Mafia-Auto braucht andere Felgen. Das geht sonst nicht weiter. Doch, ich finde schon. Also, der sieht schon richtig babamäßig aus. Also, Leute, bitte in schwarz. Baumstamm, schau auf mein Nummernschild. Ich bin der Flu. Bist du das hier? Nee. Wo ist der Flu? So, also, Leute, tut mir einen Gefallen. Repariert die Autos. Kackasch hier, Digga. Das geht so nicht. Bei mir ist nur so ein leichter Kratzer vorne. Frank Bulldozer. So, wo ist denn der Flu? Hier. Guck mal, es hat nur mal ein Schild. Grüße gehen raus. Axel, hast du keine Autos mit Bennys? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Revan. Salam alaikum. Grüß dich. Herzlich willkommen. Noah ist auch am Start. Hi, grüß dich. Okay, Leute, auf geht's. Wie viel haben wir in GTA? Ich gucke gerade. 20 Uhr. Gut. Wir müssen natürlich so richtig Mafia-like uns auch verhalten. Sprich, an die Orte fahren, wo die Mafia sich auch immer aufhält. Und nicht vergessen, Leute, wenn wir die 200 Likes geparkt haben, dann werden wir definitiv noch eine Lobby aufmachen. Und noch ein Thema. Okay, Dominik, das ist ein kleiner Mafia-Wagen. So, okay, wir fahren weiter. Dion Gash, hi, grüß dich auch an dich. Herzlich willkommen. So, Leute, schön vorsichtig, schön langsam. Mit wem bist du Party? Ella, ich bin gerade mit meinem Schatzi in der Party. Dem lieben, lieben Dennis Can. So, Jibo schreiten. Bauchstierle. Baumknuddler, kannst du bitte FAs annehmen? Ja, oh, ja, das habe ich gerade vergessen. Werde ich direkt als nächstes machen, bei dem nächsten Spot. Noah hat geliked, danke schön. So, zieh dich mal an wie ein Mafia-Boss. Mr. Trolle, weißt du was, das ist eine sehr gute Idee. Und das werde ich auch gleich machen. Nightmensch, kannst du FAs annehmen? Mache ich jetzt gleich. Aaron schreibt, ey, lass lieber richtig kühle Autos nehmen. Können wir auch machen, Leute. Jetzt mal eine fucking Rülle, Army. Was geht? Peschmerga. Ja, jetzt Leon, habe eine Anfrage geschickt. Sehr gut, Leute. Also, freut mich natürlich. So viele neue Leute am Start. Und wir fahren jetzt direkt mal zu einem kleinen chilligen Ort. Hier kommt es natürlich drauf an, dass ihr schön vernünftig hier reinfährt, Leute. Also, es könnte hier ein bisschen knifflig werden. Wenn wir hier reinfahren, werde ich definitiv dann auch die Freundschaftsanfragen annehmen. So, schön aufpassen. Aufpassen. So, nutzt bitte den Platz, der da ist. Und macht auch bitte Platz für die anderen Leute, die hier reinfahren möchten. So. Ich weiß, manche Location, wo wir hinfahren, kennen die meisten gar nicht. Oder lernen die Leute erst neu kennen. Aber auf der anderen Seite gibt es hier Leute, die hier auch neue Locations zeigen. Also, das freut mich natürlich auch. So, ich würde sagen, ich parke hier so. So, ihr könnt gerne dahinter parken, daneben, wie auch immer. Oder da drüber. Model Director Freak. Wie kann man mitmachen? Will da mitmachen? Erster Link in der Videobeschreibung. Falschi schreibt, wo wohnst du? Ich komme aus Siegen, Leute. Ich komme aus Siegen. So, bitte schön vernünftig parken. Nutz die, äh, äh, nutz den Platz hier. Oder, Moment, ich versuche ein bisschen. Obwohl, ja, zu spät. Ne, pass auf, äh, Balker Matt, tut mir ein Gefallen. Äh, park mal dein Auto ein bisschen weg. Ich setze nach hinten, Leute. Wir machen eine Linie und gegenüber sollen die Leute auch parken können. So, Dankeschön, Balker Matt. Grüße gehen raus. Fahr noch weiter nach hinten. Ganz nach hinten, bis an die Wand. So, okay. So, Leute, tut mir ein Gefallen. So, das sieht gut aus. Dankeschön, Balker Matt. Grüße gehen raus. Das nächste Motto ist Monster Truck, bitte. Äh, das müssen wir mal gucken. Also, Leute, bitte der Linie entlang parken. Und tut mir ein Gefallen. Äh, die Lichter einschalten. So, Axel schreibt, wie viele Leute sind in der Crew? Ähm, das weiß ich so aus dem Stehgreif jetzt nicht. Äh, Black King, tut mir ein Gefallen. Stell dich an. Und zwar hier hinten. Knapp. Die Leute, die warten hier auch alle. So, ansonsten, ich würde sagen, wenn da jetzt gleich voll ist, ihr könnt hier auch, äh, an der Wand hier entlang parken. Master Gamer, nimm Crewanfragen an. Ja, wir gucken gleich wegen Crewanfragen. So, Flo, Grüße gehen raus. So, ich finde, der Wagen, der passt hier nicht so ganz rein. Der müsste schon schwarz sein. Haut mal alle auf den Like-Button. Ja, Mann. Dankeschön, Paschmerga. Also, jeder passt nicht so ganz rein. Und, ja, wie versprochen, Leute, erstmal ziehe ich mich hier um. Weil, so geht das nicht. Ich bin hier Mafia-Boss. So, Moment. Steal. Dann Out. Wow. Ey, chill mal. So, okay, wo ist er? Okay, Leute, jetzt sehe ich richtig babermäßig aus. Katzenbro, bitte als nächstes Thema. Also, Leute, wir können natürlich mal gucken, ob wir das nächste Thema überhaupt erreichen. Schaffen wir heute noch die 200 Likes. Wenn wir die erreichen, kommt auf jeden Fall noch ein Motto, beziehungsweise noch eine Lobby. Also, Leute, nutzt bitte den Platz, den wir hier haben. So, auch dieser Wagen hier. Der, ich glaube, Hotknife. Bitte in schwarz. Ja, bitte in schwarz. So, Achtung, MTV, was geht? Herzlich willkommen, Digga. Schön, dass du auch wieder am Start bist. Leute, schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Bitte keine Kratzer. So, Stone Outler. Habe gleich. Dankeschön. Lars Zimmermann. Grüße gehen raus. It's Leon. Kannst du Anfragen annehmen? Ja, mache ich jetzt. Gut, dass ihr das sagt. Also, ich vergiss das schon. So, ich muss jetzt mal hier die Freundschaft anfragen annehmen, Leute. Was geht, Leute? Ich hoffe, euch geht es allen gut. So, Marlon. Fahr zum Flughafen, um den serbischen Mafia-Bast zu empfangen. Oh, er kommt direkt mit dem Roller hier hin. Lol. Okay, bitte park deinen Roller. So, und sobald es gleich heller wird, werden wir hier gleich mal die Location nachher wechseln. Wie heißt die Crew? Die heißt Autofanatics. Und ich nehme hier gerade schon mal die nächsten Freundschaftsanfragen an. So. Ich gucke in letzter Zeit immer deine Streams. Mach weiter. So, Dankeschön, Dion. Danke auf jeden Fall für deine Unterstützung. Leute, freut mich natürlich, wenn ihr meine Streams feiert, wenn ihr da gerne mitmacht. Und Leute, ich kann euch nur empfehlen, drehtet meinem Discord bei. Der ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Michael Strauß, darf ich mitmachen? Erster Link in der Videobeschreibung. Bingo, was geht? Also, Bingo, wir haben gerade das Motto Mafia-Autos. Vorhin hatten wir das Thema Filmautos. Wir haben jetzt nun gewechselt zu Mafia-Autos. Frede Raser, aber ein Roller hat nichts mit Mafia zu tun. Ja, der bringt wahrscheinlich Pizza für die ganzen Leute. So, Boosted Man. Ich habe ein Abo da gelassen. Grüße gehen raus an dich, Digga. Also, auf jeden Fall ein Boosted-Gruß an dich. David, was geht, Bro? Bin mehr am Start, wenn du streamst. David, auf jeden Fall. Schön, dass du vorbeischaust. Grüße gehen raus, Digga. Also, ich gucke hier mal jetzt die Autos durch. Also, das sieht hier richtig babamäßig aus. So hat ein Tuning-Treffen auszusehen. Heidi. Hi, kannst du mich grüßen? Heidi, Grüße gehen raus an dich. AIM-TV, sag, was los? So, Master Gamer, kannst du Crew-Anfragen annehmen? Crew-Anfragen, äh, Denshan, gibt es weitere Crew-Anfragen? Kannst du da bitte schauen? Ja, guck mal. Okay, dankeschön. Äh, 29 Leute aktuell in der Sitzung. Wie komme ich in deine Lobby? Erster Link in der Videobeschreibung. Currywurst, das Motto hässlichste Autos muss kommen, wäre lustig. Ja, da hast du recht. Mein Auto hat einen Kratzer. Ja, das macht nichts, Leute. Also, wir wollen nicht übertreiben. Ähm, es gibt natürlich hier und da schon mal Kratzer. Nike-Mensch, nimmst du auch CE? Äh, was heißt das? Ähm, nimmst du auch CE an? Was heißt denn das? The White King, hast du einen UA? Aktuell, ja, habe ich eine UA. Warum steht dieses Auto hier? Ja, vier Crew-Anfragen. Vier Crew-Anfragen? Okay. Kannst du die Namen eventuell vorlesen? Leon555761. Ja, okay. Leon, Leon wird angenommen. Leon-YouTube. Leon-YouTube wird auch angenommen, ja. Nicolino2007. Nicolino2007, ja. Tundo, äh, TandownFM. Okay, TundoTandownFM. Grüße gehen raus, wurde es auch angenommen. Ja, Leute. Die Leute, die gerade vorgelesen wurden, äh, die haben ihre Crew-Anfrage alle richtig, äh, gestellt und wurden auch zur Crew eingeladen. Also, wenn ihr euch fragt, wie kann man, äh, die als nächstes Thema Bennys machen? Also, Leute, wir, ich kann mir das gerne mal überlegen, ähm, was wir als nächstes machen. Definitiv. Auf jeden Fall sieht das wirklich sehr schön aus hier. Tim schreibt, kannst du mal schauen? Tim, äh, gerade haben wir geschaut. Model-Traktor schreibt, wer heißt nochmal die Crew? Autofanatics. Äh, erster Link in der Videobeschreibung. So, okay, wie viel haben wir in GTA? 0.32 Uhr. Sandy schreibt, moin, Leute. Sandy hier, Grüße gehen raus. Warum wechselst du Lobby? Bei 200 Likes, Leute. Wenn wir die erreicht haben, wechseln wir. Also, Arze schreibt, Grilla, kennst du einen Theo? Äh, ja, sagt mir auf jeden Fall was. Also, ich kenne Theo, beziehungsweise Skurros, den YouTuber. Äh, also nicht persönlich, sondern ich weiß, dass er Theo heißt. Tolgi, 178 Likes. Ja, Mann. Also, Leute, wie gesagt, 200 Likes. Wird auf jeden Fall erstmal in Lobby gewechselt. Currywurst, Monster Truck Motto, äh, möchte ich haben. Ähm, ja, dann, äh, hoffen wir, dass die Leute sich dafür entscheiden. Morgen, Maskels, moin, grüße ich. Nächstes Thema, äh, Autos mit Fenster, Bus, lol, okay. Kevin Spiegel, moin, was geht auch an dich? Herzlich willkommen. Gorilla, hab eine Crew an Frage geschickt. Heiße, Hyperhawk. Oder Hyperhawk. Ähm, ja, die werden gleich nochmal durchgeschaut. Und ich würde sagen, wurde angenommen. Danke. Leon, auf jeden Fall herzlich willkommen. Also, Leute, tut mir einen Gefallen. Tut mir einen Gefallen. Haltet euch an die Regeln, wenn ihr hier mitmachen wollt. Und, ja, willkommen in der Crew. Willkommen in der Familie. So, also, äh, ich sag mal so, die Themen, die machen wir jetzt noch nicht. Äh, die besprechen wir jetzt noch nicht. Das machen wir erst, sobald wir die Lobby wechseln. Kannst du mich, please? Nein, mach ich nicht. Marlon, Autos mit Fenster. Lol. So, okay, Leute. Alle in die Autos einsteigen. Wir fahren alle der Reihe nach los. So, okay, Leute. Alle bitte einsteigen. Einsteigen. Wir fahren los. So, also, wir fahren jetzt zu einem Spot, wo wir hinfahren müssen. Wo es eigentlich wirklich Pflicht ist. It's Cav Gaming. Hi, grüß dich. Rico, ich grüße dich. Hi, kannst du mich grüßen? Und hast du ein Unlock All? The White King. Grüße gehen raus an dich. Und, ja, das ist ein Unlock All. Ganz genau. Aber den habe ich schon seit Längerem. Nimmst du FAs an? Ja, Lukas, das mache ich. Die Stahlfaust. Nächstes Thema. Also, Leute. Wie gesagt, die Themen, die werde ich so jetzt nicht besprechen. Rico schreibt. Hallo. So, Armin schreibt. Mein Fenster wurde zerstört. Also, Leute. Tut mir einen Gefallen. Passt ein bisschen auf. So, und wie gesagt, Mottos werden wir nachher besprechen. Benny, was geht auch an dich? Herzlich willkommen. Also, Leute, schon 190 Likes voll. Nur noch 10 Likes. Dann werden wir gleich nochmal die Lobby wechseln. Und eventuell auch das Thema Gamer Cut. Na, wie geht's? Herzlich willkommen. Topics Decks Reborn. Hi, grüß dich. Herzlich willkommen im Stream. Nate, hey, was geht auch an dich? Herzlich willkommen. Wie viele sind in der Lobby? Aktuell sind 30 Leute in der Lobby. So, wir fahren jetzt zum, zur Mafia Location schlechthin. Und nicht vergessen, Leute. Wir werden nachher ein Event starten. Grip King. Und zwar gucken wir, wer da der beste Fahrer aus der Crew ist. So, nichtsdestotrotz fahren wir erstmal Richtung, Richtung Mafia Location. Gib mal 10 Millionen oder lass mal Geld droppen. Ich wünschte, ich könnte es. Ohne Witz. Ich wünschte, ich könnte es. Ich habe eigentlich schon alles in GTA, was man braucht. Allerdings kann man hier leider kein Geld verschenken. So, auf geht's, Leute. Welche Klasse? Also, momentan fahren wir gerade, haben wir das Motto Mafia Autos. Und wenn du mit Klasse gleich fragst, wegen Grip King, da wird es auf jeden Fall die Sportklasse. Und das wird ein ganz bestimmtes Fahrzeug sein. Und ich hoffe, ihr werdet da auf jeden Fall alle dieses Fahrzeug haben. So, okay. Wie heißt du auf PSV? Habt dich gerade irgendwie gefunden und find dich voll nice. Dankeschön, Jugu. Grüße gehen raus an dich. Also, meine PSN, die steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wenn du mitmachen willst, kannst du auch den ersten Link in der Videobeschreibung anschauen. Was hast du für eine KD, Diego? Ich glaube, ich habe eine 1er KD. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eigentlich immer genauso viel getötet, wie ich umgelegt worden bin. Ich bin nicht so der Shooter, falls du das meinst. So, okay. Julio, hi, grüß dich auch an dich. Herzlich willkommen. Also, Leute. Wie konnte man es auch anders erwarten? Wir fahren natürlich hier zur Playboy Mansion in GTA. Weil hier treffen sich die ganzen Mafia-Bosse. Und die Uhrzeit, 2.43 Uhr, könnte nicht besser passen als jetzt. Apropos, Leute. Ich habe sogar ein Mafia-Video gemacht, Leute. So ein Cinematic könnt ihr mal gerne auschecken auf meinem Kanal. Und ich bitte euch, verjagt bitte nicht die Leute, die hier sind. Und schön ordentlich verhalten. Verteilt euch hier. So, ich werde mal hier parken. Also, bitte keine perversen Sachen hier machen. Jetzt, Leon, ich komme hier irgendwie nicht rein. Ja, Leon, das liegt wahrscheinlich daran, dass 30 Leute gerade in der Sitzung sind. Und es fehlen nur noch 5 Likes. 5 Likes, dann haben wir die 200 Likes voll. Und dann wechseln wir gleich nochmal die Lobby. So, Leute, ihr könnt auch da oben parken, ganz genau. Also, verteilt euch Schweizer Matt, Digga. Du musst mal ein bisschen langsamer machen, ja? Chill mal. So, jetzt Cave Gaming. 5 Jahre GTA. Ja, Mann. 5 Jahre GTA und ich liebe es immer noch. So, Leute, verteilt euch hier bitte. Ehrenmänner schreiben zu deren Namen. Hashtag GA. Ohne Witz. Das stimmt, Herr Schmerger. Also, wir haben hier wirklich ein paar Leute, die hinter ihrem Namen auch nochmal GA stehen haben. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Black King, kannst du meine Crew-Anfrage annehmen? Crew-Anfragen werden gleich nochmal angenommen, Leute. Diego schreibt, Hashtag PSN. Nein, Diego, du musst Ausrufezeichen PSN reinschreiben. Also, Leute, bitte nicht so Kindergarten-mäßig parken, sondern wirklich mit Gefühl. Kommt Dienstag der Karim Fruto raus? Cave Gaming, das könnte gut möglich sein. Allerdings bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil, wie wir das letzte Mal herausgefunden haben, wurde ja ein Dienstag ausgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Dienstag wieder ausgesetzt wird. Und, äh, der Dienstag danach, ähm, ein Auto... Die ziehen das auch in die Länge. Ja, ja, die ziehen das extra in die Länge, das ist klar. So, wen gehört das Auto hier? Der könnte vielleicht auch... Also, Leute, guck mal, hier hinten auf dem Gras, beziehungsweise auf der Wiese hier, ist auch noch Platz. Also, verteilt euch. Da sind so viele Autos, die hier noch rein wollen. So, Adai, gleich wirst du zu meinem Sujuk-Snack. So, Hammer. 200 Likes geschafft. Ja, Currywurst, du hast recht, wir haben es geschafft. Also, wie gesagt, hier der Besitzer von dem Hotknife, der Wagen, der passt hier nicht rein. Master Gamer, ich habe am Dienstag Geburtstag. Das freut mich, Digga, auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Tschüss, Alter. Was macht der hier? Ich gehe dazwischen. Selvan. Hey, und zwar bin ich erst seit kurzem auf GTA und habe nur wenig Geld. Wollte fragen, ob jemand helfen kann, schnell Geld zu verdienen. Selvan, wenn du Geld verdienen willst, guck mal bei YouTube auf WFG seinen Kanal. Pesuma. Hi, ich bin neu. Auch an dich. Herzlich willkommen. Wurde voll geraubt. Mein Auto ist verkratzt. Leute, bitte passt ein bisschen auf hier mit deinen Autos. So, und wie gesagt, wir haben 200 Likes erreicht. Nichtsdestotrotz, wir gucken hier gleich erstmal. Wer das beste Mafia-Auto hat. Justin, hi, bin da am Start. Alles fit bei dir? Bei mir auch. Ich hoffe, bei dir auch gut, Digga. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Oha, Digga. Was ist das denn hier? Nice. Hammer. Hier kommt eine ganze Zeit mit Straßenautos. Straßenautos, die gehören hier nicht rein. Okay, mal cut. Du bist voll cool. Dankeschön, Digga. Grüße gehen raus an dich. Also der Olli, das ist jetzt schon das zweite Mal. So, am Anfang hatte der Olli einen Roller gebracht. Und jetzt bringt er ein normales Straßenfahrzeug mit. Was gar kein, also das ist noch nicht mal richtig schwarz. Und zack. So, Olli, bitte halt dich dran. So, Baumknotter, wann wechselst du die Lobby? Jetzt gleich. Wie alt bist du? Waschmittel, ich bin 30. Also hier, der Name mit den ganz vielen Strichen und Punkten. Grüße gehen raus. Sven 151, hi, grüß dich. Nike Painter 12, hi, bin neu hier. Dein Channel gefällt mir. Dankeschön. Grüße gehen raus. Freut mich. Sven, was geht? Auf jeden Fall herzlich willkommen. So, T-Max, guten Morgen. Wenn ein anderer Leute schlägt, fliegt er raus. Er geht zu Leuten und schlägt einfach zu mir. Wer macht das? Black King oder Black Hawk, you say? Black Hawk oder Black King, wie auch immer der Name war. Bitte nicht die Leute hier schlagen. Black King, ja, jetzt wird er kaputt geschlagen. So, okay. Von hier oben mit Taschenlampe bringt auch nichts. So, Thema, ganz weiße Autos, nice. Äh, zwei Crewanfragen, kannst du die vielleicht mal vorlesen? Unterstrich Hyper, Hyper Hawk, unterstrich wird angenommen. Ja, okay. Und, äh, warte. Und Jit Tan, äh, Tan Big. Okay, gut. Also die Leute, die wurden auf jeden Fall angenommen. Also Leute, wenn ihr wirklich sicher sein wollt und hier wirklich mitmachen wollt, erster Link in der Videobeschreibung. Und wir machen jetzt folgendes. Wir gucken mal, wer das... Oh, geil. Wer das beste Auto hat, wer das, äh, Motto am besten getroffen hat. So, Leute, guckt bitte die Autos durch. Und wenn ich sage, jetzt... Wenn ich sage, jetzt stellt ihr euch aufs beste Auto. Kurt ist groß. Habt dich lieb, so Brex. Okay, let's learn. Kannst du die Lobby wechseln? Ja, das machen wir jetzt. Wir wollen aber erst hier nochmal gucken, wer das beste Auto hat. Ehren-Youtuber. Dankeschön, Sheldwan. Grüße gehen raus. BFG sein kann er? Nein, ich schreibe nochmal rein. Also du gibst einfach BFG bei YouTube ein. So, okay. BFG. So, ich stelle mich mal hier oben hin. So, Leute. Jetzt. Stellt euch jetzt auf das beste Auto. Eine Lobby ist zu klein für die Autofanatics. Wir müssen zwei Lobbys parallel hosten. Leute. Ist ja auch nicht schlecht. So. Armin Dinac. Hi, grüß dich. Ich eigentlich so. Haha, zwei Lobbys lol. Einmal Lobby gewechselt und ich komme nicht mehr rein. Oh, Mist. Also wir wechseln jetzt hier gleich nochmal die Lobby. Definitiv. Also, Leute. Stellt euch jetzt auf das beste Auto. Das Auto, wo ihr sagt, es hat das Thema am besten getroffen. Und diesmal wird mein Auto nicht dazugehören. Also, Leute. Tut mir einen Gefallen. Nicht auf mein Auto stellen. Weil ich finde, nicht der Anführer soll hier bewertet werden, sondern der Rest. Kannst du FAs annehmen? Ja, währenddessen gucke ich FAs, Leute. So. Hey. Guckt euch das mal an. Das sieht doch richtig geil aus. Also, Leute. Wer noch nicht geliked hat, Like und Abo ist natürlich kostenlos. Ihr würdet mich auf jeden Fall damit unterstützen. Und ja, wenn ihr abonniert habt, lasst einfach die Glocke aktiviert. Weil dann kriege ich dir auch Bescheid, sobald ich das nächste Mal streame. So. Und ich nehme mal direkt Freundschaftsanfragen an. So. Und sobald ich die Freundschaftsanfragen angenommen habe, werde ich jetzt mal durchschauen. Wie heißt es auf der PS4? Steht unten in der Videobeschreibung. Oder du schreibst einfach mal Ausrufezeichen PSN. Hannes Nathor. Moin, bin am Stissel. Grüß dich. Herzlich Willkommen. Und Bro. Wenn ich auf Cruise gehe, finde ich deinen Namen nicht. Um beizudrehen. Doch. Einfach Gorilla-Gesicht. Einfach mal gucken, Digga. So. Baumknudder ist voll nett. Der muss in die Lobby. Okay. So. Okay, Leute. Ich gucke jetzt nochmal die Autos durch. Und dann gucken wir mal, wer das beste Auto hat. Okay, Bro. So. Hier haben wir zwei Leute. Hier haben wir einen. Hier haben wir eins, zwei. MC Muddy. Kann man da mitmachen bei den Treffen. Ja. Erster Link in der Videobeschreibung. So. Hier haben wir einen stehen. Hier haben wir hier nochmal einen. Hier nochmal einen. Oha. Da hinten stehen aber viele. Da gucke ich gleich nochmal. So. Zwei Stück hier. Dann haben wir hier nochmal zwei. Hier haben wir einen. Ich muss aber ehrlich sagen, Mafia-Thema ist immer ein geiles Thema. So. Hier haben wir ein. Da haben wir zwei. Ein. Okay. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Der Besitzer von diesem Wagen. Wem gehört dieser Wagen hier? AK-47. Props. Nimm mal F1. Katze 265. Ja. Dann schick mal. So. Wem gehört dieser Wagen? Bitte einmal einsteigen. Dennis. Hallo. Grüß dich. Auch an dich. Herzlich willkommen. Okay. Der Wagen ist abgeriegelt. Wem gehört der? Wem gehört dieser Wagen? Oha. Bitte aufpassen, Leute. Also. Haben wir einen Besitzer. Wem gehört dieser Wagen? Ist das auf der PS4? Ja. Das ist die PS4. So. Wenn der Besitzer in den nächsten paar Sekunden nicht auftaucht. Haben wir keinen Gewinner. Wir haben. Wir haben den. Wir haben den Gewinner. Johnny Gamer. Grüße gehen raus an Johnny Gamer. Wassmann. Wie Wassmann? Wassmann heißt er. Wassmann. Oh sorry. Wassmann. Grüße gehen raus an Wassmann. Du hast das beste Auto am besten getroffen. Grüße gehen raus, Digga. So. Tide Rocks 14. Der ist schon. Eine Woche. So. Okay, Leute. Ich würde sagen. Da wir die 200 Likes erreicht haben. Da wir die 200 Likes erreicht haben. Werden wir jetzt definitiv die Lobby wechseln. Ich werde jetzt gleich wieder eine Zahl in den Chat posten. Und ihr müsst die Zahl rein posten. Plus das Motto. Ellie, wassup, Bro? Nice to see you here. Nice, Bro. So. Okay. Dennis. Dankeschön für dein Abo. Monster Trucks. Also passt auf. Ich werde jetzt eine Zahl reinschreiben. Ihr müsst die Zahl reinschreiben. Plus das Motto dazu. Und ab jetzt. So, Leute. Die 5 steht drin. Leute. Wünscht euch was. Aber bitte nicht, was wir schon genommen haben. Also die 5 und das Motto. Hässlichstes Auto. Jibo. Ihr könnt euch alle bei Jibo bedanken. Wir wechseln die Lobby. Und wir machen jetzt das hässlichste Auto. Und wir machen jetzt das hässlichste Auto. Having a good day. Yes, Bro. We're having a good day. I hope you had a good day too. We are making now the theme. The ugliest car. Also Leute. Das hässlichste Auto. Wir wechseln jetzt die Lobby. Ich warte natürlich, bis ihr alle im Stream die Benachrichtigung bekommt, dass wir hier rausgegangen sind. Und dann starte ich eine neue Lobby. So. Okay. Ich gucke jetzt gerade in den Stream. Okay. Jetzt seht ihr, dass ich im Editor bin. Okay, Leute. Von hier aus starte ich jetzt eine neue Crewsitzung. Ich hoffe, ihr habt jetzt die Möglichkeit beizutreten. Haltet auf jeden Fall den Joystick bereit. Und die Sitzung wird eröffnet. Yes. Black cars ugly. Na, Ali. We are starting now a lobby with ugly cars. So you're the ugliest car of the meat. Or in your garage. Also Leute, bringt das hässlichste Auto aus eurer Garage. Ich habe nur geile Autos. Ja, ich sage mal, da gibt es schon mal das ein oder andere Auto, was auch hässlich ist. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich muss jetzt mal gucken, welches das bei mir ist. So. Lumis Games. Hey, was geht? Herzlich willkommen. JB. Warum wird man einfach aus der Crew geschmissen? Wurde viermal getötet. JB Snuffs. Du bist heute mehrmals negativ aufgefallen. Deswegen. Viele Beschwerden über dich gesehen, die ich hier persönlich als Benachrichtigung bekommen habe. Deswegen hast du jetzt mal eine Woche Auszeit. Man wird nicht hier ohne Grund gekickt. Okay, Leute. Wie gesagt, wir nehmen jetzt das hässlichste Auto, was ihr habt. Galaxy Jamba. Hi, wie geht es? Mir geht es gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut. So, ich gucke jetzt mal in meine Garage. Welches Auto kann ich denn jetzt hier nehmen? So, Lumis. Mir gefallen deine Streams. Dankeschön. Grüße gehen raus. Kann man auch Motorräder bringen? Nein, bitte keine Motorräder. Definitiv keine Motorräder. Also, Leute. Das nächste Ziel oder der nächste Schritt sind die 300 Likes. 300 Likes ist das nächste Ziel. Wenn wir das noch schaffen, wenn wir bis 22 Uhr es schaffen, das zu erreichen, mache ich definitiv noch eine Lobby auf. Falls nicht, wird um 22 Uhr das Event Grip King gestartet. So, wie viele sind in der Sitzung? Das jetzt gleich. Also, aktuell sind es 20 drin. Beeilt euch, Leute. Beeilt euch. So. So, also. Also, nicht vom Tuning her das hässlichste Auto, sondern einfach generell ein hässliches Auto aus GTA. So, wie ihr das getunt habt, ist natürlich eure Sache. Ich möchte gerne mal neben dir den Federtier feiern, Loh. Er ist ein richtiger Ehrenmann wie Suprex. Ja, Mann, Peschmärger, da hast du vollkommen recht. Ich habe hier nur Ehrenmänner am Start. Ich hänge auch nur mit Ehrenmänner ab. Und die Leute, ihr kennt mich alle. Ich bleibe auf jeden Fall immer meiner Linie treu. So. Hat ihnen 5 Euro gespendet. Wer hat mir 5 Euro gespendet? So, ich muss aber jetzt mal gucken nach hässlichen Autos. Ich, ah, ich weiß welchen. Ich weiß jetzt welchen. Niklas Lies, ich finde deine Videos cool. Mach weiter so. Dankeschön, Niklas. Grüße gehen raus. Also Leute, wenn euch die Videos natürlich gefallen, die Streams und so weiter und so fort, dann tut mir doch keinen Gefallen und lasst ein Abo da oder ein Like. Ich gehe wieder hoch zum Büro und hole mir jetzt ein hässliches Auto. Yo, der Adai. Prank. Ne, Prank. Adai, ich habe dir verboten zu spenden. Jeder andere darf spenden, aber du nicht. So, okay. Gut, ich weiß jetzt welches Auto ich nehme. So, dazu gucke ich jetzt meine Garage hier. So, wo ist das Auto? Dazu muss ich das kurz suchen. Ich habe nämlich so meine Garagen. Okay, ich weiß welches Auto ich nehme. It's Leon, wie viele sind on? Wir gucken jetzt gleich rein. Ich komme nicht in die Sitzung. Proro, das tut mir echt leid. Also Leute, ihr müsst auf jeden Fall schnell genug sein. Ich gucke jetzt nochmal wegen FAs. So. Leon, es tut mir natürlich leid. Also wie gesagt, ihr müsst da wirklich schnell sein. Wirklich. Blacktronic, was für ein Auto kann ich nehmen? Am besten guckst du mal bei Dennis dann in die Garage. Nein, Spaß. Ja, merke ich mir. Dennis dann, wenn du willst, kannst du nochmal was reinschreiben, damit die Leute wissen, wer du bist. Beziehungsweise, dass du jemand bist, der hier auch Tuning-Treffen macht in unserer Crew. So, und ich finde, sowas sollte auf jeden Fall honoriert werden. Also, ich habe hier mal die Regina genommen. Den hatte ich letztens. Ich nehme den aber jetzt. So Leute, wir treffen uns bei Los Santos Customs. Ich weiß gar nicht, ob ich den getunt habe oder nicht. So, wie viele sind in der Lobby? Die 30 Leute. Das ist Wahnsinn, Leute. Ich weiß ganz genau. Also, 30 Leute direkt mal wieder in der Sitzung. Aber wie gesagt, wenn wir wieder die... Also, wenn wir das nächste Ziel erreichen und das sind die 300 Likes, dann machen wir definitiv noch eine Lobby auf. Also, an die Leute, die noch eine Lobby sehen wollen, beziehungsweise noch ein Thema, gerne liken. Das fasse ich dann da, äh, fasse ich dann so auf, dass ihr das gerne möchtet. Oh, das war knapp. So, ich bin mal echt gespannt. Ich gucke jetzt nicht auf die Autos. Oh, die, ey. Ihr wart aber schnell. Ich musste mich erst entscheiden, welches Auto ich nehme. Meine Güte. So, Moment. Chris, schönen guten Abend. Habe ich was verpasst? Chris, herzlich willkommen, Digga. Wir machen wieder Tuning-Treffen. Und aktuell haben wir das Thema hässlichstes Auto. So, und Leute, ich versuche das Auto ganz schnell mal zu tunen. Ich glaube, ich habe es gar nicht getunt. Ich tune ihn trotzdem. So, Sprengstoff brauche ich nicht. Hupe brauche ich auch nicht. Lichter. Ne, die bleiben original. So, Nummernschild. Was machen wir hier? So. So, da bauen wir jetzt mal richtig geiles Nummernschild drauf. Ah, das passt auch gut. Hier, Lutsche. So, okay. Gorilla Army ist natürlich mein Kennzeichen, Leute. So, was nehmen wir denn als... Naja, ich lasse die Farbe. Die passt eigentlich ganz gut. So, Federung. Schnell tiefer legen. Dann Getriebe. Turbo. Reifen. Da mache ich auch schnell was rein. Am besten mache ich hier schnell Lowrider-Felgen drauf. So, und dann noch hier Reifenmuster. Ja, Mann. Und ich würde sagen, damit habe ich das Thema sehr gut getroffen. Ich gehe noch schnell tiefer legen, Leute. Und dann komme ich runter. Also, Parkplatz ist schwer voll. Also, Leute. Wie gesagt, bitte bringt alle hässliche Autos. Also, ich kann mir ganz gut vorstellen, bei manchen Autos werde ich mir auf jeden Fall sehr verwundert sein. Habt einen Crewanfall gesendet. Okay, wird gleich angenommen. Haut mal alle auf den Like-Partner und lasst ein Abo da. Lasst uns wachsen. Gorilla Army. Ja, Mann. Grüße gehen raus an Peschmerga, der hier immer so fleißig am Unterstützen ist. So, ich will den kurz tiefer legen. Alter, ich glaube, wenn ich den jetzt tiefer lege, dann kommt der ja gar nicht mehr vom Fleck. Nee, der ist recht langsam. Ja, gut. Der Vorteil ist, wenn ich langsam bin, dann fahren wir allgemein auch langsamer. Oh, nee. So, und jetzt noch vorne tiefer legen, Leute. Und dann geht's auch los. Bartu Aker, hallo, grüß dich. Warum haben wir so eine komische Crew-Farbe? Ja, wir wechseln die halt wöchentlich. Also, Leute, wenn ihr es noch nicht wusstet, in unserer Crew, wir wechseln hier wöchentlich die Crew-Farbe. Damit es halt auch nicht so an dieser Stelle langweilig ist. Okay, er kommt gerade. Oh, der ist voll am Driften, Digga. So, Elko TV. Hi, grüß dich. Und Alex, es leckt bei mir nicht, Digga. Oha, da hinten einer mit dem ASEA. Nice. So, also Leute, Wagen muss auf jeden Fall hässlich aussehen. Und wenn ich mir das hier so anschaue, nice, Leute. Richtig nice. Richtig nice. Oha, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wer von euch nachher den hässlichsten Wagen hat. Also, Leute, auf jeden Fall alles Ehren, Leute, die hier mir den Parkplatz freihalten. Dankeschön. Aber ich würde sagen, wir fahren direkt weiter, Leute. Kommt, lasst uns keine Zeit verlieren. Ich habe mir nur mal ein Schritt machen, wo G8 draufsteht. Bingo, Scharger, Grüße gehen raus an dich. Dankeschön, Digga. So, Leute, bitte einsteigen. Los geht's. Schön langsam, schön vorsichtig. Also, wie gesagt, Leute, wenn wir die 300 Likes bis 22 Uhr schaffen, machen wir definitiv noch eine Lobby und noch ein Thema. Ansonsten fangen wir um 22 Uhr mit dem Event an. Bist du Chips? Chips, ja, gib mal was ab. Hier von oben. So, okay, also ich dachte, ich bin langsam in meinem Auto, aber es gibt Leute, die sind noch langsamer. So, Pixel PUBG, Tag, grüß dich, herzlich willkommen, Digga. Florian Hartmann, moin, alles fit im Schritt. Ja, und bei dir auf jeden Fall herzlich willkommen, schön, dass du vorbeischaust. So, und wie gesagt, Leute, wer noch nicht geliked hat und wer noch nicht abonniert hat, ist auf jeden Fall alles kostenlos, würde mich auf jeden Fall freuen. Kennst du noch G8? Ja, kenne ich noch. Bingo, Scharger. Äh, seine Sprengung vergesse ich nicht. Peter Pricks, welches Event? Wir starten nachher eine Spieleliste und da wird der Grip King gekürt. Der Grip King ist derjenige, der als Schnellstes hier fährt. Motto ist derzeit das hässlichste Auto, was ihr hier habt. Also, okay. Kann ich nicht hören, bin im Bar, gucke dich trotzdem. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Dankeschön. So, Leute. Schön vorsichtig. Team Coolhut. Wie heißt die Crew nochmal? Die heißt Autofanatics. Kev HD. Bist voll geil. Dankeschön, Digga. Und du bist voll nett. Dankeschön. Robin schreibt, lass den Daumen zerschlagen. Ja, Leute, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das macht. So, Peter, also, okay. So, Leute, bitte der Reihe nach hier parken, Leute. Komm, wir parken mal alle hier. Schön der Reihe nach. So, nutz den Platz, den wir haben. Versucht, wie Menschen zu parken. Lukas, der Gigu. Grüße mich mal bitte. Grüße gehen raus an dich, Digga. So, ich muss hier erstmal hier. Moment. Moment. Also, wenn wir bis 22 Uhr es schaffen, die 300 Likes zu erreichen, werde ich definitiv noch ein Thema machen und noch eine Lobby aufmachen. So, ansonsten werden wir um 22 Uhr das Event Gripking starten. Chris schreibt, wie lange streamst du noch? Chris, also, es wird noch ein bisschen dauern. So. Nice. Also, ich gucke mir natürlich jetzt mal die Autos an. Also, hier, Gigu, richtig nice. So, Marvin, was willst du noch für ein Thema machen? Marvin Grabe, das werden wir gleich spontan machen. Und zwar werdet ihr das natürlich wieder entscheiden. So, hier der Weasel war nicht schlecht. Ahmad hier auch geil. So, und den Chivirag, den habe ich gerade gesucht, aber nicht gefunden. So, sag bitte wörtlich deinen PSN-Namen. Also, it's Leon. Ich sage dir ganz wörtlich, unten in der Videobeschreibung steht mein PSN-Name. So. Zombie-Skiller. Kirchert rammt. Bitte nicht rammt. Und Hosenlieber9. Ich liebe deine Streams. Hosenlieber9 haut zwei Schweizer Franken raus. Also, Leute, schreibt doch mal alle Hashtag Hosenlieber in den Chat. Vielen lieben Dank für deine Spende. Also, zwei Schweizer Franken. Vielen lieben Dank. Grüße gehen raus. Patrick Reiter. Die Anfragen werden auch alle gleich angenommen. Also, Dänisch, dann kannst du zwischendurch immer gucken. Wäre sehr nett von dir. Sonst ist kein Problem. Ich kann auch gucken. Nein, ich gucke alles klar. Team Coolhardt. Habt ihr eine Anfrage für die Crew geschickt? Okay, wird gleich durchgeschaut. Also, Bad Kai. Grüße gehen raus. Schön, dass du auch am Start bist, Digga. Kindchen, jeder muss wegen dir unnötig Geld ausgeben. Wie meinst du das, unnötig Geld ausgeben? Ich bin Fabio Straßner. Hashtag Hosenlieber. Grüße gehen raus. So, Yakuza, YouTube. Hi, grüß dich. Also, Leute, alle mal Hashtag Hosenlieber in den Chat. Boah, ey, ohne Witz. Der, ne? Der gefällt mir richtig gut. Da war ich letztens auch noch am Überlegen, den zu kaufen. Florian, kannst du bitte Felix, Kilian und Florian Jafferi grüßen? Grüße gehen raus an die Jungs natürlich. Herzlich willkommen. Auch nochmal Amestream. Boah, das sieht auf jeden Fall nice aus. Vier Crewanfragen. Vier Crewanfragen, okay. Coolhut 2005. Coolhut 2005 wird gerade angenommen, ja. Ride and Smile. Ride and Smile, okay. Hoonigan. Hoonigan wird auch angenommen, ja. Und Karton. Und Karton wird auch angenommen. GTA Money. Äh, King King, guck mal. Ich weiß nicht, wie intensiv du unsere Streams hier verfolgst. Aber ich zwinge niemanden, hier unfreiwillig Geld auszugeben. Weil ich biete den Leuten an, selbst wenn die mal ein Motto nicht erfüllen, ja, können die gerne bei jemandem mitfahren. Also das an dieser Stelle, dass ich Leute dazu zwinge, unnötig Geld auszugeben. Also ich bin ein Mensch, ich kann auf jeden Fall Kritik vertragen und nehme sie gerne auch an. Und versuche sie auch bestmöglich umzusetzen. Aber bitte tut mir einen Gefallen. Wenn ihr nicht wisst, worum ich mich hier so beschäftige oder was ich hier mache, dann erkundigt euch bitte vorher. So, Leo Torres, grüß dich Gorilla-Gesicht, herzlich willkommen Patrick, Abend, grüß dich. Chris schreibt, kannst du nochmal sagen, um wie viel Uhr du morgen streamst? Äh, Chris, ich hab noch gar nicht gesagt, dass ich morgen streame. Das ist auch, das ist auch eine sehr schlaue Art und Weise, äh, herauszukitzeln, dass ich morgen streame. Also, ähm, morgen wird es wahrscheinlich keinen Stream geben oder es wird wahrscheinlich morgen Abend sein. Da müssen wir gucken, weil ich arbeite morgen. So, okay. Oha, nice. Okay, das sieht auf jeden Fall richtig nice aus, Leute. So, äh, Suprex oder Danish haben besser gesagt, schreib mal, schreib mal einfach mal in den Chat. Hier abonnieren, ja? Schreib das mal rein, damit die Leute dich abonnieren. Weil, falls du morgen ein Treffen machst mit unserer Crew, ähm, wissen die Leute ja Bescheid, wenn du es machst. Weißt du? Wenn die halt so Glocke aktivieren und so weiter. Okay, danke. So. Also, Leute, der Suprex schreibt jetzt gleich, hier abonnieren, da wo das Herzchen ist, hier abonnieren. Einfach draufklicken, abonnieren. Ähm, er macht auf jeden Fall auch Tuning-Treffen mit unserer Crew. Könnt ihr gerne abchecken. Könnt ihr sagen, auf jeden Fall einer meiner treuesten Leute. Grüße gehen raus. Vitali, äh, welche Mission bringt viel Money? Äh, ich glaube, kriminell schnell. So, Emelie schreibt, Abo ist da, Grüße gehen raus. Nein, ich weiß es nicht. Blacktronics hat geliked. Dankeschön, vielen lieben Dank. So, okay, Leute. Fahren wir weiter. Fahren wir weiter. Peter Pricks. Was machst du beruflich? Hast du sonntags, hast du sonntags arbeitest? Ich bin in der Stahlindustrie, Leute. So, okay. Tolga, es ist noch nicht 22 Uhr. Ich habe es gesagt, wenn wir 22 Uhr haben und wir nicht die 300 Likes erreichen, starte ich das Event. So, hast du nächste Woche Spätschicht? Ja, so sieht es aus. Und da werden wahrscheinlich die Streams abends kommen, Leute. Brasil 4 und jetzt ist voll. 29 Leute sind drin, der Boss Mario. Abo ist da. Sehr schön. Also, Leute, freut mich auf jeden Fall, dass ihr dem Suprex ein Abo da lässt, weil er macht genauso wie ich Tuning-Treffen mit unserer Crew. Und so macht halt immer einer von uns Tuning-Treffen. Und ich finde das auf jeden Fall richtig korrekt. Danke an jeden. Auf jeden Fall korrekt. Ja, also ihr könnt den auf jeden Fall abchecken, Leute. Ist auf jeden Fall ein korrekter Junge. Und hab dich lieb. Welches Event? Hab Abo da gelassen. Vitali, wir starten gleich das Event Grip King. Und da gucken wir gleich, wer der schnellste Fahrer aus der Crew ist. Dazu starten wir dann aber eine Spieleliste. So, okay. 260 Likes. Und noch knappe 15 Minuten bis 22 Uhr. Schaffen wir es, schaffen wir es nicht. Wie sieht's aus, Leute? Suprex, Abo ist da. Und Glocke. Sehr gut, Leute. Auf jeden Fall freut mich mega. So, bin in der Lobby. Aim-TV. Sehr schön, das freut mich, Digga. Und wir müssen mal gleich gucken, wer das hässlichste Auto hat. Ich. Ja, das sehen wir gleich. Erstmal bin ich stolz da drauf. Alter, ohne Witz. Boah, dieser Wagen, der fährt so schwammig. Kann mich jemand in die Crew einladen? Dazu musst du den ersten Link in der Videobeschreibung befolgen. Da wird dir erklärt, wie du hier reinkommst. So, okay. Wir fahren zum nächsten, äh, wir fahren zum nächsten Spot. Ein geglockte, äh, ein geglocktes Abo ist angekommen. Vielen lieben Dank. Grüße gehen raus. Ein abtrüniger Schwitzer. So, sehr schön. Auf jeden Fall, äh, sehr schöne Namen am Start. So, und Leute, bei, äh, bei dem Spot, wo wir jetzt hinkommen, bitte ich euch einmal links und rechts zu parken. Auf jeden Fall, Leute, falls ihr neu auf Gorillas Kanal seid, natürlich abonnieren, Glock aktiven, liken und auf Facebook folgen. Dann seid ihr nicht die einzigen Inder da. Ja, das ist wirklich sehr komisch, äh, dazu, also, gut, dass du es ansprichst. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe in den letzten Tagen, äh, bestimmt 100, äh, Freundschaftsanfragen von indischen Leuten bekommen. Also, nicht, dass ich was gegen Inder habe oder so, aber es hat mich halt gewundert, wie es dazu kam, dass ich, äh, so viele Anfragen gerade aus dem indischen Bereich bekomme. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Äh, Kirowicz schreibt, worauf spielst du? Spiel auf der Playstation 4. Also, Leute, bitte links und rechts parken. 264 Likes. So, und wir haben noch insgesamt 12 Minuten. So, schön verteilt, Leute. Sehr gut. Also, ich sehe hier auf jeden Fall, äh, Autos am Start, äh, die hier wirklich sehr hässlich sind. Und, äh, da wird es auf jeden Fall sehr schwer, noch hässligere Autos zu bringen. Der Boss Mario. Gorilla Army, wie heißt du auf Facebook? Äh, Facebook ist unten in der Videobeschreibung, äh, in der Videobeschreibung verlinkt. So, Leute, bitte links und rechts parken. Äh, wer ist das hier? Äh, Jigit. Park mal dein Auto bitte vor. Damit die Autos auch hinter dir, äh... Kannst du mir so eine halbe Million Dollar spenden? Ja, definitiv. Ähm, sag mir Adresse. Emi Sadi, hi, grüß dich. Kirovets Niklas. Kann man, äh, PS4 und Xbox über GTA verbinden? Leider nicht. Ich hätte es uns längst gemacht. Nicole W., kannst du Huber grüßen? Grüße gehen raus. So, also, Leute, wir gucken jetzt noch nicht, wer das hässlichste Auto hat. Und, Leute, bitte nicht aus der Reihe tanzen. Also, bitte, äh, park dein Auto. Ähm, Patrick, steck die Waffe ein. Leute, keine Waffen. NCS Leon, hi, was geht? Auch an dich, herzlich willkommen. Oha. So, okay. Ich erkläre vielleicht mal, ähm, das Event, was wir gleich starten. Zombie, hi, beneu, herzlich willkommen. Das, das, Baum. Vitali, lol, okay. So, okay, Leute, ich erkläre mal das Event. Ich erkläre mal das Event, das wir gleich anfangen. Also, wir starten gleich das Event Grip King. Und bei Grip King geht es darum, ähm, der schnellste auf einer Grand Prix-Strecke zu sein. Das heißt, auf richtigen Rennstrecken. So, und dazu ist nur ein Fahrzeug erlaubt aus eurer Garage. Und das ist der, ähm, Komet Retro Kasten. Der soll im Race-Style sein. Dieses Auto werde ich euch gleich nochmal zeigen. Und das dürfen alle mitmachen, ja. Aber ihr müsst dieses Auto haben. Und nur dieses Auto wird dann zugelassen. Simon, guten Abend, grüß dich, Lusor-Fan. Jo, was geht ab? Kannst du mich mal grüßen? Grüße gehen raus an dich, Digga. Sascha Lehn, hi, endlich dich gucken. Grüß dich, Sascha, schön, dass du am Start bist. Brasil, froh. Herzlich willkommen, Gorilla. Nice. So, also, Leute, einmal die Fahrzeuge einschalten. Wie kann man mitzocken? Munkabee, erster Link in der Videobeschreibung. Und natürlich auch die, äh, Lichter einschalten. So, wo ist denn hier persönlich? Hä? Da. Maumstamm, darf ich auch einen ungetunten Komet Retro Kasten nehmen, weil ich keinen getunten habe? Kannst du gerne machen. So, Siddhar Polat, hi, grüß dich. Raptor CYS. CYS, hi, was geht, Digga? Herzlich willkommen. Rebel Beats, kannst du mich grüßen? Rebel Beats, grüße gehen raus an dich, Digga. So, nice. So, Leute, die letzten acht Minuten laufen. So, und ich denke, es wird schwierig. Also, es fehlen uns nur noch 30 Likes bis zu den 300. Wenn wir die 300 erreichen, mache ich noch ein Lobby auf mit Tuning-Treffen. Ansonsten starten wir gleich das Event. Huma, bitte, lass deinen Wagen stehen. Kannst du Facebook-Anfragen annehmen? Äh, Boss Mario, das mache ich nach dem Stream. Siddhar Polat, spielst du auf der PS4? Ja, oha. Äh, ich spiele auf der Playstation 4. Chris schreibt, am Ende des Streams können wir dann mal so Bilder machen, Gruppenbilder oder so. Ja, können wir gerne machen. Orestes Siso, hi, grüße ich auch an dich. Herzlich willkommen. Und so, nichtsdestotrotz, Leute, wir machen jetzt folgendes. Wir fahren jetzt hier mal weg. Äh, wir fahren zu einer Ecke, äh, wo wir die Autos in Ruhe bewerten können. Oder wo wir ausmachen können, wer das hässlichste Auto hat. Wo ist Bumple B? Äh, Scheldorf. Wir hatten das Thema Filmautos am Anfang vom Stream. Mittlerweile hat sich das Thema geändert. Wir haben momentan, äh, als Motto Autos, beziehungsweise die hässlichsten Autos in GTA. Emre, wie alt bist du? Emre, ich bin 30. Äh, Stone Outlaw, weil ich werde nicht angenommen. Ja, dann solltest du, äh, dir das Video, also den ersten Link in der Videobeschreibung nochmal ganz genau angucken. So. So, Leute. Nur noch sieben Minuten. Die Uhr läuft. Die Uhr läuft. Wenn wir die 300 Likes voll machen, dann gibt es noch ein Motto, beziehungsweise noch eine Sitzung. Boah, was krass ist. Dieser hässliche Wagen. Dieser Turbo-Geräusch. Richtig geil. Der ist nicht, was nicht. Findest du den schönen Wagen? Komm, ein Arscher. Richtig geil, breit. Tschüss. Alter, Digga. Der hat zu viel Leistung. So, okay, Leute. Wir fahren jetzt zum nächsten Ort. Und bei dem Ort wird geguckt, wer das hässlichste Auto hat. Jan Gülteking. Guten Abend. Herzlich willkommen, Jan. Grüße gehen raus. So, okay, Leute. Wir fahren jetzt hier mal zum Aldi-Parkplatz. Und auf dem Aldi-Parkplatz gucken wir, wer das hässlichste Auto hat. So, ich versuche nochmal einen Drift zu machen mit dem. Ist doch das Lidl. Nein, das ist nicht Lidl. Die haben hier renoviert. Und das heißt ab jetzt Aldi. Aldi hat übernommen, weißt du? Alex LP, hi, grüß dich. Lass alle einen Like da. Also Leute, noch 20 Likes fehlen. Und die Uhr läuft. Wir haben nur noch 6 Minuten. Wenn wir die 300 Likes packen, gibt es auf jeden Fall noch eine neue Lobby. Beziehungsweise noch... Oha. Also jetzt sieht mein Auto richtig hässlich aus. Leute, chillig. Also der Weasel-Newswagen. Ich glaube nicht, dass der gerade hinter mir war. Leon, bitte. Weil das sorgt dann hier für Komplikationen, Leute. Oleg hat immer zu Aldi. Chris, guter Tag bis morgen. Schön, dass du da warst. Gut, warum... Wann machst du Gripking? Ich will auch gleich dazu stoßen. Daniel, wir starten gleich Gripking. Wir haben nur noch 5 Minuten. Wenn die Leute die 300 Likes nicht voll machen. Oder wenn wir es nicht schaffen, fangen wir gleich an mit Gripking. Also Leon, tu mir einen Gefallen. Nimm deinen Wagen und park den irgendwo da hinten. Cedar Pullard, wie heißt es auf der PS4? Steht unten in der Videobeschreibung. Alex L.P. schreibt, bester YouTuber. Dankeschön, Digga. Also Leon, nimm dein Auto. Tschüss, Abendessen. Digga, locker flockig. Also Leon, nimm deinen Wagen und park den da hinten auf dem Parkplatz. Bitte nicht dazwischen quetschen. Auch hässlige Autos haben ihre Ehre. So, ist das ein Fister-Komet? Gleich, ja, gleich machen wir Fister-Komet. So, also Lukas schreibt, bin wieder da. Bester Mann, was ist das Thema? Also das Thema sind gerade hässlige Autos. Und wir haben aktuell nur noch 4 Minuten. 13 Likes fehlen noch bis zu den 300. Wenn wir die 300 erreichen, machen wir noch ein Motto, noch ein Thema. Falls wir die 300 nicht erreichen, werden wir mit Gripking anfangen. Sufo, Elb-Gitar. Wo hast du eine Milliarde? Ich habe keine Milliarde. Omit schreibt, heute habe ich gebüßt. Okay. Christian Schneider, 21.56 Uhr. Ja, die Zeit läuft, Leute. So, okay. Ich würde sagen, wenn jeder geparkt hat, schaltet auf jeden Fall die Lichter von euren Autos ein. Und wir schauen jetzt, wer das hässlichste Auto hat. Tut mir einen Gefallen, Leute. Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Jibu, ja, ich werde auf jeden Fall euch die Zeit gleich geben. Zum Tune. So, okay. Also, Leute. Ihr habt jetzt noch ein paar Minuten Zeit, hier die Autos durchzuschauen. Ja. Und dann sage ich gleich, jetzt im Stream. Wenn ich jetzt gesagt habe, müsst ihr euch auf ein Auto stellen, wo ihr sagt, das ist das hässlichste Auto von dem ganzen Treffen. Chris, okay, das freut mich, Digga. Oh, noch 10 Likes. Also, Leute, 3 Minuten und 10 Likes fehlen noch. Also, das wird auf jeden Fall eine sehr knappe Geschichte. Aber bitte nicht rumschießen, Leute. So, und ich würde sagen, jetzt. Jetzt muss jeder sich auf ein Auto stellen. Jetzt muss jeder sich auf ein Auto stellen. Jetzt muss sich jeder entschieden haben. So, ich warte natürlich, bis ihr das Ganze im Stream auch mitbekommt. So, noch 2 Minuten, Leute. Und 10 Likes fehlen. Oh, nur noch 4. Nur noch 4, Leute. Mal gucken, wer schneller ist. Die Likes oder die Uhr. So, Christian Schneider. Jetzt, ganz genau. Also, Leute. Bitte stellt euch jetzt aufs hässlichste Auto. So, bitte kein Geballer. Also, Leute, wer hier irgendwie Gangmitglieder auf dem Hals hat, der soll Selbstnot machen oder die loswerden. Jubo schreibt, kannst du bitte FA nehmen? Ja, mach ich. Alle liken. Dankeschön, Team Kool. Oha. 299 Likes. Krass. 299. Noch 2 Minuten, Leute. Bei mir sind schon 300. Bei mir wird 299 angezeigt. 300. 21. 21.59. Die Zeit läuft. Ich kann gerne ein Foto davon machen. 305 Likes. 304 Likes habe ich bei mir. Also, Leute. In letzter Minute habt ihr alles noch gerettet. Und euch dazu entschieden, dass wir auf jeden Fall noch eine Lobby aufmachen. Und daran werde ich mich natürlich halten. Aber bevor wir das machen, gucken wir, wer das hässlichste Auto ist. Also, Leute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Also, hier haben wir 2 Leute stehen. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Leute stehen. Also, Leute. Auf jeden Fall an dieser Stelle vielen lieben Dank auch nochmal an die Leute, die hier kräftig geliked haben. Und mehr sehen wollen. Definitiv. So, Orestis. Du solltest vielleicht den Stream aktualisieren. So, hier haben wir einen. Hier haben wir einen. Einkaufswagen zählt nicht. So, wer Bullen hat, soll die Bullen bitte loswerden. Also, einer steht bei mir sogar. Dann haben wir hier 1 und da nochmal 2. Leute, lasst die Waffen stecken. Oha. Okay. Okay. Das wird sehr knapp. Also, hier haben wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Oh, das sieht geil aus. Okay, Leute. Wir haben das hässlichste Auto vom Treffen. Und der Gewinner ist. Bitte einmal einsteigen. Wer hat das hässlichste Auto? Hier gießt ihr auch einen Benzin. Bitte kein Benzin gießen, Leute. Also, wen gehört das hässlichste Auto? Tobi. Er heißt Tobi, glaube ich. Tobi, die Player. Grüße gehen raus an dich. Tobi hat das hässlichste Auto. Und Leute, wie versprochen. Ich halte mein Wort. Wir starten eine neue Lobby. Aber vorher nehme ich noch schnell die Freundschaftsanfragen an. So, Freundschaftsanfragen werden gerade angenommen. So, und ich schreibe jetzt in den Chat wieder eine Nummer rein. Und ihr müsst die Nummer reinschreiben, die ich reinschreibe, plus ein Motto, was ihr euch gerne wünscht. Also, ihr müsst euch jetzt, ihr müsst euch jetzt, ihr müsst richtig aufpassen, Leute. So, okay, ich stelle mich mal hier, dann habe ich euch alle im Blick. Also hier, Homer, park dein Auto und chill. So. Auf dem Boden ist ein Herz. Oh, Baumstamm. Digga. Nice. Boah, ey, Leute, guckt euch das mal an. Boah, Künstler Picasso. Boah, la Picasso. Warte, ich mache einen Screenshot. Warte mal. Hammer. Also, Baumstamm, warst du das, Digga? Leute, kommt mal alle hier hin. Kommt mal bitte alle hier hin. Kommt mal alle zu mir. Boah, ohne Witz. Kommt mal bitte alle hier her. Keiner, keiner, keiner bitte da draufstehen. Ich will das, boah, das. Genau, kommt mit den Autos mal hier so. Kommt mal so drumherum. Boah, ohne Witz. Ey, das macht mich gerade voll glücklich. So, bitte nicht in der Mitte stehen, Leute. Kommt da raus. Kommt mal mit den Autos so ein bisschen näher und macht das, schaltet euer Licht ein. Ja, aber Nico, übertreib nicht dein Leben, Digga. So, boah. Aber chillig, Leute. Drumherum, bitte. Drumherum. Drumherum, Leute. So. So, bitte drumherum, Leute. Leon, fahr ein bisschen zurück. Mein Gott, Leon. Leute, drumherum. So, ein bisschen zurück. Jawohl. Sehr gut. Die Lichter einschalten. Wie geil. Leute, kommt mal alle hier in die Mitte. Stellt euch mal alle hier ins Herz rein. Boah. Wie geil ist das denn? Kommt mal alle hier rein. Stellt euch ins Herz rein. Richtig nice. Der hat Drivers Auto geklaut. Boah. Guckt euch das mal an, Leute. Ohne Witz. Ich bin mega stolz drauf. Ohne Witz. Richtig nice. Hammer. Tut mir einen Gefallen, Leute. Holt mal alle Taschenlampe raus. Alle Taschenlampe rausholen. Alle Taschenlampe. Und macht mal so in die Luft. Haltet mal die Taschenlampe so in die Luft. Alle die Taschenlampe hoch in die Luft. Alle die Taschenlampe hoch in die Luft. Boah. Boah. Wie geil ist das denn? Alle Hashtag nice in den Chat, Leute. Hashtag nice in den Chat. Wie geil ist das denn? Bitte bleibt so. Bitte bleibt so. Ich versuche. Warte mal. Oh shit. Sorry. Oha. Alle brennen. Scheiße. Sorry. Oh nein. Oh nein. Was habe ich gemacht? Dann sehen wir sowas schon besser. Oh scheiße. Und der Clip, der konnte noch nicht mal gespeichert werden. Ey Leute. Vielen lieben Dank. Ohne Witz. Damit hätte ich jetzt mal gerechnet. Ich habe gespeichert. Sehr schön. Das freut mich. Die Bilder kannst du mir nachher mal schicken. So. Okay Leute. Ich schreibe jetzt eine Nummer in den Chat. Ich schreibe jetzt eine Nummer in den Chat. Und ihr schreibt dann auch die Nummer in den Chat. Plus ein Motto. Okay. Ab. Jetzt. Gorilla wird sofort gebannt. Also Leute. Schreibt die Nummer 3 mit einem Motto rein. Aber bitte kein Motto, was wir schon hatten. So. Gangautos. Monster Trucks. Okay. Currywurst. Du hast dir die ganze Zeit gewünscht. Wir machen Monster Trucks. Gangautos ist jetzt schwierig. Aber Monster Truck wird leicht. Also Leute. Wir machen jetzt eine neue Lobby auf. Und dann bringt ihr alle Monster Trucks. So. Aber Dankeschön, dass ihr alle eine Bewertung abgibt. Beziehungsweise, dass ihr alle direkt dann auch mal für ein Motto stimmt. So. Und ich warte jetzt wieder. Bis ihr alle im Chat Bescheid bekommt. Beziehungsweise im Stream, dass ich rausgegangen bin. Und von dort aus starten wir dann eine neue Sitzung. So. Okay. So Leute. Also bringt alle Monster Trucks mit. Ich bin mal echt gespannt, ob wir das alle hinbekommen. Ob alle einen Monster Truck haben oder nicht. Sehen wir auch gleich. Also Leute. Wer keinen Monster Truck hat, kann gerne bei jemandem mitfahren. Du hast das Herz nur in Brand gesetzt wegen deiner KD. Nein. Nein, ey. Ohne Witz. Ich habe die schlechteste KD, glaube ich, im ganzen Spiel. So. Jetzt habe ich die Crewanfrage gesendet. Nimm sie bitte an. Ja. Wir gucken jetzt nach Crewanfragen. Ja. Ist was Neues reingekommen? Ich gucke kurz. Okay, sehr gut. Bist du am Essen? Äh. Ja. Ohne mich? Ich habe doch gesagt, soll ich dir was rüberwerfen? Ja, werf mal was rüber. Ich habe voll Hunger bekommen. Hier, fang. Hier. Okay. Oh, Digga. Das schmeckt richtig geil. Schweinefleisch. Ja, Schweinebestefleisch. So, okay. Büro verlassen. So, ich muss los. Wann streamst du wieder? Jubo, ich weiß es noch nicht. Also, ihr könnt gerne den, ähm, den Dennis-Chan abonnieren. Es könnte sein, dass der morgen Abend oder Nachmittag, je nachdem wann er Zeit hat, streamt. Also, okay, Leute. Wie gesagt, das Thema sind jetzt Monster Trucks. Und dazu will ich mal kurz gucken, ob ich auch einen Monster Truck habe. Dazu gehe ich mal zu Warstock. Gehst du, Kissel? Kissel, ja, klar kenne ich das. Ah, mein Mund brennt gerade davon. Okay, hier den Marshal, den will ich gerne haben. Oh, der kostet nichts. Dann nehme ich den direkt. Ich glaube, das sind 1000 Mitglieder, ne? Lama nicht. Warte mal, ich kann, warte mal. Okay, der Marshal, der war gerade bei mir kostenlos. 999 Mitglieder. 999 Mitglieder. Also, wer wird das tausendste Mitglied? Einen Moment. Oh, der Satellit zu lange. Jetzt ruhe ich den Mechaniker an. Ja, die Seite lässt sich Zeit, das Lied. Warum rufe ich Merryweather an? Warte mal. So, Pegasus muss ich doch anrufen. Männer, wo sind die? Oh, meine Anfrage und das tausendste Mitglied ist der U-Boot 2005. U-Boot 2005, du bist das tausendste Mitglied. Leute, wir haben soeben die 1000-Mitglieder-Marke erreicht. Zum ersten Mal in unserer Crew-Geschichte. Also, Leute, schreibt mal alle Hashtag 1000 in den Chat. Krass, Leute, wir sind schon tausend Crew-Mitglieder. Das ist der Wahnsinn. Boah, ich kann es nicht glauben. Grüß dich, Marcel B. Leute, alle Hashtag 1000. Krass. Hammer. Hätte ich niemals gedacht. Ey, das ist... Wahnsinn. Krass, Leute, krass. 1000 Crew-Mitglieder. Also, Leute, heute werden keine Crew-Mitglieder-Marke genommen. Leider. Also, natürlich müssen wir jetzt gucken, wie das Ganze hier weitergeht. Das heißt, wie machen wir weiter? Wie läuft das Ganze? Ich werde natürlich gucken, dass aktive Leute in der Crew... ...in der Crew bleiben. Nein! Mein Fahrzeug ist verschwunden. Warte mal. Oder, nee, warte mal. Ich bleib bei dir, Jibo. So, also, wir müssen dann natürlich gucken, wie wir das in Zukunft jetzt fortfahren. Die Leute, die natürlich nicht auf der Playstation 4 sind und trotzdem in der Crew sind, die muss ich dann natürlich irgendwo raustun. Ey, Digga, ich kann kein Dings bestellen. So, okay, Leute. Kurzen Moment. Wo dran liegt das denn jetzt? Irgendwie wird mein Wagen hier nicht... Okay, wir müssen woanders hinfahren. Also, Leute, bringt alle bitte einen Monster Truck. Ich weiß nicht, warum, aber bei mir ist gerade ein Monster Truck kostenlos. Wir treffen uns am besten am Strand. Oha. So viele Leute auf einen Punkt ziehen. Wahnsinn, ey. Tausend Crewmitglieder. Ey, das ist... Ich weiß nicht, was ich da so sagen muss, aber ey. Das ist der Wahnsinn, Leute. Tausend Leute. Also, es werden aber auf jeden Fall in nächster Zeit Leute aus der Crew rausgetragen, die natürlich nicht auf der Playstation 4 sind, Leute. Und die natürlich eine versteckte Benutzernahme haben. Also, ich schreibe jemanden in den Chat, dass man auch einfach beim Dings vom Maze Bank Tower da aus dem bestellen kann. Also, ich fahre jetzt zum Strand. Wenn der Wagen jetzt dann nicht gespawnt wird, dann muss ich, wie du schon sagtest, zum Maze Bank zurück. So, alles Currywurst ist seine Schuld. Also, jeder hier mit dem Komet Retro Custom, der Wagen, der wird jetzt noch nicht genommen. So, Leute, bitte die Bullen weg. Ich will mich nicht ständig wiederholen. So, ich wette, wenn wir da hinfahren, wird der Wagen weggespawnt. Also, Monster Trucks, Leute. Alle Monster Trucks bringen. Okay. Auto. Also, Pegasus bringt mein Auto einfach nicht. Deshalb muss ich jetzt zum Maze Bank fahren und mein Auto holen. Oh, shit. Oh, shit. Die Bullen, die waren plötzlich vor mir. Nein. Okay, Leute, ich fahre kurz zum Maze Bank, da besorge ich mir dann... Hä? Obwohl ich eine türkische Flagge dran habe, habe ich einen deutschen jetzt. Ja, du hast wahrscheinlich meinen, oder? Nein, Integration. Integration. So, oh. Grüße gehen raus an Jibri. So, Pascal Petty. Hallo, grüß dich, herzlich willkommen. Also, ich fahre jetzt hoch zu meinem, ähm, zu meinem Tower. Von dort aus versuche ich mir dann einen zu bestellen. Ich hoffe, Rockstar macht kein Auge. Ey, hätte ich nicht gedacht. Ohne Witz, ich habe eigentlich, ich bin davon ausgegangen, hey, bis zum Ende des Jahres kriegen wir die tausend Leute in die Crew. Alter, und jetzt? Und das war vor einer Woche oder so. Und jetzt sind wir schon bei tausend. Wahnsinn. Und jeder musste eine Crewanfrage stellen. Es war nicht so, dass hier Leute, äh, also so einfach so in die Crew rein konnten. Sondern jeder musste eine Crewanfrage stellen. Und das, das war Wahnsinn. Darupa, hi, grüß dich. Mir geht's gut, ich hoffe, dir geht's auch gut. Loki schreibt alle ein Abo und ein Like-Button sprengen. Dankeschön. Loki, grüß dich hin raus. So, Pegasus. So, ich gucke jetzt mal. Da, Marshall. The Concierge, okay. So, okay. Also Leute, wir sind natürlich auch auf dem Weg zu, äh, 7300 Abonnenten. Es fehlen nur noch sieben Leute. Wahnsinn, Leute. Heftig. Schaffen wir es, die voll zu machen? Wer hat noch nicht abonniert? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Abo und Like ist alles kostenlos. So, okay. Ey. Da hinten fährt jemand mein Kinder. 98, Digga. Bring meinen Wagen zurück. Ey. Das ist nicht dein Ernst. So, okay, Leute. Gut. So, Loki hat recht. Ich gehe doch nicht, finde ich zu interessant. Dankeschön, Loki. oder beziehungsweise Yubi und Yubu und Luki. Vielen lieben Dank. Also Leute, das Thema ist jetzt Monster Trucks. Kommt bitte nur mit dem Monster Truck. So, was anderes, bitte nicht. Ich fahre hier einfach mal querbeet. Oha. Boah, das könnten wir jetzt gleich mit der Crew machen. Was meinst du? Kann man den tiefer legen. Den kann man bestimmt tiefer legen. Gamer HD, hi, grüß dich. Julian, was geht? Auch an dich. Herzlich willkommen. Boah, okay. Gut, Gelände ist jetzt doch nicht so heftig. Aber es geht. Boah. Soll ich jetzt rüberfahren? Ja, ich fahre hier drüber. Oder auch nicht. Ich fahre außen. Hi, Julian, Pirat mit dem türkischen Monster Truck. Ich habe zu ihm gesagt, lass mal tauschen. Ich hatte einen Deutschen. Er sagt, naja. So, Servus. Keine Ahnung, hast du eine Crew? Ja, ich habe eine Crew. So, Jibo, so viele Türken hier. Da bin ich jetzt mal gespannt am Strand. Und hast schon Plätzchen gebacken? Marcel, ja, meine Frau, die hat die gebacken. Nice, auf jeden Fall nochmal. War richtig lecker. So, okay, Leute. Wir treffen uns am besten am Strand. Und ich will keine Bullen hier sehen. Ich will hier keine Polizei sehen. Nix. So, ich würde sagen, wir versammeln uns dort hinten. Machen eine Reihe. Das ist lustig, Kiriwurst. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Wie lustig das wird. So, ich stelle mich jetzt mal hier. Alle bitte links von mir aufstellen. So, Leute. Nur Monster Trucks. Keine Geländewagen oder sonst irgendwas. Wie zum Beispiel der Sandking da hinten. Sondern wirklich Monster Trucks. Und Leute, schön vernünftig. So, Bunker B. Sagt mal, nehmt ihr irgendwann auch Crewanfragen an? Bunker B. Wir haben die ganze, also den ganzen Stream über nur Crewanfragen angenommen. Also Leute, bitte schön vernünftig. Was macht er denn da? Ernsthaft? So. Ich gucke natürlich, wer hier gleich noch Bullen hat oder so. Ähm, der wird hier rausgeschmissen. Ja, wir... Oha, ey, Digga. Diese Hupe, die... Die nimmt mich auseinander. So, wir fahren hier locker chillig los. Kommt. Alter. Hat es das schon in GTA gegeben? Monster Truck treffen. So, Leute. Ich warte hier. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, dass ich losgefahren bin. Schön vernünftig. Guck mal, ich verarsche euch jetzt mal. Mal gucken, wer da durchfährt. Okay, Leute. Geht ihr? Oh, der Egon ist am Start. Grüß dich, Digga. Ich hoffe, dir geht es gut, Egon. Schön, dass du da bist. Leo, was geht? Auch an dich. Herzlich willkommen. Ja, Leute. Ich hoffe, euch geht es gut. Ähm. Wir haben heute einen weiteren Meilenstall in... in dieser Crew erreicht. Und zwar haben wir soeben 1000 Crewmitglieder erreicht. Und freut mich auf jeden Fall, dass ihr am Start seid. Was machst du? So, wir machen jetzt noch ein kleines Monster Truck Treffen. Wir machen noch ein kleines Monster Truck Treffen. Und im Anschluss starten wir das Event Grip King. Da gucken wir nämlich, wer ist der schnellste Fahrer aus der Crew. Und dazu haben wir ja eine Spieleliste erstellt. Und am Ende dieser Spieleliste ist der Gewinner natürlich unser Grip King. Gabelstapler Treffen. Oh, shit. Ich habe hier jemanden überfahren. Sorry. Ey, Gabelstapler. Das wäre geil. Boah. Aber ohne Witz, ne. Ich finde, der Marshal, boah, der hört sich so geil an. Also der Motor von dem Monster Truck. Wir müssen natürlich jetzt hier irgendwo parken, wo, ja. Ich dachte, das wäre einer von uns. Wir müssen natürlich jetzt irgendwo parken, wo wir alle reinpassen. Ich denke mal hier. Das könnte hinhauen. So. Hm. Tschüss. Also bitte, Leute. Schön vernünftig. So wie immer. Und hört mal auf, hier ständig die Leuchtpizzole abzufeuern. So. Also, Monster Truck Treffen. Das wird jetzt natürlich... Ey, Leute. Hier, ganz ruhig. Ganz chillig. Oh, hier ist einer. Der ist fort. Den müssen wir... Kurzerhand. Okay, sehr gut. Oh, hier ist gerade ein Monster Truck frei geworden. Kann man da einsteigen? Ne, leider nicht. Also, Leute. Bitte parkt jetzt hier in den gekennzeichneten Flächen. Love Nissan GTA. Hey, was geht? Herzlich willkommen. Oh, ey. Aber diese Hupe, ne? Das Hupe, also... Das halte ich nicht aus. Definitiv nicht. Alter Schwede. Boah. Meine Ohren. Okay, das sieht doch super aus. Also, bitte parken. Ernst of Kills auch an dich. Bitte jetzt einmal parken. Kirschaft, kannst du mich grüßen? Besser, Mann. Grüße gehen raus an dich. Also, bitte parken. Ich will hier ein, zwei schöne Bilder machen. Kommt jetzt wirklich mit dem Mountainbike? Alles klar. So, bitte parken, Leute. Bitte parken. Ich will hier jetzt ein vernünftiges Bild hinkriegen. Sehr schön. Domi, Grüße gehen raus an dich. So, Ernst of Kills. Also, ohne Witz. So, ich würde sagen, Leute. Wir fahren jetzt der Reihe nach. Los. Und zwar fahren wir dann jetzt mal so Richtung... Kurt ist da. Nee, Spaß. Wir fahren Richtung Berge. Also, da hinten kommt wirklich wieder einer mit dem Sun King. Derjenige, der fliegt gleich raus. Nico Linius. Und der hat noch Bullen am Start. So, letzte Warnung an den Nico. Laserboy hat auch Bullen. Laserboy, wer die Bullen los? Sonst sind wir dich hier los. Abschiebe. Schön langsam, Leute. Schön langsam. Hey, nur weil wir jetzt Monster Trucks fahren, heißt das nicht. Wir fahren hier wie Monster. Blue Rider, was geht? Moin, grüß dich. Ich muss jetzt leider gehen. Sorry, mach einen Platz. Viel Spaß. Glückwunsch, Gorilla. Und ja, Dankeschön an den lieben Tolga. Adai, hallo, grüß dich. Ich befürchte auch was. Ah, sehen wir dann. Du weißt ja, was man will. So, älter Senna. Hä? Okay. Ali schreibt, kannst du mich grüßen? Ali. Ali. Ali, war die Grüße gehen raus. Oh shit. Ich sollte lieber auf die Straße gucken. Kann ich auch mitmachen. Hab aber keinen Truck. Ja, du kannst gerne bei jemandem mitfahren, Digga. So, kannst du in Ego fahren, bitte? Okay, wenn du das gerne möchtest, dann mach ich das mal. Boah, der ist richtig hochgeflogen. Tschüss, Alter. Also, das Ding, das hört sich richtig brutal an. Ohne Witz. Munter Al, kannst du mich grüßen? Alter, was stimmt nicht mit dir, Digga? Warum ballert er hier plötzlich? Toll, jetzt sehe ich natürlich nichts mehr. So. Oha. Oha. Ja, ich sehe schon, Alter. Was geht denn da ab? Oha. So, wie lange streamst du noch? Boah, das... Also locker noch. Eine Stunde, anderthalb. Keribus hat meinen Truck geklärt. Keribus, gib den Truck zurück. Brutaler Bust. Oha. Er meint ja, wenn wir durch den See hier fahren, würde der Truck das überleben. Ich glaube nicht, ne? Easy. Easy. Wie kann ich joinen? Erster Link in der Videobeschreibung. Levent, Yusuf. Hammer, krass, Digga. Grüße gehen raus, Digga. Fabi, was geht? Auch an dich? Herzlich willkommen. Ne, da fahren wir nicht her. Das sieht so tief aus. Lieblings-Youtuber irgendwann. Dankeschön, Munter. Boah, Alter. Justin, hey, grüß dich. Herzlich willkommen. Nein. Nein. Vorsichtig. Vorsichtig. Ohohohoho. Ohohoho. 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 Vorsichtig. Alter. Ich sag's dir. Ohohohoho. Ohohoho. Digga, Digga. Und tschüss. Und tschüss. Ach, scheiß drauf. Alle hinterher. Oh, shit. Justin, ne neue. Herzlich willkommen, Justin. Auf geht's, Leute. Kommt. Auf wie mit Gebrüll. Boah, Digga. Boah, einmal Krabi drüber. Ey, Leute, bitte nicht die Trucks von anderen Leuten klauen. Ohohoho. Okay, wir fahren mal hier aus. Die Crew ist voll. Ja, keine Ahnung. Du musst warten. Äh, in den nächsten paar Tagen werden die, äh, wird die Crew, äh, paar Mitglieder verlieren. Hast du Unlock All? That's what's. Ja, hab ich. So, wann gibt es ein neues Motto? Äh, nach diesem Motto. Was hab ich verpasst in den letzten 40 Minuten? Pro-Gamer-Last. Pro-Gamer-Last. Spulen mal 40 Minuten zurück. So, alle hier rechts von mir aufstellen, bitte. Rechts von mir. Schön chillig, Leute. Schön chillig. Esa-Chan. Cooles Video. Dankeschön. Ey, man kann den Lehrer, Lehrer, äh, Lehrer. Echt, jetzt? Warte. Ey, ich bin wieder nicht drin, schreibt jetzt Leon. Okay. Ja, man hört so super. Boah nice Okay 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 Leute Bevor es jetzt hier zu spät wird Starten wir jetzt eine neue Lobby So Und für diese Lobby Bringt ihr alle bitte den Elegy Retro Custom Weil wir fangen jetzt gleich an Mit dem Grip King Elegy oder Komet? Komet Retro Custom bitte Okay Das Event startet jetzt jeden Augenblick Leute Also Wie gesagt für die Rennen braucht ihr den Komet Retro Custom Und Leute tut mir bitte den Gefallen Nichts anderes Wer das falsche Auto hat Der darf an dem Event bitte nicht Teilnehmen So tut mir allen Gefallen Bringt alle den Komet Retro Custom Am besten in so einem Race Style Wir treffen uns kurz noch bei Los Santos Customs Dann bringt ihr die Autos So 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 Oh Okay Okay Leisam nötig dass Bei meiner Nachbarschaft Irgendjemand Party feiert Okay 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 Your personal vehicle is being brought up now Ja warte holen wir jetzt alle den Komet Alle den Komet Retro Custom bringen bitte Okay Ja wir machen jetzt so ein Grand Prix Leute Ein Grand Prix Das heißt Wir fahren jetzt ein Rennen Eine Rennstrecke Oder mehrere Besser gesagt So Okay Das ist das Auto Leute Ihr müsst alle dieses Auto bringen Es würde mich auf jeden Fall freuen Wenn ihr alle Dieses Auto habt Wer das Auto nicht hat Wer das Auto nicht hat Darf leider an dem Event nicht teilnehmen So Wie lange streamst du noch Also es kann noch eine halbe Dreiviertel Stunde sein So Ich warte jetzt hier Auf euch Bringt alle den Komet Retro Custom Wer das Wer das Auto nicht hat Kann nicht an dem An dem Event teilnehmen So Für die Rennen Benutzen wir nur den Komet Retro Custom Kein anderes Auto Falls Falls einer dabei ist Der ein anderes Auto hat Ja okay R3 2.0 So okay Ähm Falls der Falls derjenige Kein Komet Retro Custom hat Oder Mit einem falschen Auto da ist Der muss Der muss das dann verlassen Also der muss dann das Rennen verlassen So und es gelten harte Regeln Leute Ihr müsst Ihr müsst gleich für das Rennen Ja Müsst ihr alle Genug Abstand halten Das heißt Bitte niemanden absichtlich rammen Oder sonst irgendwas in der Richtung Der Kontakt wird gleich eingeschaltet Ja So wer extra jemanden rammt Oder Geisterfahrer macht Der wird aus der Crew gekickt So Kiribus Dankeschön Klar Hey Gohle Hm Das haben ja viele schon gesagt Dass du So eine angenehme Stimme hast Ne Ja Mach mal ASMR Video Was Mach mal ASMR Video Wie geht das Du machst dein Mikrofon so dran Mhm Machst dein Mikrofon Begel richtig laut Ja Und danach schmotzt du richtig Beim Essen so rein Nein das war ich nicht Scheiße Das war ich auf keinen Fall Also Leute Bringt alle den Komet Retro Custom Ich will sehen Dass alle den Magen haben Mit Sticker Also ich Ich fände es besser Wenn jedes Auto ein Design hätte Weil Das würde dann Noch mehr nach Rennen aussehen So Mach mal Kannst du mich grüßen Hannes Grüßchen raus Levin schreibt Ich hab dich abonniert Ich folge dir aus Griechenland Und kenne jetzt die Regeln Wäre sehr nett Wenn ich in deine Crew joinen Könnte Aber Hast 1000 Mitglieder Geht leider nicht Ja Leute Da müsst ihr euch ein bisschen gedulden So Kinder HD Digga Kannst mich auch Erai nennen Ja nenne ich dich doch Chion schreibt Leider kommt nicht in deine Crew Das ist schade MTV Wie viele sind in der Lobby 27 Also wir starten jetzt von hier aus gleich das Rennen Also es würde mich auf jeden Fall freuen Wenn ihr alle ein Renndesign habt Leute Definitiv Weil dann sieht das Ganze richtig nach Nach einem Rennen aus Hast du eine neue Maske Nein habe ich nicht Das ist Nur ohne Hut Ich wollte aber kurz den Stil ändern Jetzt wo du es sagst So Okay Ich komme jetzt mit meinem Motorrad Und mache nachher nicht mit Okay Baumstamm Also Leute Würde mich auf jeden Fall freuen Wenn ihr alle mit einem Design Da wärt So Bist der Beste Dankeschön So Okay Ist hier noch einer mit Also ohne Design Also jeder hier Julian Pirat Zombie Skiller Und Ultimate Also Leute Langsam Hier Brille Komet Retro Custom Komet Retro Custom Wer gleich zu dem Rennen Ein anderes Auto bringt Der fliegt raus Und wer trotzdem fährt Also es kann natürlich auch sein Dass Leute dabei sein werden Die aus Versehen Ein anderes Auto genommen haben Die dürfen das Rennen dann nicht fahren Die müssen ihr Auto zur Seite stellen Stahlfaust Du kannst gerne mit einem Ungetunten fahren Kannst du gerne machen Wenn du da die Chance siehst So Also Also Leute Bitte ein Design draufballern Das wäre auf jeden Fall sehr geil Das soll richtig so Rennmäßig aussehen So Warten noch kurz Bin kurz am Untunen Okay Also wir warten noch kurz 2-3 Minuten Oder 4-5 Minuten Dann geht es los Oha Ich fühle mich so als Hätte schon etwas falsch gemacht Nein warum Alles gut Also Leute Ihr könnt gerne mit einem Ungetunten mitfahren Aber wie gesagt Da habt ihr auf erstens keine Chance Zweitens Die Frage ist Ob ihr einen Ungetunten findet Weil wenn ihr Mit einem anderem Auto hier mitmacht Gleich Dann fliegt ihr aus der Crew Deshalb empfehle ich euch Falls ihr mit einem anderen Auto da seid Verlasst einfach das Rennen Okay Leute Die letzten 2 Minuten laufen Marsai B Schön dass du da warst So wir starten jetzt gleich Das Event Also ich erkläre es nochmal ganz kurz zu den Regeln Ihr müsst alle den Komet Retro Custom haben Ja wir nehmen überall bei jedem Rennen Den Komet Retro Custom Für jeden sollen die gleichen Äh gleichen Voraussetzungen gelten Erstens das Zweitens Es darf nicht extra gerammt werden Oder sonst eben Was wer das macht Und mehrfach auffällt Der fliegt aus der Crew Da mache ich keine Ausnahmen Deshalb empfehle ich euch Schön vernünftig gleich zu fahren So und die Leute Ja Wenn Wenn ich gleich Im Stream sage Alle bleiben stehen Dann bleiben alle stehen So Tiumba Also ich habe schon eine weitere Tour aufgemacht Aber Wir werden das anders machen Wir werden das anders machen Ich muss nämlich die Leute raustun Die nicht aktiv sind Beziehungsweise Auf dem PC sind Oder sonst irgendwo Ultimate Digga das ist kein Renndesign Also wir haben hier jetzt noch Zwei Autos ohne Renndesign Drei Vier Ne drei Ich will jetzt aber nicht so Seien Also Leute Ich starte jetzt Und Wenn jetzt gleich jemand dabei ist Der entfaltes Auto dabei hat Der soll bitte verlassen Oder sonst irgendwas Spielelisten Meine Spieleliste Ich schlade euch jetzt alle ein Günther Hi Ich bin wieder da Herzlich willkommen So Okay Sportwagen Tageszeit ist aktuell Und ich werde Aufholen Deaktivieren Und Windschatten Werde ich auch deaktivieren So das bestätige ich So Leute Also wie gesagt Bitte Nehmt Nur den Komet Retro Custom Wer ein anderes Auto hat Der scheidet aus Oder der soll sein Auto Auf Seite stellen Oder sonst irgendwas Wer hier extra rammt Oder so Und wenn ich Mehrere Beschwerden bekomme Der fliegt raus Das heißt Wenn ihr aus Versehen jemanden Zu heftig gerammt habt Oder so Dann bleibt ihr selber stehen Und wartet bis derjenige Euch wieder überholt hat Spielt es auf PC Nein wir sind gerade Auf der Playstation 4 So Ich hoffe alle wissen Bescheid Ich hoffe alle gucken den Stream So Und wie gesagt Wenn ich zu euch allen sage Alle stehen bleiben Dann bleibt ihr bitte alle stehen Und hört mir einen Gefallen Verfolgt den Stream So So Okay Es wurden alle eingeladen Da hast du eigentlich mit Ich fahre auch mit Aber meine Dings zählt nicht Weil ich glaube auch nicht Dass ich das schaffe Weil hier sind ein paar Leute Wo ich echt sage Die sind richtig heftige Fahrer Okay Leute Gut 22 Leute Und Wenn nachher jemand da sein wird Der nicht aus der Crew ist Ja der nicht hier hingehört Den kicken wir dann alle zusammen raus Leute Also wie gesagt Alle wählen jetzt den Komet Retrocast So das wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen Beziehungsweise Eine spannende Spiele Liste Immer eine Runde Ne zwei Warum nicht drei Ja das wird zu viel So also Leute Welting Welting Komet Retrocast Wie ihr seht Habe ich den auch genommen So Ich wette noch ein Tausender So wie gesagt Ich will hier nicht gewinnen Ich hoste das alles Ich glaube ich weiß Wer gewinnen wird Aber ich lasse uns Auf jeden Fall Überraschen Also Leute Wie gesagt Wenn jemand dabei ist Der das falsche Auto hat Oder so Und trotzdem mitfährt Dann warten wir Bis er raus ist Beziehungsweise Auf Seite gefahren ist Ich hoffe Es haben alle das richtige Auto Wenn nicht Tut eure Autos auf Seite Also Das sieht aber sehr gut aus Leute Stehen bleiben Ne Ne Wir fahren direkt Oder Ne Oder Ja wir fahren direkt So das sieht sehr gut aus Was Ich will nicht mal zu zweit sein Also Leute Wie gesagt Wenn jemand absichtlich rammt Oder aus Versehen gerammt hat Oder so Tut mir den gefallen Und Lasst denjenigen vor Den ihr gerammt habt Weil Wenn ich mehrere Beschwerden über die Eine oder dieselbe Person sehe Oh shit Müssen wir leider Da was unternehmen So Tut mir leid Wirklich an den Chat So Wie gesagt Das ist Unser Grip King Grand Prix Am Ende Dieser Spiele Liste Wird der Gewinner Unser Grip King Sein Okay Jibo hat mich überholt Ist jetzt auf dem ersten Der macht hier Körboostig Okay Wir sind jetzt in der zweiten Runde Damit auch die letzte Runde Ich habe jetzt den Namen Nicht geachtet Also das ist der Austria GP Ich glaube Österreich Soll es darstellen Was ich halt so besonders Finde an diesen Strecken Die sind Also Der Creator Der hat versucht Das Ganze So gut es geht Am Original zu halten So und Vielleicht nochmal so Als kleine Info Die Strecken Die habe ich vorher woanders gesehen Bei einem anderen YouTuber Und die haben das genauso gemacht Mit dem Porsche Cup Sprich mit dem L.E.G. Komet Retro Kasten Selbe Stelle Und mir hat das so sehr gefallen Dass ich mir gedacht habe Hey Das mache ich auch Mit meiner Crew Like Pizza Hi Grüß dich Muss mal die Crewstecker im Gefängnis Mit der Sanchez Ja man Das wäre auf jeden Fall nice So auf jeden Fall finde ich korrekt Dass die Leute Die Die nicht das passende Auto haben Sich an die Seite gestellt haben So okay Gewonnen hat jetzt hier Jibo Beutling Grüße gehen raus Erstes Rennen Alle zwei Darsteller Haben wir Ride and Smile Grüße gehen raus Okay Wir müssen natürlich gucken Leute Dass falls Leute hier beitreten Die hier Nicht zur Crew gehören Oder so Dass wir die dann Rausschmeißen Günther schreibt Hast du PC Ist halt heute Wo ich drauf spiele Meine Mutter Hatte Bestellt von meiner Mutter Ist meine Hätte sonst den PC Gespielt Ich hätte mitzucken können Ja Günther Tut mir leid Also ich bin auf der Playstation Jetzt unterwegs Okay Dankeschön Da ist Jan Ich stelle mal den Pegel Ein bisschen höher So also ich bin jetzt Hier dritter Und Wie gesagt Jibo ist erster Und geht somit in Führung Ja wird auch Bis zum Ende so bleiben Glaube ich Da bin ich mal gespannt Okay Gönne ich ihn vom Herzen Okay nice Ich stelle mal Das Mikrofon Von mir lauter So ich hoffe Ich bin jetzt lauter Ja So okay Weiter geht's Das war das erste Rennen Kommen wir nun Zu dem zweiten Rennen Leute Ich hoffe Ihr habt natürlich Genauso viel Bock Ich wurde nur gerannt Ey Leute Ihr müsst bitte Aufpassen Wenn ich wie gesagt Mehrere Beschwerden Über die eine Und dieselbe Person sehe Muss ich da leider Handeln Geländereifen Armin Also wie gesagt Ist alles hier erlaubt So auch hier wieder Aufholen Deaktiviert Genauso wie Windschatten So alle drinnen So King Zocker King Zocker Ist Nicht bei uns In der Crew Und leider kann ich Ihn nicht rauswerfen Okay Leute Wir machen jetzt folgendes Wir starten das Rennen Und ihr werdet gleich Alle stehen bleiben Keiner fährt los Keiner fährt los Wir werden King Zocker Rauswerfen So Mr. Derbycake 5 Hi grüß dich Herzlich willkommen Armin Kein Kontakt Nein Kontakt Könnt ihr gerne Also Wir halten Abstand Zu uns Leute Pro Gamer Lars Hi grüß dich Auch an dich Herzlich willkommen So wie gesagt Leute Wir bleiben jetzt Am Anfang Erstmal alle stehen bleiben Alle stehen bleiben Wir müssen leider Den King Zocker Erstmal am Anfang Rauswerfen So und Das müssen wir Jetzt erstmal Gleich Zusammen machen Armin Cool Ich kenne dich Okay So Leute Also wie gesagt Wir bleiben jetzt Erstmal alle stehen Und müssen Den Mr. King Zocker Oder wie Sein Name auch war Das ist nichts Persönliches Erstmal hier rauswerfen So Okay Mahel Und King Zocker Also Leute Geht bitte auf Online Dann geht ihr auf Spieler Dann geht ihr erstmal Auf Wo ist der King Zocker Da unten Rauswerfen Okay Leute Bitte alle Auf King Zocker Gehen und Rauswerfen So Und wir warten So lange Bis der Rausgeflogen Ist Günther Ich weiß jetzt Nicht Ich weiß jetzt Nicht wie du Heißt Also Leute Ich warte Bis der Rausgeflogen Ist Bitte King Zocker Falls du Jetzt bei uns Im Stream Bist Dann fahr Bitte Zur Seite So Wir warten Jetzt hier So Flo Bitte auch Auf Seite Okay Leute Super Sehr gut Gut Leute Ihr seht Unten rechts Ist eine Zeit Die läuft Wenn die Bei zwei Minuten Ist Geben wir alle Vollgas Und starten Das Rennen Bitte bleibt Auf eurer Position Stehen Also bei Zwei Minuten Geben wir Vollgas Wir haben Ein Spiel Ich hab mit ihm Geredet Ja Dann haben wir Da rausgeschlossen Okay Okay Der hat einen Frühstart gemacht Wer war das? Armin So Leute Schön Aufpassen Scheiß Er hat einen Unfall Und wir Waren alle In einem Unfall Verwickelt Leute So Nichtsdestotrotz Wir geben nicht auf Schön weiterfahren Male Pass bitte auf Nicht rammen Leute Nicht rammen Das endet Sonst so So Ich bin wieder Auf dem dritten Platz Jetzt muss ich Natürlich versuchen Das Ganze Hier nach vorne Wieder zu arbeiten So Jibo Ist natürlich Wieder Erster Denn Ist zweiter Ich hoffe Ich kann noch Ein paar Ein paar Meter Wieder gut Machen So A4B4Killer Guten Abend Grüß Herzlich willkommen Und Conny Bockhorn Auch an dich Herzlich willkommen So Versuchen wir Wieder ein paar Plätze gut Zu machen Aber generell Leute Wie findet ihr Das Dass wir Den Grip King Mal so Ausmachen Das heißt Über die Spielliste Und Nur mit Einer Wagenklasse Wie lange Streamst du noch Würde gerne noch Mitmachen Also Wir machen Auf jeden Fall Hier noch Diese Spieleliste Niklas Nacht Grüß dich Also Sehr gut Das freut mich Okay Da vorne hat jemand Einen Unfall Gebaut Und das ist Dennis Jan Dennis Jan Ich komme Gebt bitte Bleib weg Oha Alvin Hi Grüß dich Herzlich willkommen Kläbt mir auch Am Nacken Aber hey Der Divo Das ist Der fährt Wie ein wahnsinniger Niklas Muss werden Okay Niklas Schön dass du da warst Da habe ich Einen Schwenker Von dir gesehen So Oh fuck Irabix ist am Start Grüß dich Du streamst Ich habe gerade Feierabend Herzlich Herzlich willkommen Digga Schön dass du am Start bist Ja wir machen gerade noch ein Event Der heißt Groupking Wir fahren eine Spieleliste Mit dem Komet Retro Custom Jeder darf nur den Komet Retro Custom fahren Auf jeden Fall Schön dass du Am Start bist Also Leute Ihr könnt gerne mal Irabix auschecken Ein richtig heftiger Try harder Der geht richtig ab Grüße gehen raus An Irabix Schön dass du vorbeischaust Ich habe Ferien Schreibt A4 Nice Digga King Fortnite Hab so lange gebraucht Dass ich rein kann Freut mich Dass du jetzt auf jeden Fall Dabei bist Günther schreibt Heiß hier Janik Weißt du Und bin 10 Jahre alt Ja schön dass du vorbeischaust Janik Grüße gehen raus So Also wie gesagt Wir sind gerade mitten im Event Namens Gripking Und wir wollen nämlich gucken Wer der schnellste Fahrer Aus unserer Crew ist Jibo Beutelung Muss gekickt werden So Ach was Kein Try harder Nur PvP Spieler Danke dir Mann Ja Leute Also wie gesagt Ihr könnt ihn gerne mal Mal auschecken So wer ist denn das hier Hier ist gerade echt einer Mit Karin Kuruma unterwegs Domi Kraft DS DS Also wie gesagt Leute Ihr könnt ihn gerne mal Auschecken Richtig korrekter Typ Sehr sympathisch Und ich bin zweiter geworden Und wie gewohnt ist erster So Leute Also wie gesagt wenn irgendwelche Leute Da zutreten die nicht in der Crew sind Bitte entfernen Juhu vorletzt Gboard X an Gboard X an Also ok So wieder zwei Runden Und wieder ist das Aufholen deaktiviert Genauso wie Wind Schatten Dann bestätigen wir mal die Einstellung Und gucken mal Und gucken mal wer hier so beigedreht Okay Leute wir bleiben wieder stehen Wir bleiben wieder stehen So wir bleiben jetzt alle wieder stehen Und gucken wie der sich verhält So Alle bleiben stehen So ok So ok Die Leute Die nicht das passende Auto haben Die fahren ihr Auto bitte zur Seite Wie der Flo Ok gut Sehr gut Ok Gut Leute Gut Wir starten bei einer Minute Sobald die Zeit bei einer Minute ist Was ist auch da Troy hat Da würde ich auch vielleicht gewinnen Ok los Es geht los Leute So ich habe jetzt gar nicht geguckt Auf welcher Strecke wir gerade sind Monaco Super Cup Jawa Leute Wir fahren in Monaco Das heißt Enge Kurven Die sind am Rand An diesem langsamen Ding Nein Unfall Was ist das für eine Kurve Ja das ist Monaco Da hast du auf jeden Fall Uiuiui Enge Kurven Du hast Auge gemacht Und ich sehe im Rückspiegel Julian Pirat Ja das ist Monaco So sieht die Strecke raus Wollte ich gerade sagen Ja man Monaco ist echt schwer Revix Und sehr knifflig Ich bin extra später Oh shit Das war natürlich Jawohl Das ist schon mal gut für uns Boah du Drecksau Ich habe mir schon gedacht So boah jawohl Jibo ist hinten Das heißt für mich Ich habe vielleicht eine Chance Okay Wer gut fahren kann Der schafft es vielleicht Wieder aufzuholen Ich hoffe Uiuiui Sorry Ich wollte niemanden Hier antäuschen Dinger Langsam So Schaffe ich es Das hier noch aufzuholen Nein 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 Oh das war knapp Nein 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 Schon wieder Sorry 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 Wer war das Julian Oder besser gesagt Patrick Ja Rambix Beim King Da schaue ich auch gerne mal vorbei Ich finde sein Content eigentlich ganz gut Ich frage mich warum der so wenig Zuschauer Der hat auf jeden Fall mehr verdient Oh shit Okay Ich würde sagen Hier handelt es sich um Manipulation Oh nein Oh nein Okay Wir sind so fair Und machen natürlich Platz Oha Nein Nein Jetzt bin ich auf dem vierten Platz gelandet Scheiße kurz vor Start Sie Boah Äh Krypton Linux Hi grüß dich Niklas schreibt Streamst du morgen auch Morgen wahrscheinlich nicht Morgen muss ich wieder arbeiten Inaktivität wird von YouTube bestraft Ja so sieht es aus Ohne Witz Wenn man auf YouTube nichts macht Oder keine Ahnung Inaktiv ist Dann Hat man echt Ein Problem Äh ne Patrick Alles gut Du brauchst dich nicht zu entschuldigen Das kann alles passieren Oh Kann ich das Safety Car Oder wie das heißt Jakob schreibt Du hast auch mehr verdient Dankeschön Jakob Sorry Alles gut Patrick Äh Nein Wir brauchen keinen Safety Car Der ist ja Ich kann aber Mund zu Mund Ordnung Ich werde Frauen aber noch So Wie lange machst du noch Also wir machen definitiv noch Die Playlist Zu Ende Weil wir wollen hier wissen Wer der Grip King wird So Und wie gesagt Das war jetzt Monaco Black Panda Hi zockst du eigentlich Fortnite oder nur GTA Eigentlich nur GTA Leute Fortnite ist nicht so Ähm Mein Fall Äh Ich habe dich doch Letztens abonniert Wo du Leichenwagen Tuning Treffen gemacht hast Dankeschön Günther Auf jeden Fall Vielen lieben Dank So Zombie Skiller Ist hier als erster Angekommen King Gamer King Leider keine Party Nur Kommissioner Komm hier rein So Sehr gut Kommen wir nun Zum vierten Rennen Boah Ich brauche natürlich Die beste Runde Aber ich frage mich Warum der jetzt Hinten gelandet ist Wegen dem Geramme da Jakob Du musst mal das Motto Alle auf die Crossstrecke im Gefängnis Feiern Jakob Wir können natürlich Auch mal eine Spieleliste Mit Motorrädern machen Oder generell Einfach Crossbikes Nenn mich bitte Yannick Okay Yannick Äh Gröller Das ist nicht fair Alter Jeder rammt Gripping ist nur Lucky King Nein Brasifo Also Das gehört natürlich Mit dazu Und ich habe euch Darum gebeten Bitte fair zu bleiben Jeden gegenüber Hier Der Realzone War schon Was schon 7298 Abos War so lange inaktiv Oh mein Gott Der Realzone Äh Ich weiß gar nicht Wie viele Abonnenten Wir aktuell haben Solche Oh hier Aga 21 Moppy Gehört hier nicht rein Äh Leute Tut mir einen Gefallen Am Anfang Wieder stehen bleiben Er hat nichts gemacht Okay Dann ist gut Dann können wir Ganz normal starten Äh Klar Bei ihm läuft das auch Verdient Dankeschön Rebix Aber bei dir natürlich auch Oh nein GTA Scheiße Also Leute Wer hier schießt Oder so Ohne Witz Ne Der fliegt So Okay Leute Dürfen wir schießen Nein nicht schießen Oh nein Echt vier Runden Ach du Scheiß Vier Runden mit aufholen Oh nein Shit Sorry Leute Ich hab nicht drauf geachtet Also schießen Schießen ist nicht erlaubt Leute Definitiv nicht Oh Mist Ich hasse wenn aufholen Und äh Windschatten eingeschaltet ist Nein 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 Scheiße Nein 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 Oha Alles klar Leute Alles klar Was läuft denn hier ab Ey Das nächste Mal fliegen Das nächste Mal fliegen Leute Schnitzelboy Hat Male getötet Ey Leute Hört auf euch zu killen So Schnitzelboy Du bist raus Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen Alles klar Also mit euch will ich auf jeden Fall kein Rennen fahren in real life Denotas Was soll das So habe ich euch das nicht beigebracht Okay wer ist das Luan Bewegt sich auch auf sehr dünnem Eis Shit Dankeschön Ein Österreicher Sorry Okay Okay Auf jeden Fall Grüße an die Leute Die sich hier wirklich An die Regeln halten Sehr schön macht ihr das Und das sieht echt mega aus Wie hier alle zusammen fahren Oha Sorry Also hier die Runde ist wirklich für den Arsch So Also soeben wurde ein Platz für ein neues Mitglied frei geworden Boah Boah älter Was ist das für ein Wetter Wahnsinn Harald Ich weiß nicht Also ich denke mal noch eine halbe Dreiviertel Stunde locker Auf jeden Fall schön dass du am Start wirst Auf jeden Fall schön dass du am Start wirst Das ist natürlich nicht jetzt ein heftiges Rennen Leute Dann fährst du eigentlich noch mit Kannst du mir gefallen Und kannst du vielleicht den Chat vorlesen Weil Das ist voll cool von dir dass du auch so Rennen machst mit so vielen Danke ist Niveau zum Anschauen Black Panda hat es geschehen Dankeschön Vielen lieben Dank an Black Panda Ja wir versuchen natürlich so gut es geht Die Wünsche aller irgendwo zu berücksichtigen Und hier war irgendwo mein persönlicher Wunsch auch nochmal Dass wir so ein Klassenrennen machen Das heißt Wo alle dasselbe Auto fahren Startes Loading schreibt Moin Siehst Wie geht's Mir geht's gut Schön dass du vorbeischaust Dig Auf jeden Fall herzlich willkommen Freut mich dass du hierbei mit dabei bist Hi Rebex schreibt Sieh mir die ganze Zeit Red Dead Videos Ableihen Bin so high Ja ohne Witz Red Dead Da habe ich so Bock drauf Ich bin mega gespannt Vor allen Dingen was sich da für den Online Modus tut Weil ich werde versuchen Das Ganze natürlich auf meine Crew zu projizieren Das heißt Gemeinsam mit der Crew durch die Prärie reiten Und keine Ahnung Tuning Treffen mit Färben Aber sowas in der Richtung Definitiv Baumstamm schreibt Ich bin das Safety Car mit dem Crew Auto Alles klar Baumstamm Grüße gehen raus Nightbot Voll Colin Feuerbach Kannst du den Regen ausmachen Ja Kann ich machen Ich muss generell gleich beim nächsten Rennen alles ausschalten Was so an Hilfen oder Keine Ahnung Maja Schorf Wie geht es dir? Mir geht es gut Danke auf jeden Fall der Nachfrage Ich muss aber ehrlich sagen Ich bin etwas erschöpft Weil wir heute wirklich schon sehr lange am Streamen sind Aber wie versprochen ziehen wir das Ganze jetzt hier durch Und fahren die Spieleliste und gucken wer hier der Grip King wird Jibo schreibt Wieso nicht Eselkutschen treffen? Können wir auch gerne machen Definitiv Ähm Colin der echte Grip King Kann auch im Regen fahren Ja das stimmt auch Wobei ich muss ehrlich sagen Wo ich jetzt gesehen habe Wie das hier ganz im Regen abläuft Fand ich das echt Echt nice Ohne Witz So Vom Feeling her War es richtig geil Es ist halt Beanspruchung Weißt du Dennis hat mein Reifen zerschossen Nein das sagst du nicht Oh hier haben wir jemanden von der WFG Army Guck mal Nummernschild Nice Seven Gamer Grüße gehen raus Guck mal dazu Wir machen hier Tuning treffen Macht hier Tuning treffen An der An der Seite Ja finde ich auf jeden Fall korrekt Dass die Leute sich an die Regeln halten GTA Clown Finde ist voll schade Dass man die Google sich an den Reifen nicht wegmachen kann Doch die kann man wegmachen Die kann man wegmachen Aber das nur über ein Programm Das ist sehr kompliziert So Ich würde auch gerne GTA 5 spielen Habe aber Kein PC Ja wir spielen ja auch über die Playstation Die Stahlfaust Machst du auch mal einen 12 Stunden Stream Oder 24 Stunden Also ich glaube das Was ich momentan schon so mache Ist schon wirklich heftig Von den Von der Zeiten her Ich muss natürlich mal gucken Was da möglich ist In Zukunft So und wir bewerten das Ganze jetzt mal Also Leute 7.299 Abonnenten Es fehlt nur noch ein Abonnent Dann haben wir die 300 voll Auf jeden Fall Vielen lieben Dank Leute Für eure Unterstützung Machst du auch mal Nachtclub Missionen Also wenn ich ehrlich sein soll Nein Ich bin mehr so nur auf diese Tuning Geschichten fixiert Ciao Und Happy Weekend Ebenso Sag Wie kann man Wie kann man die wegmachen Die Justation Reifen Armin Wie kannst du mit dem Programm Charles wegmachen Das ist was du meintest letztens Genau Mit dem Schild und so Genau Mit dem kannst du auch dein Nummernschild machen So Okay Wir warten jetzt gleich wieder Dankeschön MTV So Okay Wir warten jetzt alle wieder Beim Start So Nicole Ich bin der 7300. Abonnent Vielen lieben Dank Leute So Doch wir machen alles hier mit Kontakt Leute Mit Kontakt Weil wir versuchen das Ganze So echt wie möglich zu halten Habe das WFG Army Nummernschild gemacht Ja nice Digga Definitiv WFG Irgendwann Also Leute Wir bleiben am Anfang Erstmal alle wieder still Und wir gucken mal Ob da Leute bei sind Die nicht zu uns gehören So hier rechts Direkt neben mir Dennis Dann bist du das Ich war eh an der Seite Okay So Alle stehen bleiben Leute Alle stehen bleiben Ich glaube Jeder von euch guckt den Stream So Wer ist das? Kalle So Leute Ihr geht jetzt alle mal Auf online Dann geht ihr auf Spieler Und dann sucht ihr den Kalle raus Wo ist der? Kalle 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 Key Life So Bitte rauswerfen Alle bitte Kalle Key Life Rauswerfen Und Ich glaube Der wird bei uns auch gebannt Wenn der so Eine Aktion jetzt hier absieht So Leute Ich warte natürlich Bis dieser Spieler Die Sitzung verlassen hat Und dann können wir fortfahren Erst wenn alle Kalle Key Life Rauskommen Okay super Gut Leute Wir gucken jetzt unten auf die Zeit Und wir starten bei Einer Minute Und Einer Minute Und dreißig Sekunden Weil ich muss ja natürlich auch warten Bis ihr alle eine Benachrichtigung Kommt Im Stream So eine Minute Dreißig Sehr gut Leute Ich bin mega stolz auf euch Sehr schön Okay Diesmal ist Aufholen und Windschatten deaktiviert Und das ist jetzt aktuell Der Hockenheim Ring Das heißt Wir fahren theoretisch Hier in Deutschland Ich lese den Chat noch mal vor Dankeschön Ich habe einen kleinen Ausreißer gehabt Also ich sehe hinten Die Jungs Die geben gut aus Und machen richtig gut Druck Und dann boah das wird sehr knapp finde ich aber richtig gut die leute die gerade hinter mir sind die liefern sich auch den kopf an kopf und ich denke die fahren auch fair ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen und da gab es auch einen kleinen crash nein das war's das war's leute das wird mich den sieg kosten ich frage jemanden wie er heißt er sagt warum jawohl ich hab's geschafft erster platz ja leute wenn euch jemand nach dem namen fragt immer schön fragen warum braucht ihr ein safety car ne eigentlich nicht baumstamm aber das wird auf jeden fall gut rüberkommt so ein safety car das war loki bei gluck ich geradezu kopf an kopf war das jammern patrick ja sicher das habe ich meistens während dem training ab da habe ich meistens auch nach dem kack guck mal was der jibo reingeschrieben hat ich denke dann hab's gehört hey leute ihr könnt gerne also wenn ihr wollt könnt ihr ein like da lassen ein abo da lassen wer neu auf dem kanal ist würde mich auf jeden fall freuen so hey ich hatte sogar die beste rundenzeit nice so das war das fünfte rennen kommen wir nun zum sechsten rennen oh wie viel geld du bekommen hast 22.000 ja man das war echt gut kann leider nicht ernst nehmen okay bist ein sehr guter fahrer dankeschön loki aber ich glaube hier sind bessere am start ok disco ja ich mache das selftige einfach ich mache in gelb ok mach das wenn ich vielleicht in den chat gehe nochmal und er nicht seinen namen sagt dann hast du die chance also so ok gut ich habe die namen kurz gecheckt müsste aber eigentlich alles gut bitte ohne guckt hat werde nur ne leute das leute ihr müsst versuchen alle mal euch gegenseitig zu respektieren und abstand zu halten staubsauger so weil ich will das ganze so gut es geht echt halten ok leute direkt von anfang an voll gas direkt wieder hinter mir also wir fahren hier gerade in silverstone soll eine englische strecke darstellen oha 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 mit dünner okay oh shit also wir machen shit also wir machen die spielliste noch zu ende und dann ist schluss lego stop motion xbox one ist okay wenn du das so denkst oder sie ist okay wenn psv xbox ist bei der spiel ja das ist das ist eine gute meinung oha schreibt denn ich dann ist richtig korrekt danke dir patrick karrie karrie fragt man ist also ich nicht wenn dann überhaupt abends aber du wahrscheinlich eher also ihr solltet auf jeden fall den discord abchecken unten in der video beschreibung weil da wird es vorher bekannt gegeben sehr gut ich mag xbox mehr jeder hat seine eigene meinung genau ist auch völlig in ordnung ja ich bin morgen auf der arbeit von 14 bis 22 schule ich gebe dann im disco bescheid weil es interessant mhm oh gott ich habe so einen heftigen unfall gebaut während tobi die player also tobi bitte halt dich an die regeln wenn du hier weitermachen mit machen willst so dann ist alle weitermachen mit dann ist alle weitermachen mit ... Garula, du bist so korrekt Ich hab dich noch nie ausrasten gehört Ja, dann müssen wir mal alle zusammen Last in Standing spielen Oh, ich weiß auch, früher bist du jedes Mal ausrastet Ja, bei Last in Standing, da bin ich richtig laut geworden Vor allem, wenn ich dich immer geholfen habe Na, Tibor hat schon wieder gewonnen Kannst du den mal kicken oder bam Ja, am besten dann Patrick, geh mal Danke dir auf jeden Fall für dein Wort Also Leute, es freut mich auf jeden Fall, dass wir noch so viele Leute am Start haben Und die das Ganze hier so mitverfolgen Eins versus eins wäre fair Ach so, wie wir das letztens gemacht haben Mit dem Rennen von Simon Ach so Ich fand das geil Das war echt geil Auch wenn ich nicht mitgemacht habe Aber ich fand es so vom Sehen her Das war richtig geil So Hardpoint GXD Den müssen wir jetzt gleich mal alle rausschmeißen Kannst du das nicht von hier aus? Ne, geht nicht Wenn du in der Spieleliste bist, geht das nicht Leute, tut mir einen Gefallen Alle gleich wieder stehen bleiben Und Hardpoint GXD rausschmeißen Ist der Verkehr eingeschaltet? Ich hoffe nicht 138 Ehrenmann Dankeschön Brasiba, bitte Also Leute, nein Ich finde mit Kontaktrennen ist das auf jeden Fall spannender Also Leute, bitte stehen bleiben Alle stehen bleiben Wir müssen erst jemanden überprüfen Beziehungsweise rauswerfen Ich gehe schon mal Und die Leute, die mir die Anfragen geschickt haben Die Kurs voll Moment, alle mit falschem Auto, bitte Weg Auf die Seite Okay Leute Ihr macht jetzt folgendes Ihr geht auf Online Dann geht ihr auf Spieler Und Dann geht ihr auf Wo ist er? Da Hardpoint Rauswerfen Wir warten natürlich Bis derjenige Das Spiel verlassen hat Ja Hardpoint Da musst du auf Seite fahren Das weißt du So Leute, bitte zurückstellen So Wir starten bei 1 Minute 1 Minute Und 30 So Bei 1 Minute 30 geht's los So Okay Boah Boah Digga Alter Schwede Das ging hier aber heiß her Oh okay Langsam 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 Jawoll Und es gab einen heftigen Crash So Das ist der Der Grand Prix von Ungarn Ich muss ehrlich sagen Ja Ich fahre hier gerade etwas vorsichtig Ich fahre hier 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 ok leute seid mir auf jeden fall nicht so aber ich versuche nicht so gut es geht auf die strecke zu zentrieren oha was war das hier die kurve die hat es echt in sich also der komet retro custom also generell ich finde porsche hat sich richtig nice an in diesem spiel und haben in so viele diesen wagen haben das kommt richtig gut rüber wer ist das hinter mir irgendeiner richtig schnell right and smile richtig gut unterwegs nein wo das ist knapp jawohl ich kann so assi sein und jemanden der hier in den rennen fährt in den account reingehen echt jetzt nehme das machst du nicht eine frage vielleicht nur an den chat wie findet ihr die strecken so an sich seit ihr die kennt ihr die schon seid ihr die schon gefahren ach so ok lol die ps4 ist aufgegangen also leute alle die nicht das passende auto haben die sollen bitte auf seite fahren genug platz machen weil sonst muss ich sagen dass ihr aus dem rennen rausgehen sollt du warst unter der web man kennt die von f1 ja das stimmt strecken sind eigentlich ganz gut die erste hodler haben eine schreit zuwärts ich komme später wieder in sein live ok ok oder eine sehr gute runden zeit 21 22 und 25 ja ja die die haben aber nicht mitgemacht beziehungsweise oder war die die ich bin zum beispiel ich habe das reingang nicht beendet weil ich nicht gemacht haben die haben also mehrere runden mitgemacht also leute wie gesagt ihr dürft mit den autos die nicht erlaubt sind nicht mitfahren bitte stehen lassen weil sonst können wir das so nicht weiter machen ich achte dieses runde mal jetzt drauf so dann gucke ich wieder ob die leute sind die nicht hier reingehört so hardpoint ist wieder hier drin aber ok er geht auf seite so ok wir machen das jetzt so wir warten jetzt bis die autos die hier nicht hingehören ganz auf seite sind und dann starten wir wieder verzögert ich wette man tausende auf tibo so wir warten jetzt hier wieder leute so und die leute die das falsche auto haben wo soll man hier am rand fahren die fangen jetzt hier aus dem links raus die leute die ein falsches auto haben wo soll ich hier raus die ein falsches auto haben ja bitte raus alle raus alter wie viele sind das denn langsam wer ist denn das da warte mal dummikraft dsds dennisern dummikraft dsds wieder so wir warten jetzt leute so wir starten dann bei einer minute ok dummikraft dsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsds so Bodenhansel schreibt bist du schwul wieso hast du Interesse ich hätte da vielleicht besser auf die Strecke achten sollten tut mir leid Armin ja weißt du das Problem ist er sucht vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit ist ja nicht schlimm wenn er meint dass ich so klinge ja dann kennt er sich in diesem Milieu ganz gut aus aber ich muss dich leider enttäuschen ich habe kein Problem also ich wenn einer schwul ist dann interessiert mich das nicht aber solche Aussagen sind einfach unnötig so Olek ist auch wieder am Start nice Olek ich hab jetzt hier natürlich nicht so gut aufgepasst also erster ist der Armin so okay die Strecke hat es auf jeden Fall in sich so die heiße sepang international aber bei 1000 likes gibt es einen 24 Stunden Stream ja ehrlich ich mach ich mach ich kauf ein Bot Spaß ah shit ich muss mich jetzt auf die Strecke konzentrieren Olek auf jeden Fall Digga ja danke dass du da warst ich frage mich wo der Jibo ist mein Gott Jibo du bist ja immer noch am Streamen Wunder viel Glück noch Dankeschön Bro du bist der beste E-voller Puffer heißt äh schreibt ein Grüße gehen raus Dankeschön nein shit jetzt hab ich verkackt boah das jetzt hab ich verkackt boah und Patrick überholt mich zwei Runden sowas ne ja zwei Runden also das ist die letzte Runde jetzt ja schade wer hat immer jetzt weitergefahren dann liegt man gleich auf der Straße so zweiter Platz ist aber auch nicht so schlecht so Armin hat auch mal gewonnen Grüße gehen raus jdm i'm playing for sorry oh nice bro and how does it feel like what do you think about it Patrick haut ein Euro raus vielen lieben dank an Patrick Leute schreibt mal alle hashtag Patrick 10 10 nice jdm nice I am thinking about to bite also ich bin echt am überlegen das vielleicht auch noch zu holen das ist aber für Xbox ne PC auch ach wirklich ja für PC too oh shit also Leute schreibt doch mal bitte alle hashtag Patrick in den Chat weißt du noch an dem Tag wo ich in die Crew kam und wir danach ein GP gemacht haben bitte erinnere dich boah Armin boah das weiß ich echt nicht mehr streng dein Gehirn an ich überlege sofort ich presse deinen Kopf so zusammen damit du noch mehr überlegst Ole schreibt hallo Gorilla ich bin's oh shit schön dass du da bist aber du fehlst hier beim Rennen also nochmal an Patrick vielen lieben dank für deine Spende Digga Ehrenmann kleine Spende so Leute wer wird der Grip King look ich up hey mein Kumpel will in die Crew was könnte er machen er könnte eine neue E-Mail Adresse erstellen und die damit dann verknüpfen kein Ding Bruder für dich immer Dankeschön Patrick so ich guck jetzt mal ob hier andere Spieler mit drin sind die nicht hier hingehören ok kann ich auch in Euro Party vielleicht mal außerhalb von dem Stream lol bei mir schwimmst du der auch die schwimmen alle weg oh nein erbaumscham viel Spaß noch schön dass du da warst Digga Lucky King nein würde ich nicht so sagen also die die gerade aktuell oben sind die fahren auch richtig gut Brasil Flow du kannst gerne mal folgendes was im Brasil Flow du wartest du wartest bis der Erste also bis wir den Grip King gekürt haben und denjenigen forderst du heraus so und alle die nicht das richtige Auto haben bitte auf Seite boah das sieht so geil aus hier so im Dunkeln so wie es aussieht machen Leute auch mit dem LRG H8 mit ok das ist die letzte Warnung also LP mit Kev das ist die letzte Warnung an jeden von euch der jetzt mit dem falschen Auto mitmacht wer das trotzdem ignoriert und mitmacht der fliegt aus der Crew ich gebe mal einen Speedshot ich sage ich mache den was ist das eigentlich hier für ein Rennen das ist Suzuka Leute wir fahren gerade in Suzuka also noch habe ich einen leichten Abstand aber mal gucken wie lange ich das halten kann nein und da kommen sie schon direkt so Leute das ist auf jeden Fall faires Fahren auch mal lieber durchlassen boah der fährt aber richtig gut write and smile ich glaube aus Facebook kenne ich den ich bin mir nicht sicher ich glaube aus Okay, ich habe es noch auf den zweiten geschafft, aber Raiden ist mal richtig geil. So, wer ist denn da gerade mit dem Verlierer entgegengefangen? Können die mir mal den Namen sagen? Wer könnte das gewesen sein? Also... Was ist los? Die schreien so rum, die rassen alle aus. Warum? Ey, so LP mit Kev-Typ, ey. Ich habe nichts gegen Kinder, die GTA spielen, aber hier ist ein Kind, was ganze Zeit rumschreit. Und da ist ein Typ, der gefühlt irgendwie 35-30 ist. Der schreit ganze Zeit rum. Also noch schlimmer als du, wenn du beim LTS bist. Okay. Der rassen es richtig aus und, keine Ahnung, hier fahren Leute mit, die ein falsches Auto haben. Ähm, wer ist denn derjenige, der gerade diesen Verlierer hatte, den Wagen? Das ist Hardpoint. Okay, den schmeißen wir jetzt alle gleich mal raus. Ist der bei uns in der Crewline, ne? Nein. Okay, gut. Nächstes Rennen, warten wir, schmeißen wir den raus. Entweder er geht freiwillig oder wir schmeißen den jetzt alle mal raus. Auf jeden Fall warten wir. Ja. Als es so ein Spielchat war, ne? Da sagt einer, oh mein Gott, Dennis, ich bin dein Fan. Ja. 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 So, Enduro entweder, du gehst jetzt hier gleich freiwillig. So, hier machen wir nur eine Runde. will. Das geht 5 Kilometer. So Leute, alle schmeißen Hardpoint raus. Ja Patrick, du machst das gut. Der ist auch richtig ausgerastet eben. Was los, Ole? Also Leute, wir warten bis Hardpoint. Entweder verlässt er freiwillig oder er wird von uns gekickt. Wieso sollte ich raus? Weil du gerade mit einem Auto, das erstens nicht zugelassen war, also wir warten jetzt alle Leute, hier noch in die Gegenrichtung fährst. Darauf habe ich keine Lust. So und wir warten jetzt alle. Entweder Hardpoint verlässt du jetzt das Rennen oder wir müssen dich rausschmeißen. Du weißt, so oder so fliegst du hier raus. Ich fahre zum Aufstand. So und alle anderen, die nicht das passende Auto haben. Auf Seite. Mal färten da weiter. Das war der Typ von eben. Also. Ja. So, wer ist das mit dem Temper? Hardpoint. So Leute. So, Hardpoint verlässt nicht die Sitzung freiwillig, dann müssen wir das leider selber machen. So, wir gehen jetzt auf den Namen Hardpoint. So, LP mit Kev verlässt auch die Sitzung. LP mit Kev? Ja. So Leute, alle Hardpoint rauswerfen bitte. Dankeschön an 187s Fan. So, alle Leute, die jetzt nicht das passende Auto haben, fliegen, gehen jetzt hier raus. Alle Leute, die nicht das passende Auto haben, außer du Dennis, John. Alle Leute gehen jetzt raus. Parkt eure Autos auf Seite und dann geht ihr raus. Wir warten jetzt hier. Ja, das habt ihr den Leuten zu verdanken, die hier Mist gebaut haben. So, und wir warten jetzt so lange, bis jeder Einzelne hier raus ist. Ich gucke das jetzt mal hier durch. So, wer nicht freiwillig rausgeht, der wird aus der Crew gekickt. So, Terrorgegen. Was geht, Digga? Da zieht der ganze Ausraste in den Schock, ne? Ich gucke, er sagt so, lass mal den wegschieben, also abschieben. So, okay. Und da vorne, wer ist das? Also, Hardpoint, Leute, habt ihr den noch nicht rausgeworfen? Alle gehen jetzt auf Online, Spieler, und dann geht ihr auf Hardpoint. Klickt drauf und dann rauswerfen. Wir warten so lange, bis Hardpoint das Spiel verlassen hat. Das heißt natürlich für euch, dass ihr den rauswerfen müsst. Deshalb warten wir jetzt so lange hier. Heute, wie waren 19 Gold? Nice, Digga. So, Leute, entweder wir ziehen alle an einem Strang oder die Sache läuft hier nicht. Ganz einfach. Nein, dann schreibt mal bitte eine Krühe Nachricht. So, er schreibt, er geht freiwillig. Okay. So, dann warte ich jetzt. Okay, er ist freiwillig gegangen. Auf jeden Fall finde ich in Ordnung von dir. Dankeschön. So, und alle bleiben jetzt auf ihrer Position stehen. Und wir starten jetzt bei vier Minuten. Was machst du da? So, Amikul hat einen richtig guten Start hingelegt. Jibo auch. Faisi, was geht? Herzlich willkommen. Alles klar. Es gab eine Massenkarambolage. So, und ich bin hier auf dem letzten. Ach, das ist wahr. Was? Ja, ich spiele Fortnite. So, also wer die Strecke nicht kennt, das ist Spa. Ist in Belgien. Leute, wenn ihr irgendwelche persönlichen Fragen habt oder so, dann könnt ihr die gerne auch beim Discord an mich stellen. Was machst du denn? Ich spiele es auf Fortnite, ne? Mhm. Weil du wieder gesagt hast, du spielst Fortnite, da fragst du, wann spielst du Rettet die Welt? Ja, ja. Das ist ein Fortnite-Modus. Klar, ich spiel das auch. Leute, falls ihr mich hört, schreibt mal in den Chat Hashtag Like, weil es aktiv ist. Und dann ist eigentlich ein Schlaf in der Reden Street. Was soll nicht schreiben? Ich hatte dich nicht verstanden. Hashtag Like. Okay. Aber da musst du die Leute auch grüßen, die das geschrieben haben. Ja, klar. Irgendwann, eh? Niemand schreibt. Keiner mehr da. Doch, Dillow191, Eber, Like. Paisy, Ksintoprak, Like. Elektrotechniker, Dislike, okay. Patrick Gelmer, Like. Was? Elektrotechniker, Dislike reingeschrieben? Ja. Okay, dann will ich gerne wissen, warum. Ja. 187-Fan, Like. The GTA, Clown, Like. Subrax, warum hast alle Benny Reifen? Hä? Ich hab nicht alle Benny Reifen. War nur ein Joke. Alles klar. Patrick, nicht direkt beleidigen hier. Ey. Ey, Digga. Du kriegst die Nachrichten schneller als ich. Ehrlich? Hm. King Gamer, King Dislike. Sag mal, warum hast du gedislike, mein Lieber? Solange suche ich mein D-Roller, weil mein Chess-Ding stinkt. So, Leute, es sind nicht mehr viele Remmen übrig. Zombies, Killer, Rammschreiter, ne? Ey, nicht rammen, Leute. Bitte nicht rammen. Boah. Also, Jibo ist... Hat 246 Punkte. Ich hab 231. Armin mit 186. Weil ich raus musste. Warum auch immer. Ja, King Gamer. Das hat schon seinen Grund, wenn man hier raus soll oder muss. Genau. Dwerg-Lol hat auch geliked. Dankeschön. So, wir gucken jetzt mal wieder. Oh, kommt's euch. Wir gucken mal, ob hier wieder Leute sind, die nicht reingehören. Okay, das sieht gut aus. Also, Leute. Alle nur... Alle... Alle... Ähm... Komet Retro Custom. Spielartod... Welcher Spieler? Brassifo. Okay, warum wird mir das nicht angezeigt? Achso, hier. Die Kommentare im Live-Chat, ne? Ja, da werden ja oben rechts bei deinem Bildschirm auch angezeigt, ne? Äh... Mit deinen Klicks, äh, mit seinen Zuschauern zusammen. Ähm... Also, das wird gezählt, ja. Sind das dann die Klicks, die am Ende rauskommen oder sind das einfach nur die Kommentare? Das sind nur die Kommentare. Aha, okay. Ich dachte jetzt, du hast fast 3000. Nein. Also, Aufrufe, diese Aufrufe kommen da durch, wenn man... Also, wie oft man auf den Leistung drauf geht, oder was? Ja, ganz genau. Okay. Richtig geil, hier bei Regen. Boah, was ist das für eine Strecke, Digga. Aber das sieht richtig geil aus. Singapur. Singapur, ja man, boah, Singapur ist wirklich so. Boah. Okay, da hätten wir auch so umfallen. Ich fliege um. Es geht wohl um, dann, natürlich. Also, wir machen auf jeden Fall die Spieleliste noch zu Ende. Spielst du Black Ops? Äh, nein. Boah, Unfall. Chibu. Boah, der hat sich wieder gefangen. Ich sag's dir, das ist kein Mensch. Ai, 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 scheiße. Also, Singapur ist echt heftig. Och, shit. Und das heftige ist auch noch, dass es regnet. Payback? Nein, Payback spiele ich auf keinen Fall. Und zwar, ich finde, so vom Tuning her, Need for Speed, richtig geil. Aber vom Spielen her, ohne Witz, da finde ich sogar GTA besser. Also, die, äh, die Physik in, also die Rennphysik in GTA. Die Fahrphysik. Ja, Need for Speed ist ja so richtig so, das Herz zu lenken, so. Ja, das ist ein Ballerspiel, ohne Witz. Okay. Need for Speed ist für mich wie ein Ballerspiel, weißt du, so wie Counter-Strike oder keine Ahnung was. Oder. Schwer. Nein, das, für mich ist das nicht schwer, also, was heißt nicht schwer, sondern, klar, auf, äh, auf seine Art und Weise erfordert das natürlich seinen Anspruch, aber, ich finde, das ist halt nicht, erstens, klar, ist ein Arcade-Game, ist, äh, keine Simulation oder so, aber, so, ich weiß nicht. Also, mir persönlich gefällt die Physik nicht, die Fahrphysik. Was mir auch nicht gefällt, ist, der Jibu klebt mir am Arsch. Aber guck, er ist ein richtig fairer Fahrer. Oh, ein Zombieskiller hat uns alle mal direkt überholt. Oh, je, je. Nein, ich wurde gerammt. Armstrong Kills. Ah, fairer Aktion von Armstrong Kills. Grüße gehen raus. Was ist denn passiert? Er hat mich von hinten gerammt und hat mich wieder vorgelassen. Tutank, A schreibt neu. Tutank, Grüße gehen raus an dich. Patrick Gamer hat zwei Euro gespendet. Patrick, danke schön, Digga. Also, Leute, schreibt mal wieder Hashtag alle Patrick in den Chat. Danke für deine zwei Euro, Digga. Der Patrick ist mich mega am supporten. Also, Patrick, wenn du willst, kannst du gerne bei mir VIP werden. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das geht. Leute, schreibt doch mal bitte alle Hashtag Patrick in den Chat. Ehrenmann. Er schreibt noch dazu. Kein Bock, die rammen den AFK. Ja, okay. Kann ich verstehen. Ja, es tut mir natürlich leid, dass sich hier nicht alles so wie gewünscht abläuft. Aber was willst du machen? Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es gerade richtig geil. Mit dem Regen, weißt du, das hat mir sehr gut gefallen. Das erinnert mich irgendwann am Tokio-Küche am letzten paar Minuten. Hast du auch nicht geregnet? Hm, weiß ich nicht. Wie kann man VIP werden? Muss ich gerade gucken. Bei YouTube Gaming. Echt? Bei YouTube Gaming? Warte, ich guck mal. Bei YouTube Gaming gebe ich mal ein. Da musst du euch, glaube ich, mit eurem ganz normalen YouTube Account anmelden. Da könnt ihr dann auf Gorillas Kanal gehen und dort steht dann wahrscheinlich irgendwie Mitglied werden. Ja, genau hier. Mitglied werden. 5 Euro pro Monat. Mhm. Also 4,99 pro Monat. Wenn du willst, kannst du den Link mal reinposten. Ja. Und ihr könnt es halt auch mit Passive Cards und Google Play Cards zahlen. Aber wie gesagt, das ist nur freiwillig, Leute. Das ist kein Muss. Nur ich denke mal, für die Leute, die halt so regelmäßig spenden, wie zum Beispiel der Patrick, könnte das interessant sein, weil dann bekommt ihr so besondere Zeichen und irgendwie so ein besonderes Symbol neben eurem Namen. Ja. So, und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das kann man, äh... Ah. Patrick ist jetzt ein neues Mitglied. Boah, Patrick. Patrick ist mein erster VIP. Grüße gehen raus an Patrick. Schreib mal direkt was rein. Und... Mitglieder, also VIPs, haben drei besondere Emojis. Also Sticker. Ja. Ja. Auf YouTube Gaming müsst ihr das halt da machen. Euch anmelden da. Kostet nichts. Und ist zum Support da natürlich. Krass. Da Patrick, siehst du? Hammer. Dankeschön, Patrick. Grüße gehen raus an dich, Digga. Hätte ich das gewusst. Nee, der hat jetzt ein Symbol neben sich. Und seine Name ist natürlich, äh... Sein Name ist natürlich jetzt besonders markiert. Richtig geil. Dankeschön, Patrick. Du bist jetzt VIP bei mir. Der erste VIP bei mir auf dem Kanal. Hey, MashaAllah, Patrick. Die 5 Euro pro Monat sind nicht schlimm, weil ich dich mag und dich feiere. Dankeschön, Patrick. Vielen lieben Dank. Freut mich natürlich, dass ich... Dass dir das gefällt. Und... Ja. Ich glaube, äh... Keiner feiert die Crew so heftig wie Patrick. Doch, die Crew 2. Scheiße. Ich habe jetzt Start verpennt. Ähm... Ich war es echt am überlegen zu spielen. Beziehungsweise zu kaufen. Aber ich muss sagen... Das ist genauso wie bei Need for Speed so... Keine Ahnung, so die... Mein Gedanke dazu. Ist eher so ein Spiel, wie so ein Ballerspiel ist. Weißt du? Also... Patrick hat mir das geshared. Ich habe so ein bisschen was er gespielt. Und? Was sagt ihr? Spiel an sich ist geil. Auf jeden Fall. Nur... Die Auswahl der Fahrzeuge ist wieder echt... Komisch. Also... Ich finde Forza... Ist bisher das einzige Rennspiel... Was mir am meisten von den Fahrzeugen her gefällt. Und von der Fahrphysik. Und der Grafik. Mhm. Von der Grafik her kann ich mich dabei... Die Crew 2 gar nicht beschweren. Aber... Naja. Wie gesagt, die Fahrzeuge sind immer gleich für mich. Das Tuning ist geil, auf jeden Fall. Mhm. Aber die Fahrphysik allgemein habe ich noch gar nicht richtig ausgetestet. Das muss ich noch... Vielleicht heute auch machen. Heute schweb ich. Ey. Hörst du noch ein Nachbarn? Ne. Deine Nachbarn höre ich nicht. Okay. Okay. So. DC Legend. What's up? You remember me? Yes, of course, bro. Sorry. Welcome. Und Björn Poise. Hi. What's up? Alles klar? Frapsfam. Nimm mich wieder da. Grüße gehen raus. Also Leute. Wir sind gerade auf der Strecke von Mexiko. Und Patrick haut wieder 1 Euro raus. Leute. Schreibt mal wieder. Hashtag Patrick in den Chat. Dankeschön, Patrick. Vielen lieben Dank, Digga. Hashtag Patrick in den Chat. Leute. Seid mal alle Ehrenmänner und schreibt mal alle Hashtag Patrick in den Chat. Das wäre echt sehr nett, Leute. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Patrick. Ehrlich. So krass am Supporten, ey. Maba, hallo. Grüß dich. Oh, sorry. Federt ist auch noch am Start. Jawohl. Okay, ich musste ein bisschen härter bremsen. Sonst wäre ich dem Armin cool wahrscheinlich noch reingefahren. Ja, ich mache. Oleg schreibt, danke für die Aussage. Danke, dass ich dabei sein konnte. Welche Aussage meinst du, Oleg? Patrick, wann kann man noch als Mitglied machen? Was kann man noch als Mitglied machen? Also genau, du hast diese verschiedenen, äh, verschiedenen Emojis da. Ja. Und dein Name ist natürlich spezial hinterlegt. Und ich glaube, man kann hier noch bald umschalten. Irgendwie als VIP-Modus. Dann können VIPs, glaube ich, nur reinschreiben. Ich bin mir nicht sicher. Aber dein Name wird jetzt immer also solange du VIP wirst, äh, so stehen. Oleg schreibt, dass wir die Crew nicht feiern. Hä? Vielleicht hat er irgendwas gesoffen. Nein, Oleg. Das habe ich nicht so gesagt. Oha. Da hat jemand minus 7600 Dollar gemacht. Hat jemand aber viel Geld gesetzt. Irgendwann auf mich. So, Leute, okay. Ähm. Es sind nur noch zwei Rennen. In diesen zwei Rennen kann noch viel passieren. Alter, bei YouTube Gaming läuft das Ziel viel flüssiger, ne? Echt jetzt? Ja. Warum? Also viel, nicht so verzögert wie auf dem Normalen. Ich weiß nicht, wo dran das liegt. Ich gucke. Weil da nicht so viele Leute drauf sind, weißt du? Ah, okay. So, okay. Wir starten. Was ist denn so ein Name? So. Ah, los. Digga, was sind das? Was sind das für ein Name? Amel, Alic, wenn da, herzlich willkommen. Bellboy, moin, grüß dich. Die cooles Folge kommen nicht rein. Ja, bald kommt ihr wieder rein, Leute. Definitiv. Also Patrick, danke auch nochmal für die Aussage. Korolla? Ja. Kann ich über einen anderen YouTuber reden? Also nicht die beiden, wie du mal denkst, sondern andere. Äh. Kannst du? Der guckt mir, glaube ich, sowieso nicht dazu. Kennst du einen Ding? Pick Weasel? Ja. Ist doch gerade. So. So. Keine Ahnung. Erzähl. Keine Ahnung, der kam letztens in meinen Chat. Hat geschrieben, hey, was geht und so weiter. Mhm. Äh, hab ich gesagt, willkommen. Danach irgendwie Tawarn und so weiter. Das sind ja bei mir Moderatoren. Und haben ihn direkt gebacken. Ja, Tim, getan, wie ich hätte es. Ehrlich? Ja, ja. Okay. So, Armin Kul hat mich überholt. Ich habe jetzt nicht gelesen, was der Patrick geschrieben hat. Kann ich die neue Elgato schenken. Die neue Elgato, die kostet 400 Euro, Digga. Die kostet 400 Euro. Das ist viel zu viel. Das kann ich von niemandem verlangen. Doch. Dann kann man nicht in 1080 streamen, sondern in 4K. Achso. Und G-Book klebt sich mir am Hintern. Also ich versuche natürlich die Spenden, die ich hier bekomme auf GTA. Ich wollte schon sagen GTA. Auf YouTube. Werde ich dafür umsetzen, um mir die Gamecapture-Card zu holen. Scheiße, scheiße, scheiße. Da schreibt jemand, kannst du was mit Schweizer Franken anfangen? Schweizer Franken werden, glaube ich, auch genommen. Oder beziehungsweise. Oder beziehungsweise. Werde umgerechnet in Euro. Ich glaube, Schweizer Franken ist 80, 90 Cent. So ein Betrieb. Patrick schreibt, wei von meiner Mutter, die Freundin, der Freund arbeitet bei Mediamarkt, kriege billiger für 200 Euro. Also wenn du die 4K für 200 Euro kriegst, das ist auf jeden Fall brutal. Weil die kostet normal 400. Ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendjemand auf YouTube ist, der GTA mit der Elgato 4K streamt. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Dann wäre ich, glaube ich, einer der Ersten. Jetzt muss ich auch mal auf dem PC streamen. Oder auf Nintendo 64. So, Patrick schreibt, ich schreibe dir in zwei Tagen. Wenn es klappt, schenke ich es dir. Boah, das wäre krass, Alter. Aber das kann ich nicht von dir verlangen, Digga. Du tust schon viel zu viel Dankschön, Digga. Ey, Patrick, schenk dir mehr. Dann schenke ich dir dann Gorilla. Geiles Tuning-Treffen. Äh, Gigi, also wir machen gerade ein Grand Prix nach dem Tuning-Treffen. Also, wie sieht es aus? Chibu immer noch Erster. Das gibt es noch nicht. Denn es habe auch was Gutes getan heute. Ja, auf jeden Fall. Hammer. Also, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung mit Patrick. Weil, äh, ich glaube, ich habe das auch so mit meinen Leuten nochmal beredet. Keiner so verrückt nach der Crew wie Patrick. RPGs bei R3, grüß dich. Also, Fedderscheid, Patrick schenken mit einer. Versteiger ich auf Ebay. LOL. Das Ramm wurde nicht weniger. Also, Leute, ich kann natürlich nicht alles kontrollieren. Wenn da Leute sind, die natürlich hier, ähm, die hier rammen oder so, dann müsst ihr das, äh, sagen. Dann müsst ihr schreiben, wer rammt. Und wenn mehrere Leute sich über dieselbe Person beschweren, dann kann man die nur, dann kann man die nur rausschweißen. Du bist der Einzige, der, wo ich Mitglied gegeben habe auf deinem Kanal. Dankeschön, Patrick. Ich liebe die Crew und dich. Dankeschön, Digga. So. Das ist das letzte Rennen, Leute. Hast du jetzt mein Nachbarn gehört? Ja, jetzt habe ich es gehört. Sag mal, ich brauche es mal. Ich gucke, ich wirf gleich Telek in deinem Kopf. So, Leute, letztes Rennen. Wie heißt das Programm, mit dem man schusssichere Reifen entfernt? Das heißt, Charles. Da müsst ihr einfach mal eingeben, Leute. Bei YouTube, äh, oder Google. Charles, iFruit App. Streamst du mit Elgato oder Bellboy? Nein, ich streame nicht mit der Elgato. Ich habe zwar eine. Aber die Verzögerung ist halt da. Und wenn ich mir eine 4K hole, dann habe ich da auch keine Verzögerung. Was machen die Nachbarn? Lol. Einer geht noch, Leute. Ja, Leute, das ist das letzte Rennen. Das ist das letzte Rennen. Oh, das ist aber ziemlich eng. Das sind gar nicht meine Nachbarn. Das sind meine Schwestern und die Freunde. Die fallen im Geburtstag da. So, Leute, das gibt jetzt Geramme hoch 10. Ich muss hier irgendwie am Rand. Oh, Digga, der Jibo. Der hat mich gefühlt. Oh, Alter. Okay. Aber das sieht so geil aus. Alle fahren einen Komet Retro Custom. Weiße. So, Race Edition. Oha. Jibo disqualifiziert. Also, Leute, auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr nach dem Stream hier in diesem Stream, also beziehungsweise unter die Kommentare schreibt, ab welcher Minute Grip King ist. Kann der ein oder andere das Ganze nochmal nachverfolgen. Für die, die das Ganze nicht sehen konnten. Also, Armin fährt auch richtig schnell. Aber die Strecke, die ist so Bombe. Die was? Die Strecke. Nicht Strecke. Die Strecke habe ich gesagt. Ja, ich komme runter. Was ist los? Wenn ich meinen Führerschein habe, dann ist ja... Inshallah. Dann komme ich... Dann machen wir Türen und Treffen. Echt okay. Okay, Inshallah. Ich hole einfach das Auto von meinem Vater, wenn es... Wenn es dann kaputt wieder ankommt, sage ich das ehrlich. Oh, sorry. Okay, nichts passiert. Gut. Sonst wäre ich stehen geblieben. Patrick schreibt, ich komme auch. Seid alle herzlich willkommen. Patrick schreibt, komme auch dann. Türen Treffen mit Bens S. Ja. Nee, Patrick, du kommst mit dem Bobbycut. Boah, das war mal der Crash des Jahrhunderts. Boah, nein. Boah, wie du bist. Also, das war ein richtig heftiger Crash. Du sollst fahren nicht fliegen. Oh mein Gott, ich habe so einen Lachkick am Anfang bekommen, als ich gesehen habe, wie du geflogen bist, Chivo. Drecksack. Und du bist ja nicht mal stehen geblieben. Er fährt das, habe ich auch gedacht. Kauf AMG. Auf jeden Fall. Scheiß auf Algar, du kochst den AMG. Digga, bei einem AMG, da kannst du in der Woche 400 Euro tanken. Ach, das ist jetzt nicht. Leute, alle mal den Like-Button zerstören. Wenn nichts sonst kommt, soll ich nach Hause. Dankeschön, Patrick. So, Leo schreibt, das letzte Rennen war klasse. Echt, das war echt richtig geil. So, okay, wir haben einen Gewinner. Ich. Ich verletzte auch nicht. So, Glückwunsch an Chivo, der verdiente Gewinner von Grip King. Glückwunsch. Also Leute, schreibt mal in den Chat, Hashtag Chivo in den Chat, Leute. Alle mal Hashtag. Will so aktiv sein bei dir. Dankeschön. Leute, schreibt mal alle Hashtag Chivo rein. Er ist unser Grip King. So, Chivo, komm mal bitte mit deinem Auto hier hin zu mir. Ich will noch ein Foto davon machen. Oder wo bist du? Die sind alle in der Stadt, oder wo? Kannst du dich in deine Sitzung anholen. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Auf jeden Fall hat Chivo ehrenvoll gewonnen. Ohne Witz, ja. Also Leute, tut mir einen Gefallen. Außer Chivo. Chivo stellt sich hier vorne. Der bleibt vorne. Okay Leute, wir fahren mal woanders hin. Hier ist gerade ein Gangangriff. Sorry. So Leute, tut mir einen Gefallen. Lasst uns hier einen Kreis machen. Einen größeren Kreis. Komm, wir machen einen Kreis. Dauert natürlich bis das Ganze hier. Sernaldo, bitte nicht killen. So Leute, einen großen Kreis. Schön auseinander. Und der Chivo geht in die Mitte. So, macht einen schönen großen Kreis. Alle die hier gerade sind. Also so. Also Leute, lasst uns den Kreis ausfüllen. Wo ist der Rest? So, wir warten noch. Also Leute, macht ruhig den Kreis ein bisschen größer. Hä? Mein Auto ist verschwunden. Mein Auto ist verschwunden. Oh, ne Witz. Ich bin gerade ausgestiegen. Auto war weg. Soll ich dich zur Straße gehen? Warte. Na, ich habe angefordert. Also Leute, macht mal bitte einen Kreis. Jibo, komm bitte hier in die Mitte. Lass dein Auto hier so in der Mitte stehen. So, so. Wo ist der Rest? Der Rest soll bitte kommen. Ich gucke gerade mein Auto. Das steht da hinten. I eat my shirt gum, bitch. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht. Naja. Oha. Äh, Digga. Bring dein Auto weg. Ey Leute, guck mal. Wenn man hierhin kommt und es stehen so viele Komet Retro Customs hier drin. Heißt das doch was? So, Armin, jawohl, super. Okay. Leute, geht mal ein bisschen zurück. Gorilla, der Mikro ist echt leiser geworden. Okay, ich weiß nicht warum. So, hier die Jungs auch ein bisschen zurück. Okay. So. Jibo. Komm mal ein bisschen hierhin. Komm mal ein bisschen hierhin. So. Steig mal aus. So, Jibo, steig mal aus. So, Leute. Mach mal Platz für Jibo. Er soll mal aussteigen und dann, äh, will ich mir ein Bild von ihm machen. Jibo, neben deinem Auto. Neben deinem Auto. Damit ich am besten, damit ich, äh, dich mit deinem Auto fotografieren kann. Alle Mist. Okay. Oh, sehr gut, Leute. Hammer. Vielen lieben Dank, Leute. Also, Glückwunsch an Jibo, der unser Grip King geworden ist. Herzlichen Glückwunsch, Digga. Hat mega Spaß gemacht, Leute. War richtig geil. Geiles Event. Und geiles Tuning-Treffen. So wie immer. Hat mich mega gefreut. Und grüße auch nochmal an den GTA-Clown. Leute, also, ich verdanke mich fürs Mitmachen. War ein toller Stream. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich muss jetzt den Stream beenden. Ich bin sehr spät geworden. Haut rein. Und nochmal danke auch an Patrick, der unser erstes Mitglied geworden wird. VIP-Mitglied. Grüße gehen raus. Und ciao.